Hochverehrtes Publikum, der Rasenturm. Es ist zum elften Mal in Folge der FC Bayern München. Ich glaube, alle, die sich für Fußball interessieren, die haben unterschwellig bestimmt so ein Gefühl, dass wir es eigentlich nicht verdient haben. Und das spreche ich auch offen aus. Ich verstehe es. Die große Bundesliga-Vorschau. Jaha, solltet ihr vergessen haben, wie die letzte Saison bei den Männern endete in der Bundesliga, liebe Hörerinnen und Hörer. Jetzt wisst ihr es wieder. Ich entschuldige mich gleich bei allen Borussia Dortmund-Fans, aber wir werden sicherlich heute auch positive Worte über den BVB verlieren. Und dann mögt ihr mir das vielleicht verzeihen, dass ich hier eine kleine Collage gebaut habe aus dem Kommentar von Martin Groß bei Sky von Wolf Fuß und dann dem Feed-Interview mit Thomas Müller direkt nach der gewonnenen Meisterschaft. Der elften in Folge für den FC Bayern und damit hallo und herzlich willkommen im Rasenfunk. Mein Name ist Max Jakob Ost. Ich bin der Edgenetzer auf mastodon.social und heute ist es soweit. Unsere legendäre Saison-Vorschau wird aufgezeichnet und zu der gehört schon seit immer, seit es den Rasenfunk gibt, seit es diese Saison-Vorschau gibt. Tobias Escher, hallo Tobi, schön, dass du hier bist. Hallo, danke, dass ich wieder da sein darf. Ja gut, also das ist ja inzwischen ein Automatismus. Ich habe immer große Angst vor dem Jahr, in dem du mal sagen wirst, Max, aus welchen Gründen auch immer. Ich kann nicht. Dann stehe ich da. Man muss aber sagen, nach Leistung geht das hier nicht. Wenn man bedenkt, was wir hier schon uns zusammen vorschaut haben und was wir hier schon für Tabellentipps abgegeben haben, würde das Leistungsprinzip gelten, wäre ich schon längst nicht mehr hier. Ja gut, aber wir machen das hier wie beim DFB. Wir sagen nur, es gibt ein Leistungsprinzip, aber angewendet wird es nur bei Leuten, die wir nicht mögen. So würde ich das jetzt einfach bestimmen. Und ich freue mich sehr, dass sie zum ersten Mal bei einer Saison-Vorschau dabei ist. Caroline Kipper, hallo Caro, schön, dass du da bist. Hi Max, hi Tobi. Ihr habt Glück, es ist offiziell die schlechteste Bundesliga-Tabellentipperin mit dabei. Also gegen mich kann das nur gut werden, was ihr da euch zusammengereimt habt. Ja, schauen wir mal, Tobi und ich. Man gibt ja jedes Jahr so viel Hirnschmalz rein in die Vorbereitung und so viel in den Tabellentipp und dann passieren zwei Dinge sowieso immer. Das eine sind Transfers, die man noch nicht antizipiert hat. Und das zweite ist, dass man eben einfach so von Einzelereignissen ein bisschen die überbewertet. Und dann ist es einfach ganz fürchterlich. Also das muss man dazu auch wieder sagen. Wir nehmen jetzt auf am Montag, den 14. August. Das heißt, die DFB-Pokalrundenspiele des Montags sind noch nicht gespielt. Und wie immer, Tobi, dieses bescheuerte Transferfenster ist noch offen. Ich könnte mich jedes Jahr darüber aufregen. Warum hat damals keiner mitgemacht, als die Premier League das vorgezogen hat? Echt schade. Und das weiß auch keiner dieses Jahr nochmal extra nervig, weil Saudi-Arabien ja sogar noch ein paar Tage länger das Transferfenster auf hat. Also die können ihre restlichen Millionen dann am Ende noch rausschmeißen und gucken, was dann auch übrig geblieben ist. Also ja, das ist schon sehr, sehr nervig. Gerade es wird so zwei, drei Teams geben, bei denen kann man eigentlich noch keine richtige Prognose abgeben, weil da hängt es sehr stark davon ab, ob noch der eine Spieler kommt, ob noch der eine Spieler geht. Ich würde es auch schöner finden, wenn das Transferfenster am 31. Juli schließt. Aber so ist es nun mal im Geschäft Fußball. So ist es eben. Wir werden damit klarkommen müssen. Und bevor wir jetzt weiter jetzt schon relativieren, was wir in den nächsten Stunden sagen, gehen wir wenigstens langsam auf den Beginn der Sendung zu. Dazu gehört aber auch, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ich euch kurz vorstelle, was der Rasenfunk ist. Gerade die Saisonvorschau holen viele Neulinge. Der Rasenfunk ist nämlich Paywall-Werbe- und Sponsorenfrei. Wir sind allein crowdfinanziert. Das heißt, alles, was hier ihr seht, also nicht komplett alles, was ihr jetzt hier bei YouTube seht, aber vieles davon ist von euch finanziert. Unter anderem, dass ich das hier hauptberuflich machen kann. Wir zahlen unseren Gästen Honorare, auch wenn die gerade im Bereich der Saisonvorschau wirklich zu niedrig sind. Das muss man sagen, das muss unbedingt noch besser werden. Denn all das kommt von euch und auch unsere WM-Berichterstattung zur Frauen-WM, die ja aktuell zum Beispiel noch läuft, mit einer Reporterin vor Ort. Auch das habt ihr finanziert. Herzlichen Dank dafür und stellvertretend für ganz viele danke ich in dieser Folge Felix, Eintracht-Leihe, Fabian, Knaller aus dem Wedding, The Butcher und Denker Bank. Sie alle unterstützen uns nicht nur, sondern haben sich auf rasenfunk.de slash Supporters Club auch registriert. Herzlichen Dank dafür und nehmt das als Aufforderung, uns finanziell zu supporten, damit der Rasenfunk weiter wachsen und gedeihen kann. Denn es hat sich einiges getan. Ihr habt es vielleicht auch schon bemerkt. Diese Sendung hier, die heißt bei euch in den Podcatchern und auch im Intro jetzt nicht mehr Rasenfunk-Schlusskonferenz. Diese Zeiten sind vorbei, auch wenn ein kleines Tränchen mir da die Wange hinunterläuft. Wir haben unsere Feeds umgestellt. Es gibt jetzt fünf Rasenfunk-Feeds. Das hier ist der Rasenfunk-Feed Bundesliga der Männer. Den habt ihr schon abonniert, wenn ihr die Schlusskonferenz abonniert habt. Es gibt dazu noch den Bundesliga der Frauen-Feed. Der ist neu. Es gibt den Feed Nationalteams. Da wird alles zu Nationalteams und Turnieren einlaufen. Unter anderem jetzt gerade zur WM der Frauen und im nächsten Jahr natürlich zur EM der Männer. Den könnt ihr auch noch neu abonnieren. Und der bisherige Kurzpass-Feed heißt jetzt Ligatur. Da geht es dann zu allen anderen Ligen, also zweite Bundesliga der Männer, europäische Top-Ligen, auch andere Ligen können da stattfinden. Und das Tribünengespräch ist das, was wie ein Monolith überlegt hat. Das Tribünengespräch, das gibt es immer noch wie bisher. Das solltet ihr schon abonniert haben. Aber das sind die neuen Feeds. Und schön, wenn ihr die alle abonniert und gerne auch bewertet in den Podcast-Plattformen eurer Wahl, damit wir vor allem die neuen Feeds ein bisschen anschieben können. Zwei Ankündigungen habe ich noch. Dann können wir langsam endlich beginnen. Das wird hier ein längerer Monolog. Ihr könnt euch nochmal zurücklegen, Kara und Tobi. Es ist einiges passiert in diesem Sommer. Denn auch die Art und Weise, wie wir die Bundesliga berichten, wird sich ändern. Es wird in Zukunft zwei Sendungen geben pro Woche. Zumindest so grob ist das geplant. In einer Sendung werden ausschließlich die Spiele analysiert des Spieltags. Alle neun Spiele, so wie bisher. Und in einer zweiten Sendung soll dann der Schwerpunkt auf einen Verein gelegt werden. Das probieren wir jetzt mal diese Hinserie aus. Dann höre ich mir an, wie euer Feedback dazu ist, liebe Hörerinnen und Hörer, wie sich das auch für mich so gestaltet hat als derjenige, der die meisten dieser Sendungen moderiert. Wir müssen dann auch gucken, es wird dann der Fokus auf einen Schwerpunkt, auf einen Verein, der wird nicht immer gleich ganz zeitnah zum Spieltag erscheinen können. Denn es muss ja erst die Analyse aufgezeichnet werden. Aber wir glauben, dass das eine sinnvolle Veränderung sein könnte für den Rasenfunk. Unter anderem ein hier anwesender Tobias E. hat ein Feedback in diese Richtung gegeben im letzten Jahr, als wir gefragt haben, was wir verbessern könnten. Ich habe es dir noch gar nicht erzählt, Tobi. Also vielen Dank für deinen Input. Du hast die Wortspiele aus dem Rasenfunk rausbekommen und jetzt werden wir den Schwerpunkt anders aufnehmen. Danke dir. Bin ich bestimmt der meistgehasste Mensch in der Rasenfunk-Community mit meiner Teradegeg-Wortspiele. Ach, ich habe einen Platz für die Wortspiele. Die wird es weiter auf der Startseite geben. Ich werde sie vielleicht auch in die Show Notes immer reinpacken. Aber zumindest wird es etwas reduziert werden. Mehr will ich da jetzt auch nicht versprechen. Aber damit geht es dann am nächsten Wochenende schon los und ich bin selber gespannt, wie das wird. Und dann gebt ihr uns bitte Feedback, liebe Hörerinnen und Hörer. Und generell soll die Community noch wichtiger werden im Rasenfunk. Wir haben im Forum jetzt einzelne Threads für die Vereine. Sehr gerne unter mitmachen.rasenfunk.de registrieren. Und an dieser Stelle, bevor wir jetzt dann aber auch wirklich dann loslegen, ein ganz großer Dank an Güram, Steff und Dennis. Diese drei haben mir persönlich geholfen bei der Vorbereitung aller Dokumente zu den 18 Bundesligisten. Da gibt es ein paar Dinge, die müssen jedes Jahr gemacht werden. Die sind eher Copy-Paste. Und dann geht es eben darum, das mit Interpretation zu füllen. Und die haben mir ganz viel davon abgenommen. Und ohne die drei, das muss ich so offen sagen, hätte ich das neben der Frauen-WM nicht hinbekommen, jetzt hier noch diese 18 Vereine vorzubereiten. Also ganz herzlichen Dank dafür. Sie kommen aus dem inoffiziellen Rasenfunk-Discord-Server. Den gibt es auch noch. Was es nicht alles gibt im Rasenfunk. So, jetzt sind wir aber wirklich gleich bei den Vereinen gelangt. Reicht jetzt auch wirklich mit der Vorrede. Ich schwitze jetzt schon. Wie immer haben wir die Vereine eingeteilt nach drei Kategorien. Besser als im Vorjahr, ungefähr gleich stark wie im Vorjahr und schwächer als im Vorjahr. Bei den Aufsteigern gibt es natürlich die Problematik, dass der Bezugsrahmen ein anderer ist, weil sie in einer anderen Liga spielen. Da geht es dann so ungefähr darum, können sie mithalten oder können sie gut mithalten, können sie mithalten, können sie schlecht mithalten. Sagen wir dann was dazu. Und daraus hat sich eine Reihenfolge der 18 Teams ergeben, denn wir alle drei haben unsere Einschätzung abgegeben und aus diesen Einschätzungen habe ich dann eine Gesamteinschätzung gebastelt und damit die Reihenfolge dieser Sendung. Und wir beginnen mit den Teams, bei denen wir sagen, die sind stärker als im Vorjahr. Und das sind gar nicht so viele, muss ich sagen. Das hat mich überrascht. Also da hatten wir schon andere Jahre hier im Rasenfunk. Ich bin sehr gespannt auf die Diskussion dazu. Wir beginnen allerdings mit einem Konsensverein, denn immerhin bei einem Team, da waren wir uns alle drei so im Groben einig. Die sind auf jeden Fall besser als im Vorjahr. Und das ist Leverkusen. Leverkusen in der letzten Saison auf Rang 6 gelandet. Trainer ist natürlich Schabi Alonso. Leverkusen hat viele, viele Dinge gemacht. Ich werde auch wie immer alles zu Finanzkennzahlen und so weiter nachreichen. Aber jetzt wollen wir endlich mal in die Diskussion starten. Tobi, du hast schon gerade so das Mikro gezückt, deswegen geht da dich die erste Frage. Was macht denn für dich Leverkusen stärker als im Vorjahr? Also das Vorjahr war ja eine wechselhafte Saison. Sie haben es am Ende zwar gut ins Ziel gebracht durch einen starken Zwischensport in der Rückrunde, aber es gab ja diese wirklich verkorkste Hinrunde noch unter Seouane. Dann der Trainerwechsel, der zuerst was freigesetzt hat, aber auch ganz am Ende haben sie ja auch wieder dann die Chance, noch ganz oben die Champions League anzugreifen verspielt. Also da eine sehr wechselhafte Saison. Und sie haben jetzt zwar mit Diaby einen Schlüsselspieler verloren auf den Außen, aber haben auch auf dem Transfermarkt sehr, sehr viel gemacht. Also haben mit Schaka einen neuen Mann für das zentrale Mittelfeld, der dort absichern soll. Haben mit Grimaldo einen neuen Linksverteidiger, eine wirklich offene Stelle des Kaders, ganz gut geschlossen. Sie haben Hofmann noch geholt für den Sturm, auch noch einen erfahrenen Spieler. Und mit Arthur auf Rechtsverteidiger, kann auch Linksverteidiger spielen, noch einen Backup geholt für die Verteidigung. Das ist noch nicht das, was mich positiv stimmt. Das ist erstmal nur das, die Pflichtaufgaben quasi, die sie erfüllen mussten. Aber was mich natürlich positiv stimmt, ist der Trainer. Also Xabi Alonso, der jetzt zum ersten Mal eine ganze Vorbereitung Zeit hat, der nicht mitten in der Saison rein starten muss, sondern der wirklich sein Team vorbereiten konnte, der jetzt seine Ideen umsetzen kann. Und ich hatte das Gefühl in den Testspielen, Leverkusen ist so ein komplettes Paket. Also die können gut verteidigen, die sind aber auch ungemein wuchtig im Angriff, haben ja mit einen der schnellsten Kader in der ganzen Liga. Sie werden sicherlich den einen oder anderen Gegner damit ärgern können. Also sowohl sind sie defensiv stabil als auch offensiv stark. Das sind so erstmal meine Grundthesen zu dem Verein. Ja, Tobi, was du am Anfang erläutert hast, die Wechsel, das habe ich mir jetzt mal unter dem Namen der Simon-Rolfsche-Umbruch notiert. Er hat ja auch mangelnde Professionalität kritisiert und genau dafür sprechen die Transfersen, Hofmann, Chaka. Das sind Spieler, die super viel Erfahrung haben. Und erst mal seit zehn Jahren hat Leverkusen Spieler verpflichtet, die über 30 sind. Das ist ein Novum. Das ist auch ein bisschen ein Wandel, Umbruch, wie ich es genannt habe. Und es ist aber wichtig, um die jungen Spieler, die Leverkusen im Team hat, zu entwickeln. Und deswegen gehe ich da, habe ich genauso wie ihr auch Leverkusen als besser eingeschätzt. Ich denke so wie alle. Also das war schon ein Ausrufezeichen von Leverkusen in der Sommerpause. Und es ist ja auch die letzte Saison von Florian Wirz. Gehe ich jetzt einfach mal davon aus, er hat einen langen Vertrag noch bis 2027, aber er ist der absolute Schlüsselspieler bei Leverkusen. Und mal gucken, ob er über die Saison hinaus zu halten sein wird. Aber ich glaube, der spielt jetzt nochmal eine richtig geile Saison, weil er sich von seinem Kreuzbandriss jetzt mal endgültig erholt hat, auf jeden Fall. Oder noch schon in der letzten Saison. Und ja. Habt ihr das denn mit eingepreist bei eurer Bewertung, dass es ja oft diesen Turniereffekt gibt in der Saison vor einem Turnier und jetzt mit deutschen Spielern dann das Turnier in Deutschland, dass die dann oft nochmal so eine ganz andere Motivation haben, zumindest dem Anschein nach, Tobi? Das habe ich tatsächlich nicht eingepreist, so ein Stück weit, aber das ist natürlich auch ein Faktor. Da hast du natürlich recht. Das muss ich nochmal meine ganze Prognose überlaufen. Oh nein! Nein, da hast du natürlich recht. Da sind natürlich manche Akteure, die sich da noch reinspielen wollen. Das müssen ja gar nicht immer deutsche Akteure unbedingt sein, sondern auch in Grimaldo zum Beispiel, der ja auch jetzt nicht die erste Wahl ist für die spanische Nationalmannschaft, aber auch ein Spieler ist, der jetzt seit Jahren auf einem sehr, sehr hohen Niveau spielt bei Benfica. Der, ich glaube, der wird ein sehr, sehr wichtiger Spieler. Oder auch ein Boniface vorne drin, den haben wir doch gar nicht genannt, auch ein wirkliches Statement-Transfer ist. Sie haben ja diesen Mix geschafft. Einmal, wie du es gesagt hast gerade, Caro, diese Ü-30-Spieler erstmals, aber auch wieder junge Spieler mit Boniface, so einen entwicklungsfähigen Spieler, Tempospieler. Also das ist schon mal ein Faktor. Sind wir uns sicher, dass er Boniface und nicht Boniface heißt? Er wurde am Wochenende, ich habe mir noch immer Boniface ausgesprochen, am Wochenende bei Sky. Ja, bei Sky wurde er am Wochenende als Boniface ausgesprochen. Ich bin mir da nicht 100 Prozent sicher, aber ich habe da mal einfach gedacht, der Sky-Kommentator weiß schon Bescheid. Die Aussprache der Neuzugänge, das wird mein großes Manko in dieser Folge sein. Also schon mal am Anfang, verzeiht mir. Ich habe die Aussprachen gesucht, aber es gibt dann gar nicht so viel von allen, irgendwie so ein kleines Video, wo die sich mal selber aussprechen. Diesen Aussprachedatenbanken, ob man denen so trauen sollte. Aber ich glaube, wir haben noch einen kleinen Bonus. Wir dürfen noch ein, zwei Fehlerchen machen bei den Aussprachen. Ich hoffe es doch. Also Tobi und ich sowieso, weil wir sind berühmt dafür. Und es gibt ja im DFL Media Hub, tief verborgen gibt es ja die Aussprachedateien. Da kommt man bloß nicht hin als kleiner Podcaster. Wenn das hier jemand von der DFL hört und irgendjemand hört es, das weiß ich, lasst mich da rein. Ich will doch nur die Aussprache richtig machen. Naja, aber ich erzähle noch mal kurz was zu den paar Namen, die jetzt schon hier durch den Raum geflogen sind, weil ja nicht alle das so genau verfolgt haben. Also verloren hat Leverkusen Diaby eben vor allem, Demir Bay, Sinkraven, Bacca, also zwei Linksverteidiger und Hudson-Odoi, vor allem Letzterer, hat ja kaum eine Rolle gespielt. Aber wer ist dafür gekommen? Eben für den Sturm. Viktor Boniface, das war schon relativ früh klar, kann auf verschiedenen Positionen im Sturm spielen und wird erstmal Patrick Schick ersetzen, denn der ist weiter verletzt, der wird noch länger ausfallen. Das kommt mit dazu. Dann haben wir die beiden 30-Jährigen, also dieses Novum in den letzten zehn Jahren. Sehr schön, Caro, dass du das nochmal rausgearbeitet hast. Granit Xhaka von Arsenal, der hat mit sieben Toren und sieben Assists genauso viel gemacht wie Boniface in der letzten Saison. Er war absoluter Stammspieler bei Arsenal und wir erinnern uns, die waren im Meisterschaftsrennen sehr lange mit dabei. Dann Jonas Hofmann von Borussia Mönchengladbach. Der ist, ja, also da muss man, glaube ich, nicht so viel sagen, weil wir haben alle Gladbach genau verfolgt. Da war er noch einer der besseren Spieler in der letzten Saison, die insgesamt ja enttäuschend war. Bringt vielleicht nicht den Speed von Diaby mit, die Geschwindigkeit, aber definitiv sehr viel Torgefahr. Und dann eben Grimaldo, Linksverteidiger von Benfica, ablösefrei gekommen, sehr guter Schienenspieler, kann aber auch in der Viererkette spielen. Ich weiß nicht, wie es euch ging bei der Vorbereitung. Bei Grimaldo habe ich die meisten Lobhudeleien gelesen. Und wenn ich mir zum Beispiel seine Statistiken angeguckt habe bei fbref.com, die Pass- und die Schussstatistiken, das ist absurd. Also der, allein von den Vorbedingungen, ich habe jetzt natürlich nicht so viele Spiele von Benfica gesehen, aber von den Vorbedingungen her könnte es ein richtiger Kracher sein. Ich habe Benfica wegen Roger Schmidt ein bisschen verfolgt und Grimaldo ist richtig krass. Also das ist echt für mich auch einer der wichtigsten Transfers, so blöd das klingt bei Leverkusen, weil ja auch die linke Verteidigerseite, du hast gerade die Abgänge genannt, mit Baka und Sintgrafen, die waren ja auch immer eher die Schwachstelle der Mannschaft. Und Grimaldo, der kommt aus der Barca-Schule, der ist ein richtig kreativer Außenverteidiger, der spielt großartige Pässe und er schlägt großartige Flanken. Also da kann Leverkusen so eine richtig schöne taktische Idee sich zusammenbasteln, hat man auch in der Vorbereitung ein bisschen gesehen, dass sie mehr über links aufbauen und dann Frimpong auf rechts das Tempo reinbringt, so ein Stück weit. Und du dann über links dann eher die Kreativität mit Grimaldo bekommst, der dann auf die andere Seite den Ball verlagert. Also das ist schon ein sehr, sehr interessanter Transfer. Ja, auf jeden Fall. Der ist ja auch mit einer richtig breiten Brust angekommen, hat erstmal direkt eine Führungsrolle angemeldet als Neuzugang und absolut gerechtfertigt bei seinen Leistungen. Ja, und es sind natürlich auch, das hast du am Anfang gesagt, Max, dass eben diese, dass Xabi Alonso jetzt die ganze Vorbereitung Zeit hatte und dadurch hat Leverkusen natürlich auch die Mannschaft auf ihn ausgerichtet. Es wurden seine Wünsche respektiert, was ja auch darin gemündet ist, dass er frühzeitig seinen Vertrag verlängert hat. Und, ja. Ja, das scheint alles in eine ganz stringente Richtung zumindest zu gehen. Und wir haben noch zwei weitere Zugänge, die vielleicht noch erwähnenswert sind. Einmal Arthur, das ist ein Rechtsverteidiger, kommt aus Brasilien, hat auch da schon sein Nationalmannschaftsdebüt gegeben. Das könnte auch das Antizipieren eines möglichen Wächstes noch von Frenponk sein. Das ist so ein kleines Fragezeichen, was wir über Leverkusen noch haben. Würde natürlich auch so ein bisschen ihre Aussichten dann verändern. Und man hat noch einen neuen Torhüter geholt mit Matej Kovar, der kommt von Manchester United. Das ist jetzt noch nicht fix in dem Moment, in dem wir aufnehmen. Das ist aber so häufig kolportiert worden, dass ich es jetzt als fix annehme. Aber adressiert ja vielleicht auch Caro so ein kleines Fragezeichen, was man da noch haben kann. Also wir haben jetzt schon sehr viel gelobt bei Leverkusen, das hat aber auch sehr viel mit Offensive zu tun. Findest du, dass die Defensive da inklusive Torhüterposition mit Lukas Radetzky mithalten kann? Ja, Radetzky hat ja immer so ein bisschen seine Wackler, aber ist grundsätzlich ein Top-Bundesliga-Torhüter. Und Tabso Bar und Tah haben wir ja letzte Saison schon in der Innenverteidigung gesehen, genauso wie von Pong, da hat sich jetzt nicht so viel getan. Aber eigentlich hat ja Leverkusen den größten Verlust hinnehmen müssen, offensiv, mit Moussa Diaby, der wirklich mein absoluter Lieblingsspieler der Bundesliga war. Der hat so einen schönen Fußball gespielt und war so eine Bereicherung bei dem Ganzen, was man sich sonst so angeguckt hat. Und deswegen, ja, verstehe ich, warum du da jetzt Fragezeichen suchst, aber ich habe mir nicht so wirklich was notiert. Nein, also man kann ja nie wissen, aber für mich ist das immer ein gutes Zeichen, wenn die Verteidigung zusammenbleibt, eingespielt ist und es gibt ja eigentlich Sicherheit, dass die Abwehrkette, dass der in der Viererkette, ich gehe jetzt mal davon aus, die sind sehr variabel, denke, sie werden auch mal ein 3-4-3 ausprobieren, aber ich bin jetzt erstmal von der Viererkette ausgegangen und da ist halt nur Grimaldo neu und der ist gut neu. Ich muss natürlich mit einkalkulieren, dass Hincapi wieder ein bis zwei rote Karten sich abholen wird, Tabsuba wird wieder ein paar Tore verschulden durch Fehlpässe und Tar wird wieder bei einigen Situationen schlafmützig aussehen, das ist dann das, was du da einkalkulieren musst bei dieser Innenverteidigung, aber die grundsätzliche taktische Ausrichtung finde ich gut, also die werden ja auch abgesichert, auch zum Beispiel, dass ein Andrich jetzt häufiger in der Innenverteidigung zum Einsatz kommt, da aushilft als dritter Mann, ist auch nochmal eine taktische Varianz und auch nochmal eine gute Absicherung, hat das auch sehr, sehr gut taktisch angenommen, finde ich, also ich sehe es wie Karol, das, ja klar, ich würde es jetzt nicht zum Meisterschafts Favoriten küren wollen, aber dafür ist mir die Defensive auch nicht stark genug, aber es spricht jetzt für mich nichts dagegen, mit dieser Defensive in die Champions League einzuziehen. Ja, ich muss nämlich dazu sagen, ich habe Leverkusen nämlich nur als leicht besser als im Vorjahr eingestuft und nicht als klar besser und für mich war nämlich die Innenverteidigung und die Torhüterposition dafür der Grund, also Tabsobatar, Kosonu, Hinkapier, klar auf dem Papier, alles tolle Verteidiger, hatten auch schon richtig gute Spieler, aber haben eben dann doch immer wieder ihre Wackler drin, ich denke, ihr habt es ja auch schon ausreichend thematisiert und eben auch Lukas Radetzky, so sehe ich viele Dinge, die er als Typ verkörpert mag, muss man eben anerkennen, dass diese Patzer auch manchmal wirklich schon ein Problem waren, auch in der letzten Saison, das war für mich der Grund, so ein bisschen zurückhaltender bei Leverkusen zu sein, weil ich erwarte, dass es an der Spitze enger zusammenrückt in der Liga und dann werden eben so einzelne Aktionen, die nicht so gut laufen, vielleicht auch eine größere Rolle spielen. Leverkusen war in den letzten sechs Jahren nie schlechter als Platz sechs und letzte Saison sind sie schon maximal schlecht in die Saison reingestartet, deswegen ist das wirklich kein Hot Take, den wir abgelassen haben mit Leverkusen. Ja, das werden wir auch bei den Tabellentipps, denke ich, sehen und wir werden auch relativ schnell wissen, ob Leverkusen in der Saison 23-24 the real deal ist oder nicht, denn nachdem man jetzt gegen Teutonia 05 mit 8 zu 0 gewinnen konnte im DFB-Pokal, das war noch ein Muster mit geringerem Wert, aber es geht gleich richtig los. Heimspiel gegen Rasenballsport Leipzig, auswärts bei Borussia Mönchengladbach, Heimspiel gegen Darmstadt, auswärts beim FC Bayern, Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim. Das heißt, wir haben einmal Rang 3 und Rang 1 der Vorsaison und wir haben die beiden Aufsteiger und ich glaube, alle fünf Spiele mit unterschiedlichen Narrativen, die man da spinnen kann, haben ihre eigene Herausforderung. Ich kann mir da alles vorstellen für Leverkusen sowohl, dass man da sehr gut durchspaziert, wie vielleicht dann doch die Meisterdiskussion viel zu früh aufmachen, als auch, dass man da dann vielleicht dann schon erste Probleme sieht, die wir jetzt ja auch schon mal so angerissen haben. Ein letzter Punkt noch, bevor wir weitermachen, weil es gehört bei allen Teams mit dazu und es gibt auch in diesem Jahr wieder ein paar Überraschungen, was die wirtschaftliche Bilanz angeht, also die sportliche Bilanz, die sage ich ja immer am Anfang, welchen Tabellenplatz hatte man? Sechster, wirtschaftlich, man hat, da geht es dann quasi um die Vorsaison, 2021, 2022 sind die letzten bekannten Zahlen, Verbindlichkeiten wurden abgebaut, bei Leverkusen der Personalaufwand ist aber dafür gestiegen, das ist ein Muster, das werden wir in dieser kompletten Sendung sehen und ich sage, nun wieder und wieder sagen, weil es ist damit zu rechnen, dass mit der nächsten TV-Rechtevergabe Einnahmen sinken werden, das heißt, man könnte das jetzt antizipieren mit kürzeren Vertragslaufzeiten und zumindest bei längeren Verträgen muss man da vorsichtig sein, wie sehr man da ins Risiko geht, da gibt es einige Vereine, die sind hoch im Risiko, Leverkusen natürlich nie wegen Bayer im Hintergrund, man hatte einen Verlust von 7 Millionen Euro, den hat die Bayer AG ausgeglichen, deswegen war das alles nicht so wild, man hat 25 Millionen Euro an Spielerberater unter anderem gezahlt, dass es mehr als andere Vereine insgesamt auf den Transfermarkt eingesetzt haben, aber ihr wisst ja um die Sonderposition von Leverkusen. Die, ich muss einmal kurz nachhaken, die rechte Periode, endet die diese Saison oder kommende Saison? Es wird 24, 25 endet sie und dann geht es weiter. Die Versteigerung ist ja jetzt und die ist ja bald dann irgendwann kommt es ja raus und da wird es ja wahrscheinlich sehr viel weniger Geld geben, hat man jetzt schon mehrfach kolportieren gehört. Genau, das war ja einer der Gründe, also da kann ich nochmal empfehlen, das Tribünengespräch zum gescheiterten Einstieg eines Investors bei der DFL, da haben wir das nochmal aufgearbeitet, weil das war einer der Gründe, warum man diese zwei Milliarden schnell haben wollte, weil man davon ausgeht, dass es weniger wird und wir sehen es jetzt gerade bei der Serie A, gab es jetzt die ersten Probleme mit dem rechten Käufer und bei La Liga bereitet man sich darauf auch vor. während die Saudi-Arabische Liga jetzt bei der Saison gezeigt wird. Herzlichen Glückwunsch dazu, viel Spaß bei diesen Spielen. Es verschiebt sich gerade einiges im Fußball, aber ja, hört euch das Tribünengespräch an, da erklären wir das noch ein bisschen ausführlicher und so ein bisschen ironisch ist es jetzt dann unter diesem Aspekt, dass wir jetzt gerade über Leverkusen gesprochen haben, die wir alle als besser einschätzen als im Vorhinein und wir jetzt beim zweiten Team landen, wo wir uns ebenfalls alle halbwegs einig waren, jetzt gehen die Meinungen schon auseinander und das ist die TSG aus Hoffenheim, also auch ein Team mit einer besonderen finanziellen Struktur. Wie lief es sportlich? Man hat in der letzten Saison Platz 12 erreicht mit Pellegrino Matarazzo, letztlich dann als Trainer, ich denke ihr alle erinnert euch, das war der Wechsel von Breitenreiter auf Matarazzo, zwischendurch war auch schon Alexander Rosen sehr angeknackt, zumindest in der öffentlichen Darstellung und der ist jetzt zum Geschäftsführer aufgestiegen, also scheint zumindest von der Position her fester im Sattel zu sitzen. Bei Hoffenheim ist es ganz interessant, Hoffenheim braucht immer einen Transferplus, um seinen Verlust zu vermeiden, das ist interessant, denn die haben einfach viel zu hohe Ausgaben, hätte man Grilic verkauft können, dann hätte man nämlich die 43 Millionen Euro Verlust ein bisschen auffangen können, die Dietmar Hopp ausglichen musste, beziehungsweise die Holding von Dietmar Hopp, natürlich nicht er persönlich, er hat da gar nichts mit zu tun. Insgesamt in den letzten beiden Jahren 65 Millionen Euro Verlust gemacht, Hoffenheim, also das kann man auch im Hinterkopf behalten, immer wenn von der guten Arbeit gesprochen wird an solchen Standorten, die ist schon da, aber die ist auch, die muss immer querfinanziert werden in den Jahren, in denen es wegen Corona, wegen anderen Dingen nicht so läuft. Dietmar Hopp hatte mal 240 Millionen Euro Eigenkapital als Einlage hinterlegt bei der TSG, 202 davon sind immer noch da, das ist ein sehr, sehr guter Wert, aber insgesamt eben ein dicker Verlust bei der TSG in der Saison 2021-2022 und ich bin gespannt, wie es für 2022-2023 dann aussehen wird, da hat die TSG noch nichts durchscheinen lassen. Aber wir wollen ja aufs Sportliche gucken, Tobi, du darfst mal vorlegen, du hast die TSG als leicht verbessert, Caro hat sie als leicht verschlechtert und ich habe sie als klar besser, deswegen sehe ich hier Ansatz zur Diskussion. Tobi, du darfst mal vorlegen, warum leicht stärker als im Vorjahr? Ja, da hast du jetzt natürlich denjenigen mit dem Mittelweg gewählt, der jetzt gar nicht so die krasse These zur TSG hat. Sie hatten auch eine durchwachsene vergangene Saison, haben sich am erst, am Ende unter Materazzo fangen können, aber auch da dann sehr wankelmütig in den Leistungen, auch Materazzo hat mehrfach betont, dass er die Leidenschaft in der Mannschaft so ein Stück weit vermisst, also dass es wirklich schwere Arbeit war, mit diesem Kader die Klasse zu halten und haben jetzt auch an manchen Punkten den Kader verstärkt. Namentlich vor allen Dingen mit Soloi, wird wahrscheinlich Soloi ausgesprochen in der Abwehr, als Innenverteidigertalent, der da für mehr Stabilität sorgen soll. Rückhörer Grilic im zentralen Mittelfeld, der eben von hier aus die Fäden ziehen soll, der dafür sorgen soll, dass das Spiel nach vorne besser klappt. Justwan, der wahrscheinlich auf den Ausverteidigerpositionen eingesetzt wird, auch ein sehr interessanter Mann, der aber auch offensiv spielen könnte, kommt aus Paderborn und jetzt seit neuestem auch Wehorst als neuen Stoßstürmer, den sie geliehen haben und das ist dann schon so dann zusammengefasst und was mich, was mir auffällt beim TSG Hoffenheim ist natürlich, dass dieses Jugendstil, was mal irgendwann war, dass dieses Jugend zählt über alles, ist so ein Stück weit weg, wenn man jetzt guckt. So ein Grilic wieder da, ein Wehorst vorne drin, man hat vorne jetzt mit Kramaric, Bölter, Wehorst, Bebu, das ist jetzt wirklich kein junger Sturm mehr, sondern das ist wirklich schon Spieler, die alle alt gedient sind. Da bin ich sehr gespannt, wie sich das auswirkt vorne drin, also wie das gespielt ist und ich bin auch noch absolut unschuldig, wie der Spielstil dieser Mannschaft sein wird. Also Materazio ein Trainer, der auch sehr gerne eigentlich auf Umstandfußball setzt, der jetzt aber auch nicht der für die krassesten Pressingpläne bekannt ist, aber auch seine Mannschaft durchaus flach spielen lässt. Da bin ich noch gespannt, wie sich das mit diesem Kader umsetzen lässt, weil der doch diverse Unwuchten hat, sei es auf den Ausverteidigerpositionen, vorne im Sturm eben. Ja, das ist schon nicht ganz so einfach. Ich hatte gerade noch Bölter bei den Neuzugängen, glaube ich, unterschlagen, der ja aber vorne eben dann auch vielleicht dieses Tempo reinbringen soll. Ja, also bin ich sehr gespannt, wie der Kader sich da anstellt. Und Caro, du bist pessimistischer. Warum? Ja, eigentlich hätte ich genau dasselbe zu sagen wie Tobi. Ich habe mich auch, als du angefangen hast, gefragt, warum ist der jetzt, findet er, denkt er, die werden leicht besser? Weil Hoffenheim ist schon also spielerisch uninspirierend, stagnierend gewesen. Für mich die letzte Saison auch ein bisschen langweilig. Die mentale Konstanz hat gefehlt. Das wurde auch klar kritisiert vom Leiter Profifußball, der das gefordert hat. Ja, einerseits, Vechost ist ein wichtiger Transfer, dass sie da so einen klaren Stürmer drin haben. Ich denke, das kommt auch dem Fußball von Matarazzo entgegen. Aber, wenn man sich mal anguckt, seine Wechselhistorie, er ist im Januar 2022 von Wolfsburg zu Burnley gegangen. Dann wurde er direkt zu Besiktas verliehen. Da war ein halbes Jahr, dann war Januar 2023 da wurde er zu Manchester United verliehen und jetzt haben wir Sommer 2023 wieder ein halbes Jahr später und erst bei Hoffenheim. Ich habe das jetzt nicht alles verfolgt, was bei diesen Mannschaften war, aber wenn ein Spieler überall nur ein halbes Jahr hängt, dann kann er nicht so überzeugend gewesen sein. Also ich kann es dir sagen, bei Burnley hatte er zwei Tore in 20 Spielen, bei Besiktas hatte er acht Tore in 16 Spielen und bei United hatte er kein Tor in 17 Ligaspielen. Er hatte zwischendurch noch bei der WM einen glorreichen Auftritt im Viertelfinale, das war es dann aber auch. Okay. Ja, ich, das ist, ja, jetzt hadere ich ein bisschen mit meiner Bewertung. Nein. Caro? Nein, es gibt auch viel Positives. Doch, doch, weil nämlich Weghorst für mich der Grund war, warum ich sie von Leich besser auf klar besser gesetzt habe. Weil ich mir nämlich, also ich muss dazu vorausschicken, dass ich Matarazzo als Trainer positiv sehe und ich ihm zutraue, da eine Entwicklung hinzubekommen, auch wenn wir die nicht gesehen haben. Man muss dazu sagen, die letzte Saison, das war schlecht und da waren einige Spiele mit dabei, die waren einfach überhaupt nicht gut, auch unter Matarazzo. Aber ich gehe erst mal positiv von der Trainerposition ran und dann habe ich mir nämlich angeguckt, okay, was haben sie denn auf den Positionen gemacht oder mit den Spielern, die mir gefehlt haben in der letzten Saison und da war nämlich alles erfüllt bis auf den Mittelstürmer und den haben sie dann mit Weghorst geholt und da ist die Bilanz nicht gut, die er hatte. Ich habe es halt nicht gesehen wahrscheinlich. Ist das der Vorteil für Wout Weghorst, dass ich noch den alten Bundesliga Weghorst im Kopf habe und der hat ja, wenn er nicht gerade auf Instagram aktiv war, eine sportlich sehr gute Bilanz gehabt. Aber ich fand nämlich, ansonsten hat es alles gepasst. Ich finde, die Innenverteidigung wurde total interessant verstärkt mit Attila Schallay, der ja bei Ungarn in der Innenverteidigung auch spielt und wir erinnern uns an die Innenverteidigung Ungarns, die ist jetzt nicht so schlecht, die können was und der hat vor allem auch eine Robustheit, die eben manchmal den anderen da fehlt, also den Gefühl 18 anderen Innenverteidigern, die Hoffenheim hat, also Innenverteidigung, da sind sie dick besetzt, keine Sorge, könnte Leverkusen nochmal einen holen, aber gut, nur so eine Idee. Dann haben sie mit Böter quasi Prömel 2.0 geholt, also damit tue ich jetzt beiden ein bisschen Unrecht, aber ihr wisst, was ich meine, halt eben diese Art von Fußballspieler, der alles reinwirft, der auch mitreißend mit seinem Einsatz spielen kann, das fehlt Hoffenheim brutal. Sie haben natürlich mit Baumgartner jemals jemanden verloren, aber das ist eigentlich auch der einzig große Abgang, finde ich, den man so nennen muss, bei Hoffenheim, den André Linio zum Beispiel, der hat jetzt keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. Florian Grillitsch, was auch immer da jetzt los war mit seinen Beraterwechseln und dem Wechsel dann zu Ajax, wo dann Schreuder und Kaltenbach ihn empfangen haben und dann aber selber wieder weg waren, aber es könnte sein, also eigentlich kann ja Florian Grillitsch sehr gut spielen auf verschiedenen Positionen und da gebe ich ihm den Benefit of a doubt, dass das jetzt einfach doof gelaufen ist und dann eben, also sprich, wir haben quasi Abwehr jemanden Neues, wir haben im Sturm, im Offensiven jemanden, der eine neue Mentalität reinbringen kann, du hast mit Grillitsch jemanden, der das Ganze lenken kann und dann haben sie noch Weghaus geholt als jemand, der die Tore machen kann und dann war ich soweit zu sagen, okay Hoffenheim, angesichts auch der Tatsache, dass ihr nur auf Platz 12 gelandet seid, sehe ich euch klar stärker als im Vorjahr, aber besser als Platz 12 muss das sein. Ja, du hast natürlich vollkommen recht mit der individuellen Klasse und auch dem Können, der im Kader ist. Was mich so ein bisschen irritiert hat, war, dass Hoffenheim alle Beteiligten sich sehr darauf fokussiert haben, von einem Prozess zu reden und zu vermeiden, irgendwelche Saisonziele auszugeben. Klar, es hat sich auch auf der Leitungsebene viel verändert. Alexander Rosen wurde befördert zum Geschäftsführer Sport, technischer Direktor, Leiter Profifußball und das ist so eine Neuausrichtung, mit demselben Potenzial, aber auch Matarazzo sagt immer, ja, unser Fokus liegt auf dem Prozess und ja, also so viel Prozess, was für ein Prozess, also und was ich auch ganz interessant fand, ist, dass es immer so ein bisschen Kritik an der medizinischen Betreuung bei Hoffenheim gab. Das war bei mir dann auch ausschlaggebend, warum ich sie dann so ein bisschen schlechter dann doch gewertet habe, neben dem, was ich am Anfang erläutert habe, aber klar, die individuelle Klasse und das können, das lässt sich nicht bestreiten bei Hoffenheim und wird wahrscheinlich auch sie dann doch, ja, weiter nach vorne tragen. Das mit dem Besser und Schlechter ist natürlich auch immer so ein bisschen abhängig von der Vorsaison und wo die Basis ist. Ich traue ihm jetzt aber jetzt nicht den großen Sprung zu. Ich bin gespannt, ich lasse mich da gerne überzeugen, weil ich auch Matarazzo's Arbeit in Stuttgart zumindest am Anfang sehr geschätzt habe und auch den Stil, den er pflegt, ist eigentlich genau den Stil, den ich sehen möchte. Aber mir sind dann noch so viele Unwuchten. Wenn zum Beispiel Grillitsch ist jetzt auch nicht der dynamischste Spieler, dann hast du einerseits Grillitsch, Diller, hast du Geiger auch noch, so ein Mittelfeld und dann aber auf der anderen Seite Prömel, Bülter, so eine richtig dynamische Mannschaft. Mir fehlt dann noch die Fantasie, wie das eine in das andere alles nachher greifen wird. Aber vielleicht hat Matarazzo sich da was zu überlegt. Ich fand es auch in den Testspielen war es nicht heraushagend. Ja, dazu muss ich sagen, weil ich weiß, dass du immer bei den Testspielen total fleißiges Bienchen bist und die dir sogar anguckst, Tobi, dass ich immer so ein bisschen ausklammere, weil da kann man sich auch ganz fies täuschen lassen in den Testspielen. Ja, klar, na klar. Deswegen, das kann sein, das ist tatsächlich der Teil, wenn mir das nicht irgendjemand von den Hörerinnen und Hörern im Forum erklärt, wie die Testspiele liefen, das weiß ich nicht. Da gucke ich nicht rein. Ich meine, es ist auch eine Frage der Bemessungsgrundlage. Ich glaube, so hieß ja die letzte Saison, Frau Schauer, dann auch im Titel. Also meint man jetzt stärker als im Vorjahr nur auf den Tabellenplatz bezogen, da muss ja Hoffenheim fast besser sein. Ich denke, bei uns ist es immer so ein Misch aus allem. Bei mir kam auch noch der Spielplan mit rein, denn ich finde, dass Hoffenheim eigentlich ein ganz gutes Auftaktprogramm hat. Man spielt gegen Freiburg zu Hause, in Heidenheim, gegen Wolfsburg zu Hause, in Köln, bei Union und dann gegen Dortmund. Keins dieser Spiele ist einfach und da kann man auch stolpern, aber würden wir eine Niederlage in Wolfsburg, würden wir das als Stolpern bezeichnen? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass das so ein Saisonstart ist, wo Hoffenheim eigentlich, wenn sie irgendwelche Punkte holen, relativ gut in die Saison reinkommt und das spielt da manchmal auch eine Rolle. Das war dann für mich so das letzte, das letzte Müh, was mich von leicht besser auf klar besser als im Vorjahr gebracht hat. Aber gut, wir werden es sehen. Wollt ihr noch was ergänzen zu Hoffenheim oder sollen wir weitergehen? Wir machen weiter und dann landen wir bei Rasenballsport Leipzig. Auch da waren wir uns nicht komplett einig, aber in der Tendenz sind wir gerade noch bei leicht besser gelandet. Sicherlich ist da auch die Frage, welche Bemessungsgrundlage legt man an. Also Leipzig in der Vorsaison, wir erinnern uns, Dritter geworden unter Marco Rose. Da gab es den frühen Trainerwechsel von Tedesco zu Rose. Dann kam auch noch Max Eberl. Dann kam auch noch Ruben Schröder. Also es war wirklich einiges los. Und übrigens Manuel Baum kam jetzt auch als Leiter der Nachwuchsabteilung. Das ist jetzt im Juli geschehen. Also einige bekannte Namen jetzt bei Leipzig. Wie sieht es bei den Leipzigern finanziell aus? Man hat 2018, 2019 noch 100 Millionen Euro Schulden in eine Kapitalrücklage umgewertet. Das war ein sogenannter Debt Equity Swap. Das wurde damals heiß diskutiert, ob das jetzt wirklich dann, ob das ein Schuldenerlass sei oder nein. Denn auf dem Papier ist es kein Schuldenerlass, aber es ist nicht zu erwarten, dass Red Bull dieses Geld wieder zurückhaben möchte. Seitdem hat aber Raba sowieso nochmal 150 Millionen Euro neue Verbindlichkeiten aufgebaut. Man hat immerhin vom Rohergebnis her das dritthöchste in Deutschland. Also es kommt auch Geld rein. Der Personalaufwand ist übrigens genauso hoch. Auch da dritthöchster Wert. Also diese, die Vergangenheit, dass man geringere Gehälter gezahlt hat, das stimmt nicht mehr. Jetzt ist man einfach Top 4 der Bundesliga, zahlt man. Top 4 verdient man aber auch. Und man holt ja auch meistens sogar besser als Top 4 über Transfers Geld rein. Und das ist auch in dieser Transferperiode passiert. Denn man hat einige wichtige Spieler verloren. Darunter Christopher Nkunku, Guardiol, Dominik Sobosley und Conny Leimer. Die alle sind gegangen und dafür sind Caro Spieler gekommen. Ja, und das ist wahrscheinlich jetzt dann das, wo sich so unsere Bewertungen unterscheiden. Das sind alle Spieler, da kann man richtig ins Träumen und ins Schwärmen geraten. Man kann aber auch bei allen sagen, naja, mal gucken, ob das in der Bundesliga funktioniert. Ja, wie du gesagt hast, bei RB Leipzig hat sich viel verändert durch die Abgänge und die Zugänge und das sind Talente sehr, sehr, sehr begabte Spieler. Gleichzeitig bleibt aber auch die Viererkette trotz dieser ganzen Veränderung zusammen. Es sind immer noch Orban, Simakon, Raum und Henrichs. Um zu den Zugängen zu kommen, da ist einmal der Ersatz für Konrad Leimer, Nikolaj Seilwald von RB Salzburg. Überraschung, 22 Jahre alt, österreichischer Nationalspieler. hatte eine Ausstiegsklausel von 20 Millionen Euro und ist jetzt der 19. Spieler, der von RB Salzburg zu RB Leipzig kommt in den letzten neun Jahren. Aber ja, ähnliche Spieleideologie und dann ist es immer der berühmte nächste Schritt, der dann gewagt wird und es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass der gut funktionieren wird. Wer bei Salzburg funktioniert, warum sollte der nicht bei Leipzig funktionieren? Das Risiko ist einfach sehr, sehr gering bei diesen Transfers. Dann haben wir auch ebenfalls von Salzburg Benjamin Sesko, 20 Jahre, sehr groß, 16 Tore in 30 Spielen, ist sehr präsent auf dem Platz und effizient ebenfalls. Und dann haben wir noch ein paar andere Transfers, nicht von Salzburg, da kommt einmal von Hoffenheim Christoph Baumgartner für 24 Millionen, dann wird er Dani Olmo Konkurrenz machen, ist halt die Frage jetzt nach dem Supercup-Spiel mit Dani Olmo. Dann kommt von Liverpool noch ein 20-jähriger Portugiese, geliehen ohne Kaufoption, Fabio Cavallo, da können jetzt auch ein kleiner Aussprachefehler drin sein. Und dann für 40 Millionen noch ein Transfer, so Typ Werner, der ist Luis Openda und kam von RC Lens und er ist eher so ein Abstauber als ein Vorlagengeber, er hat 21 Tore geschossen, ist für eine sehr geradliegende Spielweise bekannt und hat in meinen Augen auch gute Chancen, wenn man sich überlegt, in was für einer Form Timo Werner ist. Ich meine auch André Silva ist komplett hinüber irgendwie bei Leipzig, jetzt habe ich schon sehr, sehr viel gesprochen über einzelne Spieler. Ich habe sich nicht als besser bewertet, weil sie sind ja schon Dritter geworden, können gerne nochmal werden. Es wird sich viel verändern, es wird interessant sein, was sich da tut bei Leipzig. Tolle Spieler verpflichtet, aber das ist jetzt auch nichts Neues für Leipzig, dass die sehr spannende und vielversprechende Talente verpflichten und passend top ins RB-System, was soll man sagen. Wobei so spannend finde ich diesmal gar nicht so sehr. Openda hat 22 Tore letzte Saison in der Liga A geschossen, die Spieler brauchen ein bisschen Anlaufzeit in Deutschland, aber es ist jetzt keine wesentlich schlechtere Liga als die Bundesliga. Mit Stavis Simons, Cavalio, zwei Spieler von Top-Vereinen ausgeliehen, da ist man überhaupt kein Risiko eingegangen und Stavis Simons hat schon gleich gezeigt im Supercup, dass er sehr kreativ ist und auch so einen Flair reinbringen kann. Und ansonsten hast du es ja schon gesagt, ansonsten hat man sich halt in Salzburg bedient. Aber das ist jetzt glaube ich so, wenn jetzt irgendjemand erzählt, dass die so eine besonders geile Transferstrategie haben, die Leipziger, da möchte ich gerne widersprechen, die haben Geld, wissen das auch einzusetzen, aber da ist jetzt kein Transfer, der mega kreativ aussieht, aber das muss man ihnen lassen, das sind alles Transfers, glaube ich, die gut passen. Und ich habe das Gefühl, dass noch so ein paar Jahren das Herumirrens in der Frage, wie geht das der nächste Schritt für Rasenballsport, dass da jetzt so wieder diese Rückbesinnung auf defensive Stabilität, Umschaltspiel, auf Vollgas, auf wir sind am schwersten zu knacken, aus dem Spieler rauskriegen, wer keine Gegentore ist. Und da glaube ich schon, dass so ein Openda defensiv besser funktioniert, dass ein Sesko im Zweifel defensiv besser funktioniert als ein Konku oder Silber. Ich glaube, Werner auf links außen zu setzen, ist ein guter Schachzug, auch ihn da so ein bisschen von der Last zu befreien, die Tore die Weiß-Rose auch einzusetzen und mit Seibald jetzt ein Spieler im zentralen Mittelfeld, der auch den absichernden Part geben kann. Also Seibald sagt er selber auch immer wieder kein Conny Leimer 2.0, sondern sieht sich eher in tiefen Räumen als absichernden Spieler für seinen Kollegen. Das kann dann gerade im Zusammenspiel mit Schlager sehr, sehr gut funktionieren. Und das ist das, was mich in dem Sinne positiv gestimmt hat, dass die Mannschaft wieder einen klareren Kern hat und Rose weiß, was er tun muss. Jetzt muss man aufpassen, diese Supercup 3-0-erfolg zu hoch zu bewerten, weil das natürlich wieder eine andere Frage ist. Und das ist das, was Leipzig vergangene Saison so gut geschafft hat und was Pokalerfolg unter anderem mit diesem wahnsinnigen Sieg gegen Dortmund geführt hat, dass sie gegen den Ball stark sind. Aber in der Bundesliga im Alltag wird das Spiel mit dem Ball gefragt sein. Und da habe ich noch einige Fragezeichen. Aber grundsätzlich sehe ich den Kader als nicht schlechter ein als vergangene Saison. Im Gegenteil, man hat noch so ein gewisses mehr an Zusammengehörigkeit. Also eine klarere Spielidee kann man jetzt erkennen als einfach nur wir haben einen Kunku und das wird dann schon irgendwie uns offensiv genügen. Ja, ich hatte ganz ähnliche Gedanken. Ich bin ja auch bei der Bewertung leicht besser gelandet und wir können gespannt sein, was das für den Tabellentipp noch bedeutet. Da habe ich mich heute den halben Tag mit rumgequält, diese Einschätzung zu Leipzig in einen Tabellentipp zu gießen. Aber dazu kommen wir später in der Sendung. Ich glaube eben auch, dass eben diese Identität, die man jetzt unter Rose gefunden hat, die ist jetzt wieder stringent. Ich finde, es gibt kaum besseren Kader als Leipzig in der Liga eben in der Kombination mit Spielern wie Xavier Schlager und Danny Olmo, Willi Orban und dann eben herum all diese jungen, schnellen Spieler. Ich finde, jeder einzelne der Verpflichtete kann hervorragend funktionieren und das muss man ja auch sagen. Ich meine, Leipzig nimmt irre viel Geld in die Hand, um französisches Talent zu kaufen. Ich sage es jetzt einfach mal, wie es ist. Man holt sich Salzburger Talent und dann holt man sich französisches Talent. Manchmal ist das das ist die Identität, die man haben will und das kann aber funktionieren, denn wir alle haben gesehen, was diese jungen Spieler, die aus Frankreich kommen können und wir haben, glaube ich, noch gar nicht alle genannt. Castello Luqueva zum Beispiel gehört noch mit dazu, den hat man sich für die Innenverteidigung geholt, ist französischer U21-Nationalspieler, hat in der letzten Saison für Lyon 38 Einsätze gemacht, kann in allen Variationen hintendrin spielen. Man hat auch mit Bici Abu von PSG noch einen weiteren Innenverteidiger geholt, 18 Jahre, 15 Millionen Euro, das sind die Dimensionen, in denen Leipzig da wirtschaftet, der könnte Guardiol ersetzen, hat sich das Innenband im Knie gerissen, das heißt, den sehen wir jetzt nicht gleich, das kann auch sein, dass wir quasi jetzt dann nach dieser Saison noch keinen bleibenden Eindruck von ihm haben, aber grundsätzlich ist es ein sehr robuster Spieler, 1,96 Meter groß, 95 Kilogramm, also der ist richtig, das ist ein richtiger Bulle, wie gesagt, wir werden ihn jetzt nicht sehen können und dann eben die von euch genannten und dann eben schon eine leichte Abkehr, finde ich, vom Leipziger Modell, dass man sich mit Simmons von PSG einen 20-jährigen offensiven Mittelfeldspieler holt und mit Carvalho von Liverpool einen genauso 20 Jahre alten Offensivmittelfeldspieler, aber nach dem, was ich gehört habe, hat man keine Kaufoption für beide, also deswegen habe ich eben das Gefühl und ich weiß nicht, wie deine Gedanken dazu sind, Caro, aber ich habe das Gefühl, Leipzig ist in einem Win-Now-Modus, sie haben jetzt ihre Identität, sie haben den Trainer, den sie haben wollen, sie haben den Spieß, Leipzig sagt, die Saison wird so richtig krachen. Die These würde ich genauso unterschreiben. Ja. Ich sehe schon, und Tobi wird wahrscheinlich auch nicht so arg zweifeln. Ja, du hast schon recht mit diesem Win-Now, wobei, ja klar, sie haben aber auch dann wiederum, das spricht ja wieder sowas wie Openda gegen, wo du auch schon gesagt hast, und Luke Heber, die werden ein paar Tage brauchen, um sich in der Bundesliga zu akklimatisieren. Ist ja immer noch so eine andere Sache, in Frankreich zu spielen oder in der Bundesliga, Bundesliga ist eine Liga technisch nicht ganz auf dem allerhöchsten Niveau wie in Frankreich, aber vom Tempo her nochmal eine andere Nummer. Da bin ich gespannt, wie die das hinbekommen, aber ich würde dir schon grundsätzlich zustimmen. und deswegen habe ich es ja auch als Stärke eingeschätzt, weil ich das Gefühl habe schon dieses Jahr, da möchten sie auch, dass was geht. Ob es was geht, ist dann wieder eine andere Frage, vielleicht eher auch eine Mannschaft, die von dem Spielstil her eher in Pokalwettbewerbe passt als in eben diese Bundesliga, die diese Saison, das werde ich später noch öfter sagen, anders ist nochmal ein Stück als in den vergangenen Jahren durch die beiden Aufsteiger. Bin ich sehr gespannt, ob sie da die ganz vorne angreifen können. Ich hatte gerade einfach diese Zahlen im Kopf, die Leipzig ausgegeben und eingenommen hat und war dann mit dem Kopf irgendwie bei Bochum, Darmstadt und Heidenheim schon ein bisschen im Vorgriff, weil ich finde es auch, ich muss auch sagen, ich finde es irgendwie, ich habe da gemischte Gefühle, dass ein Konku zu Chelsea wechselt, die spielen nicht mal Champions League. Das finde ich, also klar, es ist Chelsea, aber er wird keine Champions League spielen in der kommenden Saison und ja, keine Ahnung. Na gut, aber er spielt halt bei einem Verein, der überregional interessiert und der auch, also und in der Liga, in der einen Liga, die global total interessiert. Also ich verstehe, was du meinst. Ich meine, das muss man dann immer individuell betrachten, wie Spieler da zu ihren Wechselentscheidungen kommen, aber nachvollziehen kann ich das schon, dass du, wenn du auch der überragende Spieler bei Leipzig bist und dann aber auch siehst, naja, man holt irgendwie einen Pokal, dafür lässt man sich auch zu Recht feiern und so weiter, aber mehr war ja auch nicht drin für Leipzig. An allen anderen höher ging es nicht hinaus. Da kann ich auch verstehen, dass man sagt, na dann will ich das wenigstens in der besten Liga der Welt machen und nicht in der, wo ich immer Bayern hinterher renne. Ja, ja Leipzig steigert einfach weiter seinen Wert, wie der Plan auch ist. Immer schön teuer verkaufen, teuer einkaufen und noch teurer verkaufen. Hilft ja auch fürs Financial Fairplay, wenn man da solche Sachen mit dabei hat. Also es ist auch vom Wirtschaftlichen her extrem interessant, was Leipzig macht. Von den Verbindlichkeiten her fast 300 Millionen Euro Verbindlichkeiten im Profifußball-Rang 36. Da gibt es nur noch ganz wenige, die mehr haben. Aber weil die Verbindlichkeiten eben gegenüber zum Teil Red Bull sind, muss man es anders bewerten. Und naja, alle anderen Dinge, die man zu Leipzig sagen könnte, die kennt ihr auch selber. Liebe Leute, der Auftakt wird interessant werden. Es geht nach Leverkusen, ich habe es ja vorhin im Leverkusen-Segment schon kurz angesprochen, dann zu Hause gegen Stuttgart, dann an die Alte Försterei, wir nennen uns Union und Leipzig. Da gibt es auch schon so eine kleine Historie, in dem Bereich haben sie eine Historie. Und dann wird man auch relativ bald gegen Bayern zu Hause spielen. Und dann sehen wir ja, wie das funktioniert und dann sehen wir, wo wir mit unseren Prognosen landen. Wo wir jetzt, aber jetzt schon gelandet sind, ist am Ende des Segments der Teams, die stärker als im Vorjahr sind. Jetzt sind wir schon bei denen angelangt, bei denen wir sagen, naja, ungefähr gleich stark wie im Vorjahr. Hier gibt es natürlich Nuancen, das heißt Teams, die wir noch tendenziell etwas positiver sehen und Teams, die wir etwas negativer sehen. Aber wir sind jetzt schon in diesem Segment gelandet. Ich kann mich an keine Saison, Frau Scheu, erinnern, in der das nach drei Teams schon der Fall war. Muss gestern, das muss da euch die Schuld in die Schuhe schieben. Ihr seid negativer unterwegs als ich. Also Caro hat kaum welche, die besser sind. Du hast auch dich, du hast glaube ich auch nur zwei, die du wirklich besser siehst und sonst ab und zu ein bisschen leicht besser. Ja, du hattest sechs Vereine besser. Ich habe zwei klar besser und vier leicht besser. Und tatsächlich, Caro hat nur zwei besser. Ich habe, nein, nein, wirklich? Ich hatte viel zu viel. Ich weiß, dass ich da hier, ich saß hier vorgestern und habe mir das angeguckt, Caro kann nicht sein, dass hier alle Teams besser sind und mithalten können. So funktioniert das nicht. Wie soll denn der arme Max seine Tabelle draus basteln? Und anscheinend habe ich dann nochmal einen kleinen U-Turn gemacht. Aber es kommen noch Mannschaften, die ich besser sehe. Zwei kommen noch. Ja, das ist richtig. Stimmt. Die haben es nämlich bisher nicht ins Besser-Segment gepasst. Aber es ist ja gut, es ist ja gut für die Diskussionsgrundlage und ich glaube eben auch, also ich glaube, ich weiß schon, welchen Punkt du machen willst, was sich mit den Aufsteigen verändert hat in der Liga. Ich habe aber auch generell das Gefühl, dass ich manche Sachen, wir hatten eben eine Ausnahmesaison letzte Saison mit der Schwächephase von Bayern, mit der Stärke von Union, von Freiburg, Schwäche von Leverkusen, Schwäche von Hoffenheim, am Ende wieder Schwäche von Wolfsburg und so weiter und so fort. Ich muss jetzt nicht noch mal den Royale für die letzte Saison nachholen und manches ruckelt sich da zurecht und dann kommt man eben dann irgendwie bei, naja, halbwegs so wie es zu erwarten gewesen, wäre schon in der letzten Saison raus. Das ist ja vielleicht noch ein Fakt, für den man einmal kurz ansprechen kann, dass wir jetzt drei Saisons hatten hintereinander, die außergewöhnlich waren. Wir hatten die 2021 Saison, die durch Corona unterbrochen wurde, dann hatten wir 2021, 2022, wo die EM vorher stattfand, die da reingeschoben wurde und wo noch ganz viel anderes nicht hundertprozentig so lief wegen Corona und dann hatten wir 2022, 2023 mit dieser WM-Pause, die da einfach zwei Monate mittendrin die Bundesliga pausiert hat, was ja auch noch mal so Sachen durcheinander gewirbelt hat. Und jetzt haben wir wieder mal so eine normale Saison, weswegen, wenn ich auch nachher meinen Tabellentipp angucke, der wird nicht ganz so außergewöhnlich werden, weil, ja, wie gesagt, das wird, glaube ich, so eine gewisse Zurückkehr zur Normalität stattfinden. Keine Angst, wenn außergewöhnlich bin ich, glaube ich, diesmal da beim Tabellentipp. Da lehne ich mich aus dem Fenster. Aber erst wollen wir über Borussia Mönchengladbach sprechen, denn die haben Tobi, Tobi hat sie als klar besser, Caro und ich, wir haben sie als ungefähr gleich stark wie im Vorjahr. Das heißt, wir starten mit ihnen in dieses Segment. In der letzten Saison unter Daniel Farke Platz 10 erreicht, aber ihr alle wisst, Daniel Farke ist nicht mehr Trainer bei Gladbach, sondern Gerardo Seuane ist wieder mit dabei. Der wird jetzt in der Bundesliga wieder trainieren und wird versuchen, bei Gladbach einen Umbruch einzuleiten, der auf vielen Ebenen wahrscheinlich notwendig ist, denn das ist eine der Erkenntnisse der letzten Saison, dass da viel im Argen lag. Und dementsprechend kann man, glaube ich, auch auf die Transfers gucken. Man hat mit Thüram, Hoffmann, Stindl und Benze Baini einige Stützen verloren. Es ist allerdings auch erkennbar, Tobi, dass eine Verjüngung des Kaders stattfindet, also dass man das zum Anlass nimmt, jetzt auch quasi neue Hierarchien zu bilden. Und ich nehme an, dass dann die Transfers einer der Gründe dafür sind, warum du sie als stärker als im Vorjahr siehst. Ja, also da ist auf jeden Fall ein riesiger Umbruch, du hast es schon genannt, welche Schlüsselspieler alle weggegangen sind. Elwedi wird wahrscheinlich noch gehen, stand jetzt auch im Pokal, nicht in der Startformation. Kone wäre wahrscheinlich auch versilbert worden, hat sich aber jetzt verletzt, weswegen das noch so ein bisschen fraglich ist und auch das Mittelfeld bei Gladbach jetzt nicht gut besetzt ist. Aber sie haben jetzt einmal einen kompletten Umbruch und nicht nur so stückchenweise und ganz klein bisschen, sondern einmal so wirklich komplett auf links gedreht. Und da ist natürlich jetzt die Skepsis groß vielerorts, weil das natürlich sehr, sehr viel ist und auch sehr viel Verlust an Qualität. Ich glaube aber, dass sie mit Seohane und den neuen Spielern einen neuen Stil prägen können, der auch so ein bisschen wieder abweicht von dem, was sie in der vergangenen Saison mit Farke an Ballbesitzfußball versucht haben. Sie haben sich sehr, sehr viel Tempo und sehr, sehr viel auch geistige Geschwindigkeit eingekauft. Spieler, die sehr schnell schalten, die sehr stark nach vorne drängen, die auch sehr stark nach vorne spielen. Also da haben wir mit Honorat einen Außenstürmer, der häufig den Weg Richtung Tor sucht. Wir haben vorne mit Quanchara einen Spieler, der aus Tschechien gekommen ist, einen sehr pressing-starker Stürmer auch mit einem hohen Tempo, der auch immer wieder den Weg in den Strafraum sucht. Mit Rannos noch einen Ersatzmann, der auch bei hoher Kreativität verfügt, auch im 1 gegen 1 stark ist. Wir haben noch Hack dazu bekommen von Bielefeld, der jetzt nochmal seinen Weg in den Profisport suchen möchte und in der Verteidigung mit Wöber noch einen neuen Verteidiger, der eben für eine gewisse Absicherung und Stabilität stehen soll. Und das möchte jetzt Siwane in einen ganz neuen Stil, das hat man auch schon in den Testspielen erkannt, 4-2-4 häufig gespielt, mit vielen Positionswechseln vorne, viel Tempo und das ist nochmal was ganz anderes, was auch sehr interessant funktioniert hat, finde ich. Und da hat zum Beispiel Ngumu, der ja im Winter gekommen ist, noch gar keinen, noch gar keinen Eindruck hinterlassen hat in Gladbach, der hat es jetzt richtig durchgeschaut in der Vorbereitung und das sah in der Vorbereitung sehr, sehr interessant aus, kann natürlich alles auf Bundesliga-Niveau wieder nicht funktionieren. Das ist jetzt wieder das, wo du Max sagen wirst, ja besser, Max schaut sich keine Testspiele an, das ist meistens ein Muster ohne Wert und ja, das kann sein, dass es ein Muster ohne Wert ist, aber Siwane ist ein Trainer, der denkt eher, 4-3 ist besser als 1-0 und das wird er auch umsetzen in Gladbach jetzt. Ja, ich, also Siwane wird da jetzt eine komplett neue Mannschaft in gewissen Teilen aufbauen müssen und ich sehe es eher ein bisschen gleich gut oder ein bisschen schlechter, weil im Mittelfeld und im Sturm, die sind ohne Bundesliga-Erfahrung und insgesamt sehe ich da den Kader schwächer als in der letzten Saison, weil wenn wir uns die Abgänge angucken, die du ja auch schon erwähnt hast, da ist Benze Baini zu Dortmund, Thüram zu Inter Mailand, Hofmann zum direkten Konkurrenten, sage ich jetzt mal, Bayer Leverkusen, das ist schon eine Schwächung der Mannschaft und in den letzten beiden Jahren hat Borussia Mönchengladbach einfach verloren, von der Topmannschaft sind sie ins Mittelfeld gerutscht und für mich hätte man den Umbruch starten müssen, als Matthias Ginter zu Freiburg gewechselt ist und da hat man den Zeitpunkt ein bisschen verpackt, fast in meinen Augen den Umbruch einzuleiten. Ja, aber ich glaube, dass trotzdem Gladbach hochkonzentriert spielen wird, Seohane wird viel laufen lassen, es wird ein konstruktiver Fußball werden, das ist zumindest die Philosophie von ihm, also das kann in beide Richtungen gehen und deswegen ist es da auch schwer, für mich eine Prognose abzugeben und deswegen habe ich mich auf wieder irgendwo um Platz 10 rum geeinigt. Aber ich denke, der Anfang wird holprig werden, aber es ist sehr viel Potenzial vorhanden und da muss man auch geduldig sein, einfach beobachten, wo sind da die Ansätze und es wird sich weiterentwickeln und es wird in seine Plätze fallen. Die Viererkette ist im Übrigen auch, da hat sich nichts verändert, Netz, Elvidi, Itakura, Scully und wir haben einen neuen Führungsspieler mit Jonas Umner, Julian Weigel, den man übrigens nach der Laie von Benfica Lissabon fest verpflichten konnte und Florian Neuhaus ist auch noch da, also es sind auch noch Gladbacher da. Ja, das wäre jetzt so mein Take zu Gladbach. Ich muss sagen, ich habe mich bei Gladbach sehr schwer getan, insofern, als ich da mich erstmal loslösen musste von der Panik, die ich im Fanumfeld wahrnehme und die ich auch nachvollziehen kann. Also ich habe auch Prognosen gesehen, dass Gladbach um den Abstieg spielen würde oder gegen den Abstieg und ich kann das verstehen, wenn du dir eben einfach anguckst, was sich da wieder verändert hat bei Gladbach und das jetzt schon wieder der Spieß, die auch schon wieder verändert werden soll. Also dieses Hin und Her und Hin und Her gemixt noch mit unglücklichen, also Pech auf dem Transfermarkt und auch ein bisschen Problemen in der sportlichen Leitung mit dem Abgang von Max Eberl und so weiter. Das ist alles ein sehr, sehr unguter Mix. Aber ich bin dann letztlich dazu gekommen, die als ungefähr gleich stark wie im Vorjahr einzustufen und das meine ich so, wie ich sage, also ungefähr so Platz 10 oder so, also so, dass man vor ein paar Jahren noch enttäuscht gewesen wäre. Genau aus diesem Grund. Ich glaube, zum ersten Mal hat Gladbach wieder eine Erwartungshaltung, die Raum lässt für die Spieler, für die jungen Spieler positiv zu überraschen und vielleicht auch eben mit mehr Tempo, mit einem schnellen Umschaltfußball, der nicht der Lieblingsfußball von allen ist, die Fußball gucken, der aber ein Stadion auch mitreißen kann, wenn er gut ausgeführt ist und das kann Seohane. Ich glaube, dass das tatsächlich der eine Faktor ist, der Gladbach helfen kann in dieser Saison. Die Erwartungshaltung ist schlecht, es wird zum Teil das Schlimmste befürchtet und ich glaube, so schlimm wird es nicht werden, wenn ich mir den Kader angucke, wenn ich mir den Trainer angucke. So bin ich dann eben bei der Einschätzung gelangt. Ich habe über ganz ähnliche Punkte nachgedacht wie ihr zwei, aber letztlich, letztlich ist dann unterm Strich, weil sie so schlecht waren letzte Saison und es so ein Chaos war, kann es nur besser werden. Ja, 39 von 52 Saisontoren sind übrigens gewechselt. Weg. Ja, wobei ich andererseits, die letzte Saison war halt schlecht von Gladbach und wir reden jetzt ja nicht nur über das Tabellenergebnis am Ende, sondern auch das Feeling, was hinterlassen wurde. Das war, glaube ich, wird sich jeder Gladbacher einig sein mit, das war eine miese Saison einfach. Auch die ganze Stimmung um den Verein war nicht gut und da finde ich es halt dann jetzt diesen ganzen Neuanfang zu wagen und dann nicht nur so einzelne Spieler auszusetzen, sondern auch mal zu gucken, da muss sich jetzt eine ganze neue Führung in der Mannschaft bilden. Also da sind ja auch nicht nur die Topscores, sondern auch die Führungsspieler weggegangen. Und da bin ich gespannt, ob dann da neue Spieler reinrücken können. Das kann auch furchterlich nach hinten losgehen, da stimme ich dir zu, Caro, aber ich bin da einfach eben durch die Spieler, die sie da haben, die sie geholt haben, positiv gestimmt. Ich glaube, das ist auch eine Frage von der Erwartungshaltung, wenn du sagst, es kann nach hinten losgehen, geht es nach hinten los, wenn Gladbach wieder auf Platz 10 oder 9 oder 11 landet, ist es dann nach hinten losgegangen oder war es dann eine okaye Saison am Ende? Ja, klar, aber Max hat es ja schon gesagt, also ich habe jetzt auch, der Freund hat er auch gesagt, die kommen auf Platz 16, also das habe ich jetzt schon öfters gehört, dass die um den Abstieg mitspielen werden und da bin ich dann positive gestimmt, sage ich mal so. Okay. Dahingehend positiver. Man muss dazu sagen, die Lage bei Gladbach, die ist auch alles andere als undramatisch, auch was die Wirtschaftlichkeit angeht. Man hat die Verluste aus den Geschäftsjahren 20 und 21 nochmal übertroffen. Man hat, erst hat man 17 Millionen, dann 15 Millionen und jetzt 25 Millionen Euro Verlust gemacht. Gründe dafür ist, dass man weniger TV-Geld bekommen hat. Die Entlassung von Adi Hütter hat eine Sonderabschreibung von 5,7 Millionen Euro im Personalaufwand verursacht und man hat 11 Millionen nicht bekommen, die man für die Champions League Teilnahme noch gekriegt hatte. Das konnte man ein bisschen kompensieren durch höhere Transfers, Spieltagseinnahmen, weil ja jetzt dann die Corona-Saisons dann, also 2021, 2022 waren teilweise Beschränkungen, aber schon viel, viel mehr Zuschauer und Sponsoreneinnahmen sind gestiegen. Aber insgesamt hat allein Borussia Mönchengladbach Corona 150 Millionen Euro gekostet. Das dürfen wir nicht, das dürfen wir nicht vergessen, aus welcher Situation die Vereine herauskommen. Dennoch hat man es geschafft, die Verbindlichkeiten ein bisschen abzubauen und fürs Laufende Jahr hat Stefan Schippers schon schwarze Zahlen angekündigt. Aber auch das erklärt vielleicht, warum dieser Umbruch, den man jetzt nicht deswegen gemacht hat, aber der passt auch ins wirtschaftliche Bild von Gladbach, sich jetzt Talent zu holen, das günstiger ist und etablierte Spieler gehen zu lassen, vielleicht auch gehen lassen zu müssen, zum Teil ablösefrei und zu ersetzen durch günstige Spieler. Also es ist eine extrem kritische Situation bei Borussia Mönchengladbach. Da wird es nicht nur ums Sportliche gehen, da bin ich mir ziemlich sicher, in der nächsten Saison. Weiter geht's mit einem Grenzfall. Das kann ich jetzt gleich sagen. Wir wollen über den FC Augsburg sprechen und auf dem Papier sind wir uns da relativ einig, aber ich habe große Zweifel, was Augsburg angeht. Ich werde darüber berichten. Caro sieht sie als besser an, Tobi sieht sie als gleich stark an wie im Vorjahr und ich sehe sie ebenfalls noch gleich stark als im Vorjahr an, meine damit allerdings gleich stark wie im Vorjahr und da war das verdammt knapp, dass es nicht in die Relegations ging. Das war nur ein Tor letztlich, das es entschieden hat. Aber beginnen wir von vorne. Augsburg ist eben auf Rang 15 gelandet in der ersten Saison von Enrico Maaßen. Es hat sich nicht allzu viel im Trainerteam getan, ein paar neue Menschen sind mit dazu bekommen. Der größte Änderung, die wir wahrscheinlich auch alle mitbekommen werden, liebe Hörerinnen und Hörerinnen, ist, dass Marinko Jurendic jetzt das sportliche Team verstärkt, die sportliche Leitung und er wird auf der Bank sitzen. Stefan Reuter sitzt in Zukunft auf der Tribüne und das wird viel verändern. Wir werden nicht mehr als Schnittbild haben den wütenden Stefan Reuter, der im vierten offiziellen mit 120 Dezibel etwas ins Ohr schreit. Das wird sich verändern. Was hat sich ansonsten verändert beim FC Augsburg? Hier haben wir ein großes Fragezeichen rund um Mergen Berischer. Der könnte noch wechseln und das könnte dann natürlich auch sehr wichtig sein. Ansonsten bleibt sich Augsburg der jüngeren Vergangenheit gegenüber treu. Man hat wieder viele junge Spieler geholt. Maaßen hat jetzt quasi fast wieder ein Jugendteam, das er trainiert, kann man vielleicht so sagen. Also aktuell ist Mergen Berischer noch da. Außerdem hat man verpflichtet Finn Dahmen fürs Tor von Mainz 05, Tim Breithaupt vom KSC, Philipp Tietz von Darmstadt 98, Sven Michel von Union, der fällt so ein bisschen aus dem Rahmen, der ist nämlich schon 32 Jahre alt, Patrick Pfeiffer von Darmstadt 98 und Masaya Okugawa. An Abgängen hatte man zu verzeichnen, das Kapitel Pepi ist jetzt erstmal geschlossen, Raphael Gikiewicz ist ablösefrei gewechselt, Julian Baumgartlinger und Tobias Strobl haben die Karriere beendet, Andre Hahn und Daniel Caligiuri sind ebenfalls gegangen. Caro, all diese Fakten, die ich jetzt genannt habe und ja wahrscheinlich noch einige weitere, haben dich zu einer positiven Prognose für den FCA gebracht. Warum? Ja, positiv in dem Sinne, ich glaube, sie sind ein bisschen besser. Ich würde jetzt, ich habe ihnen nicht jetzt den großen Raketenstart zugetraut, aber in dem Kader steckt immer noch sehr viel Potenzial mit Niklas Dorsch, Arne Maier, Berischer, Berischer ist da immer noch da und ich würde jetzt einfach, habe in meiner Prognose mit ihm geplant, weil er wurde ja jetzt auch gerade eigentlich erst fest verpflichtet und Niklas Dorsch hat eine sehr, sehr gute Vorbereitung gespielt und ich sehe ihn da im Stammplatz auch vor Elvis Rexbejai. Man hat Arne Engels und Dion Bellio, die Erfolgsfaktoren waren für das Spiel und Felix Udukay und Ruben Vargas, davon hängt auch viel ab, ob die bleiben oder nicht, wie der, wie der FC Augsburg performen will. Im Winter gab es sieben Neuzugänge, da ging es eigentlich schon los mit dem Umbruch und da sehe ich auch eben dieses Positive, sie sind dabei, sie haben schon begonnen, es geht jetzt nicht von Null los, außerdem haben sie zwei starke Spieler von Darmstadt verpflichtet, Patrick Pfeiffer, ein Innenverteidiger und den Angreifer Philipp Tietz, was natürlich für Darmstadt richtig bitter ist, wenn man an den FC Augsburg zwei seiner, zwei wichtige Spieler abgibt, dann haben sie noch Sven Michel von Union Berlin geholt, Tim Breithaupt, ein Sechser vom KSC, Okugawa von Bielefeld, ein offensiever Mittelfeldspieler, ein kreativer auch und dann kam noch Fynn Darm von Mainz und ja, das sind jetzt die Neuzugänge. Ich fand es ganz witzig, dass Enrico Maaßen meinte, dass sie sich spielerisch weiterentwickeln wollen, diese Saison mehr Ballbesitz haben wollen, das glaube ich erst, wenn ich sehe, aber ansonsten glaube ich, dass Augsburg, ich sehe keinen Grund, warum sie nicht mit dieser kämpferischen Leistung, warum sie da nicht anknüpfen sollten und letzte Saison hatte Augsburg nicht nur die schlechteste Passquote der Bundesliga, nein, der fünf größten Ligen Europas. Da war Augsburg die mit der schlechtesten Passquote und die andere Schwäche sehe ich noch bei den Außenverteidigern, aber wenn man mit so einer schlechten Passquote die Liga hält, dann kann man jetzt auch mal, kann man jetzt mal ein bisschen besser werden, diese Saison. 34 Punkte waren es letzte Saison, das sind auch nicht viel, aber Augsburg ist seit zwölf Jahren in der Bundesliga, hatte nur neun, hatte neunmal unter 40 Punkte und hat auch schon mit 32 Punkten die Liga gehalten und für mich so ein kleiner Punkt, wo ich gesagt habe, okay, vielleicht können sie ein bisschen besser sein, die letzten sechs Heimspiele von Augsburg werden alle ausverkauft, das ist nicht selbstverständlich für Augsburg, aber ich habe das Gefühl, es entwickelt sich da so ein bisschen was, es kann auch jetzt so eine kleine Heimstärke vielleicht entstehen, eine Unterstützung für das Team, weil Augsburg wird jedes Jahr unter die Top-Abstiegskandidaten genannt und seit zwölf Jahren halten sie sich tapfer und der Kader ist nicht so schlecht, er ist so eigentlich ähnlich wie immer, sie haben sich ganz solide verstärkt, ja, aber sie haben die Schwächen, die sie immer haben, aber ja, ich bin positiv, gar nicht so pessimistisch. Ja, ich glaube, sie werden ähnlich sein, aber vielleicht ein Tick besser. Tobi? Ja, mir fehlt die Fantasie, warum sie jetzt besser sein sollen, also ja, die Namen, die sie gekauft haben, klingen alle gut und die Testspiele waren ja auch gut, da war unter anderem dabei ein 3 zu 1 gegen Ajax Amsterdam, haben auch beim 0 zu 1 gegen Napoli und beim 1 zu 2 gegen PSV gut ausgesehen, aber das waren alles große Namen, dann konnte Augsburg dem Gegner das Spiel machen und jetzt hat man im Pokal schon wieder gesehen, was passiert, wenn sie selber auch nochmal mehr als 10 Prozent Ballbesitz haben, überspitzt gesagt, das war grauenhaft, also das war wirklich, wirklich grauenhaft, die unter dem kleinesten Versuch des Unterhachinger Pressings wurde der Ball nach vorne gebolzt, vorne war aber überhaupt niemand, der diese langen Bälle in irgendeiner Weise verarbeiten konnte oder der die weiterspielen konnte, vielleicht hilft der Michel Tietz, vielleicht helfen er dann ein Stück weit weiter, aber auch da fehlt mir die Hoffnung, sie haben gar keine Außen, also sie haben mittlerweile gar keine Außen mehr, links außen spielt Meier, der eigentlich Zentrumsspieler ist, als Rechtsverteidiger ist mittlerweile als Engels eingeteilt, der auch eigentlich Zentrumsspieler ist, also sie haben da überhaupt gar keine Ambitionen mehr, irgendwelche Spieler zu holen, die originär außen sind, höchstens Okugawa und Vargas, Vargas den ich schon sehr schätze, aber wo man seit fünf Jahren gefühlt auf den nächsten Schritt wartet, der einfach nicht kommt, so muss man leider bitter mittlerweile sagen und dann fehlt mir da die Fantasie, da stimme ich dir zu, Caro, ja, sie werden jetzt wieder keinen schönen Fußball spielen, die Ball bis zur zweiten Entwicklung sehe ich auch noch nicht, sie werden wieder den Gegner niederringen und dann vielleicht ihre Punkte holen, aber warum das besser sein soll als vergangene Saison, weiß ich noch nicht so ganz. Ja und das sind auch so ein paar Gedanken, die ich auch hatte, weshalb ich bei meiner, finde ich, sehr pessimistischen Voraussage, nämlich, dass sie so schlecht sein werden wie in der letzten Saison, ich formuliere es jetzt einfach mal um, so wie ich es gedacht habe, mich bringt. Also ich sehe das mit dem Umbruch eigentlich auch mit Wohlwollen, ich finde das auch interessant, dass man sich auf den Trainer Enrico Maaßen offenbar so einlässt, also das scheint für mich auch ganz gut stimmig zu sein in sich, also ich sehe da ein Profil bei den Spielern und ich sehe, dass die sich auch ergänzen könnten im Idealfall. Ich muss allerdings sagen, dass ich große Zweifel habe, ob das reichen kann für die erste Liga und ich habe, glaube ich, Augsburg noch nie als Absteiger getippt in der Saison vorschau, weil sie für mich auch nie ein Absteiger waren. Dieses Jahr bringen sie sich gefährlich nahe hin mit diesem Umbruch, denn ich finde, er ist zu radikal. Ich finde, der Spielstil in der letzten Saison, vor allem in der Rückrunde, war nicht zum Anschauen, es war pures Glück, dass Augsburg nicht in die Relegation musste und das sagen auch alle Augsburger Verantwortlichen so, wenn du mit denen sprichst. Die sehen das ganz genauso. Dieses letzte Spiel am 34. Spieltag gegen Gladbach war, das geht nicht. Also so kannst du einfach nicht spielen und dann hat man halt ein paar Heimspiele knapp gewonnen, so ist man irgendwie drinnen geblieben. Ich sehe, dass viel Potenzial in diesem Kader steckt und der Kader ist, das ist so ein bisschen paradox, ich komme zu meiner negativsten Einschätzung von Augsburg, die ich jemals hatte, der Kader ist aber am interessantesten im Vergleich zu allen anderen Jahren. Wir haben nicht mehr die ewigen Daniel Bayers, gegen den ich jetzt gar nichts sagen will, aber der eben einfach, also jetzt haben wir so junge Spiele, wo man eben sich fragt, ja Arne Engels, wie wirst du jetzt als Rechtsverteidiger spielen? Aber dann ist das nächste Thema, ich verstehe nicht, warum man die Außenverteidigerposition und überhaupt die Außenbahn, wieso etwas so lange, so konstant ein Problem sein kann in einem Team. Ich weiß, dass es nicht viele gute Spieler gibt, aber es gibt doch welche. Also das kann doch nicht sein. Und das macht mich, ja ich weiß nicht, also Tobi zückt auch schon das Mikro, vielleicht will er mich beruhigen, aber mich... Nee, es macht mich auch betroffen, es macht mich betroffen, richtig. Weil das ist ja auch keine großartige Spiele dahinter. Du kannst ja auch sagen, wir spielen halt ohne Außen und unser Außen soll in Richtung Tor gehen und das soll dann die Außenverteidiger machen und du spielst mit Fünferkette und hast dann da irgendwie nur zwei Spieler, die die Außen beackern, aber sie haben ja wirklich gar nichts mehr da. Also sie haben noch Vargas, okay, Okugawa haben sie jetzt gekauft, okay. Aber ansonsten haben die da gar nichts mehr, was originär auf Außen sich wohlfühlt. Und dann ist natürlich klar, dass du, wenn du auch im Zentrum nicht die Spielstärke hast, ist klar, kann dann Augsburg nicht haben, kann man ihn nicht zum Vorwurf machen, dass du dann nichts anders machen kannst, als den Ball irgendwie langzubalzen und dann hoffen, dass der in den Lauf oder auf den Kopf von irgendjemand vorne fällt. Also Sarendren-Basé kann man vielleicht noch als Außenspieler nennen. Das stimmt, aber der ist ja auch so Vollgas Richtung Tor. Ja, das stimmt. Und dann habe ich eben so ein bisschen Bedenken, was eben die Geschwindigkeit oder die Art und Weise dieses Umbruchs angeht. Also neben dem, dass ein paar Spieler auch verletzt sind aktuell, das darf man nicht komplett vergessen, also Oxford, Raube Leo, Framberger und Okugawa fallen erstmal aus, das ist definitiv ein Problem. Und dann hat aber der FC Augsburg die komplette Mannschafts-Hierarchie zerschossen. Und das kann auch sehr gut gehen. Also Raube Leo, der für mich noch einer derjenigen war, der, ich meine, der hat irgendwann, war er der Einzige, der mit seinen Dribblings überhaupt für ein bisschen Spielkultur und Spiel nach vorne gesorgt hat. Der ist jetzt nicht mehr Kapitän, sondern Ermedin Demirovic ist Kapitän. Der ist ja letztes Jahr erst gekommen. Niklas Dorsch und Elvis Rexbetschei sind seine Stellvertreter. Und das kann funktionieren. Ich will auch überhaupt nichts gegen diese Spieler sagen. Ich weiß, ich kann ja gar nicht wissen, wie die in die Kabine wirken. Aber wenn ich mir angucke, Raube Leo wird deutlich zurückgeschraubt in seiner Bedeutung. Dann Gikiewicz, der sicherlich auch streitbar ist, aber der verlässt den Verein für einen Torhüter, der ein großes Versprechen ist, der auch unheimlich gehalbt wurde bei Mainz 05, wo ich das aber erst mal sehen möchte, dass der wirklich das Woche für Woche on a rainy day in Augsburg tun kann, denn da spielt er jetzt nämlich. Das alles sind für mich so Red Flags, die ich schon bei anderen Vereinen gesehen habe in den letzten Jahren. Deswegen bin ich eben bei der Prognose gelandet, gerade noch wegen Mergen Berischer, weil er noch geblieben ist, habe ich sie als gleich stark wie im Vorjahr und das meine ich aber Rang 15, 16, irgendwas um den Dreh rum und das ist dann glaube ich nicht das, was man sich eigentlich auch oft in Augsburg hat. Und eins möchte ich noch erwähnen, der Anfang ist auch relativ schwer. Also sie haben zu Hause ein Heimspiel gegen Gladbach, aber dann schon Bayern auswärts, am vierten Spieltag Leipzig auswärts und der dritte Spieltag, wo sie gegen Bochum ran müssen, das ist schon so ein Spiel, das kann schon so die Stimmung über die Stimmungslage sehr, sehr stark entscheiden. Ansonsten ist eine relativistische Chance, dass du nach vier Spieltagen mit null Punkten dastehst. Ja, ich finde die ersten vier Auswärtsspiele sind heftig. Bayern auswärts, Leipzig auswärts, Freiburg auswärts, Heidenheim auswärts. Ja. Ich würde nochmal auf den neuen Kapitän Demirovic kurz kommen. Ich sehe da eher eine Stärke und ich finde, er passt als Kapitän zu Augsburg, weil er zur Spielweise von Augsburg passt. Er läuft extrem aggressiv an und kann mit beiden Füßen treffen und eventuell sehen wir ihn in der kommenden Saison auch mal auf links außen, weil da sehe ich ihn. Sie haben ja keine Außenspieler. Ja, aber so schlecht, also er kann das auch und acht Tore, vier Vorlagen, ein laufstärker Typ. Ja, okay. Also, leistungstechnisch kann ich die Entscheidung verstehen. Genau. Ich will auch gar nicht, wie gesagt, ich will gar nichts gegen diese drei Spieler sagen und ich kann es auch wirklich nicht wissen, aber ich finde es eben schon bemerkenswert, nach außen hin ist sehr deutlich zu erkennbar, dass eigentlich vom alten Augsburg in Anführungszeichen gar nichts mehr steht und wenn jetzt Enrico Maaßen wirklich ganz viele tolle Ansätze mit seinem Team gezeigt hätte, dann wäre ich viel positiver gestimmt, aber die habe ich halt ehrlicherweise nicht gesehen in der Rückrunde und deswegen erwarte ich dann auch nicht so viel diese Saison. Ja, verstehe ich auch zu 100 Prozent. Ich wollte so ein bisschen das Gegengewicht bilden, weil ich habe ja nun mal gesagt, die werden ein bisschen besser sein. Ja, das ist ja auch gut, das ist ja auch schön, wenn wir uns hier nicht eilig sind. sehr einleuchtend. Wir werden es sehen. Immerhin steht der FC Augsburg wirtschaftlich wirklich gut da und das sollte man nicht kleinreden, dass trotz der Umsatzeinbußen durch Corona hat man den Verlust auf unter 500.000 Euro begrenzen können, hat Michael Ströll erklärt bei der Vorstellung des Geschäftsberichtes, Michael Ströll kennt ihr auch aus dem Tribünengespräch zum DFL-Investor. Das Stadion ist komplett abbezahlt nach nur 13 Jahren. Also Augsburg hat sich wirtschaftlich sehr, sehr gut entwickelt. Vom Eigenkapital her ist man auf Rang 7 in der Liga inzwischen nur noch 41 Millionen Euro Verbindlichkeiten. Die Bilanzsumme von über 100 Euro ist sehr, sehr respektabel. Im Ergebnis, also bei den Einnahmen, da ist noch ein bisschen Potenzial da, sicherlich vor allem bei Sponsoreneinnahmen, noch 85 Millionen holt man da. Der Personalaufwand Rang 16 im deutschen Profifußball, das ist so ungefähr die Region, wo man eben liegt, auch sportlich, aber eben, man macht sehr selten Verlust, man macht vor allem keinen hohen Verlust und dadurch hat es Augsburg und das wird uns jetzt noch so begleiten, es gibt kleinere Vereine, wirtschaftlich gesehen, kleinere Vereine, die sind durch Corona ganz gut durchgekommen, weil die natürlich zum einen auch nicht so ganz so abhängig sind von riesigen Spieltagseinnahmen, klar, aber auch, weil eben, wenn der Gehaltsaufwand nicht so hoch ist, dann kannst du das auch eben, wenn deine Einnahmen sinken, noch irgendwie bedienen und dann reicht vielleicht auch ein Transfer, also ein Spieler, den du verkaufst, der dich da ins Plus zieht. Augsburg gehört dazu und dass das Stadion jetzt schon abbezahlt ist, ist eine sehr, sehr, sehr gute Nachricht für den FCA. Ich würde da dich leider an einem Punkt besser wollen, ich würde nicht sagen kleiner Vereine, ich würde Augsburg eher zu diesem mittleren Verein zählen, weißt du, die so lange Bundesliga sind, die halt so dieses TV-Geld einfach haben, weil sie einfach in den letzten fünf Jahren durchgehend Bundesliga gespielt haben. Das wird dann schon, wenn du da in dieser TV-Geldbilanz ein Jahr Zweitliga drin hast oder Zweitliga vor allem ist, dann ist Corona schon was anderes gewesen. Ja, guter Punkt, hast du recht. Ja, stimmt. Und da sind sie ja mit Mainz 05 so eins der Teams, die einfach immer mit dabei sind jetzt in den letzten zehn Jahren. Also das ist der FC Augsburg, für den geht es jetzt dann gegen Borussia Mönchengladbach zu Hause weiter und man hat eben gleich das Aus im DFB-Pokal zu verarbeiten. Ganz anders, zumindest in dieser Hinsicht, sieht es beim VfB Stuttgart aus. Das ist das nächste Team, über das wir sprechen wollen. Auch noch bei den Teams gelandet, die wir besser einschätzen als in der Vorsaison, zumindest in Summe. In der Vorsaison wurde man unter Sebastian Hoeneß Sechzehnter, wir erinnern uns an die Relegation, die konnte der VfB dann deutlich für sich entscheiden und hat auch aktuell auf der Transferbilanz ganz gut zulegen können. Also es sieht so aus, als würde Gerasi nicht wechseln. Das ist Stand heute der Befund, den wir quasi als Grundlage für unsere Einschätzung nehmen und man hat sich, Tobi, ganz interessant verstärkt. Ich vermute, daher kommt deine Einschätzung, Caro und ich, wir haben sie als Gleichstark wie im Vorjahr, du hast sie als Stärke als im Vorjahr, hat wahrscheinlich mit Transfers zu tun. Ich bin sehr gespannt auf eure Einschätzung, weil Gleichstark von einem Relegationsteilnehmer, der letzte Saison der größte Underperformer war, was Expected Goals angeht, der unter dem neuen Trainer erst zwei Pflichtspiele verloren hat, von mittlerweile sind es 13 und das war eine Niederlager-Pokal-Halbfinale. Da bin ich gespannt, wie er den in die Relegation reinquatschen wollte oder auch ähnliche wie vergangenes Jahr. Aber ja, sie wissen es gar nicht die Transfers so, obwohl die da schon ein paar Lücken geschlossen haben. eben das Gürassi bleibt, das habe ich jetzt eingepreist, das wäre sehr, sehr wichtig, dass du eben das, was in der letzten Saison gerade in der ersten Hälfte gefehlt hat, vorne drin Stürmer, der Tore schießt. Mit Underf haben sie noch einen zweiten dazu bekommen, ein Spieler, ein sehr, sehr interessanter Spieler, der ausgeliehen aus Brighton kam, der im Sturm alle drei Positionen spielen kann, Halbraum, Zentrum, auch vielleicht sogar Flügel kommt, der deutsch ist, aber nie ein Nachholungsleistungszentrum so richtig von innen gesehen hat, der über Regionalliga, Belgien, England, jetzt in der Bundesliga gelandet ist, ein sehr, sehr spannender Spieler, sehr explosiv, auch sehr torgefährlich, also der kann überall Tore schießt, das ist nochmal, glaube ich, da eine Aufwertung. Und mit Jong im Mittelfeld auch noch einen interessanten Mann, der nochmal so einen Zug mit reinbringen kann aus dem zentralen Mittelfeld, weil da ja auch der Trainer Hoeneß sehr gerne mit 4-3-3 spielt, kann aber auch im 3-4-3 spielen lassen, auch das ja eine Stärke von ihm, diese Flexibilität. Mit Mittelstädt auch noch einen weiteren Mann für die Flügel, der da auch ein bisschen vielleicht Druck ausüben kann auf Sosa, das ist auch, glaube ich, nicht die schlechteste Option. Und sie haben mit Nübel halt wirklich jetzt mal einen Torwart, wo du sagen kannst, ja, das könnte mal ein richtig guter Griff werden, das könnte endlich mal ein Torwart sein, der dem VfB auch mal ein paar Punkte mehr rettet, ohne jetzt seinen Vorgängern zu nahe treten zu wollen, aber ich glaube, Nübel ist dann nochmal eine andere Hausnummer. Das könnte dabei auch nochmal dazu bewogen, zu sagen, okay, die werden nicht mehr so krass die Expected Goals underperformen, wie sie es vergangene Saison gemacht haben. Ich traue denen sogar einiges zu. Jetzt freue ich mich richtig auf den Tabellentipp, aber erstmal will ich hören, Caro, was du zum VfB zu sagen hast. Ich habe sie als genauso gut oder schlecht, wie man will, wie letztes Jahr eingeschätzt, weil ich habe keine Gründe gefunden, warum Stuttgart konstant in seiner Leistung sein sollte, effektiver werden sollte und widerstandsfähiger bleiben, widerstandsfähiger werden soll. Für mich, es muss da immer noch die Mannschaft aufgebaut werden, es müssen Muster etabliert werden, die individuelle Qualität, die in dem Kader ist, muss auf den Platz gebracht werden und für mich noch schwerer wegen dieses Hickhack um Borna Sosa, Mavopanos, das sind diese nächste Schrittspieler. Die wollen eigentlich wechseln, genauso wie Kerasi, der international spielen wollte. Jetzt ist seine Ausstiegsklausel von 15 Millionen gerade abgelaufen, deswegen würde ich jetzt auch mal vermuten, dass er bleibt. Aber für mich ist dieses bisschen Unstetige bei Stuttgart, es ist immer noch da. Ich weiß nicht, ob diese Grüppchenbildung aufgelöst ist, ich weiß nicht, ob die Mannschaft disziplinierter ist, ob die Einzelinteressen, was im Winter ein großes Thema war, ob das wirklich alles geklärt ist. Der überdimensionale Kader wurde jetzt ein bisschen abgebaut, was ich sehr positiv sehe. Ich sehe auch Endo als Kapitän gesetzt. die meisten Einsatzzeiten super am Saisonende. Für mich war er der Faktor, der zum Klassenerhalt geführt hat, dieser Unterschiedsspieler und Spielmacher. Und na klar, mit der individuellen Klasse darf Stuttgart kein Abstiegskandidat sein eigentlich. Die Verstärkung sehe ich auch, aber für mich wiegt es eben, ich bin gespannt, ich bin gespannt, ob Stuttgart konstanter sein wird in der Leistung, ob sich da, ja wie sie spielen werden. Stuttgart muss erstmal ein Spiel finden, was zu ihnen passt und was sich etabliert und was man über mehrere Spiele beobachten kann. Es war auch so ein gewisses Momentum Richtung Ende der Saison da. Und das ist für mich kein, okay, es ist jetzt geregelt, so spielen wir, das sind unsere Leute und wir sind ein Team. Weiß ich nicht. Da würde ich dir insofern widersprechen wollen, dass ich schon das als mehr als das Momentum erlebt habe. Also wie gesagt, ich habe es ja gerade schon gesagt, die Bilanz von Hoeneß ist halt wirklich, wirklich gut jetzt in Stuttgart. Die Relegation haben sie auch, das ist ja auch klar, Hamburger SV hat mit dem Spielstil viel angeboten, aber die haben sie auch sehr gut gemeistert. Und ich hatte schon das Gefühl, dass er eben mit seinem Stil, mit der Formation, die er da reingebracht hat, mit der Abkehr auch in dem Moment von der Viererkette, dass er da was reingebracht hat, was dem Kader, zum Kader passen, was der Mannschaft gut getan hat. Also wo man auch gemerkt hat, die können die spielerischen Prinzipien, die Hoeneß fordert, gut umsetzen. Und ich hatte auch in der Vorbereitung das Gefühl, dass sie da nochmal einen Schritt weiterentwickelt, sich weiterentwickelt haben. Das ist nicht immer sauber und sie werden auch sicherlich wieder den einen oder anderen, durch ihre Viererkette, den einen oder anderen Fehler machen. Im Spielaufbau, der dann zu Gegentoren führt. Aber ich habe das Gefühl, dass es gerade offensiv sehr, sehr viel stabiler ist und auch torgefährlicher ist als in der Vergangenheit. Und das wäre schon so ein riesiges Manko, was sie ja bis zur Hoeneßzeit begleitet hat, wäre dann schon mal weg. Ja, aber Vorbereitung haben sie mit Viererkette gespielt. Ja, das stimmt. Nicht das 3-4-3-Höneß-System. Ja, jetzt haben sie 4-3-3 gespielt, wobei sie da auch immer so einen Wechsel haben. Also der meistens immer wieder in die Dreierkette im Aufbau dann, weil dann der Linksverteidiger weit vorrückt. Das ist dann schon so ein, ja, aber es ist ein anderes System, da hast du recht. Ja, aber ich sehe, die positiven Sachen sehe ich auch auf jeden Fall. Nübel ist halt leider ohne Kaufoption geliehen. Sie haben auch von Union Leveling geliehen als hängende Spitze oder eben auch Flügelspieler, einen spannenden 17-jährigen Mittelstürmer aus Serbien noch geliehen. Ja. Das ist Jovan Milosevic, der hat bei der US-17-WM in Israel auf sich aufmerksam gemacht, wurde da Torschützenkönig, kam mit Serbien bis ins Halbfinale, ist schon im Winter verpflichtet worden, jetzt im Sommer dann gekommen, kann aber sein, dass er noch verliehen wird. Ich weiß nicht, Tobi, ob du da direkt einhaken wolltest oder ob ich noch kurz meinen Case machen soll. Ich will deinen Take jetzt hören. Du wirst meinen Take hören, ja. Und ich finde nämlich, dass der VfB Stuttgart hat unter Sebastian Hoeneß besser gespielt und der VfB Stuttgart ist dann letztlich auch zurück in der Klasse geblieben. Aber es sind für mich zwei Dinge passiert, die dazu führen können, das überzubewerten. Und wenn du zum Beispiel die Bilanz von Sebastian Hoeneß vorliest, dann ist das faktisch richtig. Ich würde aber sagen, es bewertet über, weil zum einen stand wieder Stuttgart zusammen wie eine Eins, wir haben es schon ganz oft erlebt, im Fall eines Abstiegskampfes ist das Stadion voll, es ist eine gute Stimmung da, es war da einfach ein Momentum, hast du es glaube ich genannt, Caro, das Sebastian Hoeneß nutzen konnte. Und klar, ich will es jetzt nicht kleinreden, er hat es auch gut genutzt, aber das war der Fall. Und das Zweite war, er war der Nachfolger von Bruno Labbadia. Und das, was er machen mochte, war einfach, ganz komische Dinge, die in Bruno Labbadias Kopf Sinn ergeben haben, zu korrigieren. Und einfach Spieler wieder auf ihre Position zurückzuschieben, einen Wagnumann wieder als Clan Flügelspieler spielen zu lassen und so weiter und so fort. Wir haben es genügend thematisiert im Rasenfunk. Allein das hat schon zu einer Verbesserung geführt und hat dann dazu addiert, eben zu dieser guten Stimmung. Und was ich eben, wo ich meine Zweifel habe, ist bei dem, was Sebastian Hoeneß aus dem Stand heraus leisten kann. Also wenn er nicht eben in der laufenden Saison kommt und dann mit einigen Korrekturen, die auch nicht so, also die waren relativ naheliegend, das dann gut macht. Denn bei Hoffenheim hat er mich nicht überzeugt, muss ich so sagen, bei der zweiten Mannschaft von Bayern. Das, was ich gesehen habe, hat mich auch nicht so überzeugt, obwohl man da ja sogar mal Drittligameister geworden ist. Und ich sehe auch schon wieder so einige Probleme, die so ein bisschen VfB-typisch auch sind, ehrlicherweise, zum Beispiel eben Verletzungssorgen. Also, Dennis Undaff, du hast ihn ja angesprochen. Hätte ich mich auch total drauf gefreut, den zu sehen von Brighton in Half Albion. Aber der hat sich jetzt einen Außenband-Teilriss im Knie zugezogen. Den werden wir jetzt erst mal nicht sehen. Es gibt weitere Spieler, die verletzt sind. Also, aktuell sind es Wagnermann, Mittelstädt und Narteil, die noch verletzt sind. Es waren sogar vor dem DFB-Pokalauftritt noch mehr. Das muss jetzt nichts heißen, aber haben wir schon häufiger gesehen beim VfB, dass das eine Rolle gespielt hat. Und ich finde, dass auch hier der Kader schon sehr darauf ausgerichtet ist, dass einzelne Spieler sich entwickeln. Es ist der jüngste Kader der Liga. Wir haben eben auch wieder hochinteressante Transfers mit dabei. Okay, aber bei allen habe ich Fragezeichen. Bei allen bis auf Jong. Bei Jong, da bin ich auch davon überzeugt, der wird eine gute Rolle spielen. Es ist ja auch interessant, warum er zum VfB gewechselt ist, weil als südkoreanischer Spieler, wenn er bestimmte Einsatzzeiten hat in der Nationalmannschaft, dann kann er vom Militärdienst befreit werden. Bei Freiburg, obwohl er da 26 Einsätze hat, aber oft nur viermal in der Startelf stand, hat er eben nicht diese Minuten bekommen, um sich dafür zu empfehlen. Deswegen haben auch die Freiburger gesagt, okay, du darfst nach Stuttgart. Wenn er übrigens vom Militärdienst befreit wird, dann erhöht sich auch die Ablösesumme nachträglich. Also das ist quasi ein Sonderfall, warum Jong überhaupt nach Stuttgart wechselt. Da glaube ich auch, der passt da gut hin. Aber Nübel zum Beispiel möchte ich sehen. Also ich habe einfach in der Ligatour zu oft von Alexi Menüsch gehört, dass das nicht so gut läuft bei Monaco. Und Florian Müller, da gab es Probleme und dass der jetzt dann in Freiburg ist okay. Und es gab ja auch den Torhüterwechsel. Aber es gab eigentlich keinen Torhüter, der richtig überzeugt hat bei Stuttgart, bis auf Gregor Kobel eben, als er dann in der kurzen Zeit, in der er beim VfB war. Also das ist eben so ein Beispiel von noch mehreren, die ich finden könnte im Kader, wo ich sage, ich weiß es nicht. Ich finde auch, dass zum Beispiel die Innenverteidigerposition, da darf wenig passieren. Da hast du einen klaren Leistungsabfall von den Stammspielern zu den Ersatzspielern. Klar, kann auch gut gehen. Ich finde auch die Außenverteidiger, Sosa natürlich, hat jetzt rein theoretisch dahinter Mittelstädt, wenn er verletzt ist. Aber rechts dann zum Beispiel Wagnermann, Stenzel ist schon ein Abfall. Klar, man kann auch jemanden rausziehen auf die Außen, also kann man auch anders spielen. Aber deswegen, ich glaube, es wird eine steinige Saison für den VfB. Und obwohl die Transferbilanz erstmal gut aussieht auf dem Papier, habe ich einfach meine Zweifel. Ich möchte hier nochmal meinen Joker ziehen und der heißt Liga-Zusammensetzung. Ja, okay. Wir haben jetzt, den Joker habe ich, das sehe ich jetzt das erste Mal und wir haben dieses Jahr mit Heidenheim und Darmstadt zwei Aufsteiger, die hinter dem Rest der Liga einfach klar hinterher hinken. Das muss man so sagen. Die werden in diese Liga kommen und sich mit Defensivfußball irgendwie die Klasse, die werden irgendwie mit Defensivfußball versuchen, die Klasse zu halten. Und ob das da funktioniert oder nicht, da werden wir später darüber diskutieren. Aber das sind auf jeden Fall zwei Teams, gegen die alle Bundesligisten irgendwie erstmal ein Mittel finden müssen. Sei es durch individuelle Überlegenheit oder durch taktische Überlegenheit Tore zu schießen. Und dann hast du noch ein paar andere, wie zum Beispiel Augsburg da drin. Da sieht das ähnlich aus. Und da traue ich dem VfB Stuttgart aufgrund auch der spielerischen Klasse, die er eben hinten in der Endverteidigung hat, mit einem Anton, Mafopanus, Ito, die einen guten Ball hinten rausspielen, mit einem Endo als Verbindungsspieler, aber auch vorne mit Stürmern, die sich fallen lassen und kombinieren können, den führe ich. Den traue ich noch am ehesten Zug wirklich konstant in der Saison. Drei Punkte gegen Heidenheim, drei Punkte gegen Darmstadt, drei Punkte gegen Augsburg zu holen. Und das ist, glaube ich, nochmal ein Faktor, der sie dann allein schon diese Punkte würden sie davon abheben, bis zum letzten Spieltag oder sogar bis nach der Saison, um den Klassenhalt zittern zu müssen. Ja, so ein Spieler, der gegen Heidenheim, Darmstadt, Augsburg bei Stuttgart wichtig sein wird und in allen Spielen und einfach ein herausstechender Spieler war jetzt in der Relegation und auch im Pokal ist Enzo Mio. Den haben wir noch, ich weiß nicht, den erwähnt haben, aber ich wollte gerne noch was Positives sagen und was Konkretes über diese individuelle Klasse in der Mannschaft und weil das gerade passte, würde ich ihn da nennen. Ja, kann man nicht widersprechen. Das ist ein guter Punkt, aber ich will auch erstmal den VfB in Darmstadt und in Heidenheim sehen, wie sie da spielen, wie man da Tore erzielt. Ich finde, dass nämlich auch das Auftaktprogramm wieder so seine Tücken hat. Man spielt zu Hause gegen Bochum, in Leipzig, zu Hause gegen Freiburg, in Darmstadt, zu Hause gegen Mainz 05 und dann beim 1. FC Köln. Da sind auf dem Papier nämlich mehrere Teams mit dabei, wo man sich denkt, Mensch, da müssten ja eigentlich Punkte runterfallen und meine persönliche VfB-Erfahrung ist, die fallen dann eben nicht immer runter und dann hat man den umgedrehten Effekt zu dem, was man am Saisonende oft hat, den Zusammenhalt. Das ist dann in dieser Phase der Saison oft auch erstmal das Zweifeln und hey, was ist denn hier los? Müssen wir noch jemanden kaufen? Ach Mist, wir haben ja immer noch kein Geld, wir können es uns ja immer noch nicht leisten. Aber ja, der VfB, ich denke, darauf können wir uns einigen, ist definitiv eines der spannenderen Teams, wo die Prognosen auseinander gehen und wo wir das dann uns genau ansehen und das Ganze aber in einer wirtschaftlich sehr angespannten Situation. Ich habe es schon angedeutet, man hat 17 Millionen Euro Verlust gemacht. Das ist tatsächlich im Profifußball-Rang 32, also da gab es nicht so viele Teams, die noch einen höheren Verlust gemacht haben. Insgesamt durch die Pandemie einen Umsatzverlust von rund 90 Millionen Euro. Alexander Werle sagt, dass die Zahlen im Verhältnis zu anderen Traditionsklubs immer noch verhältnismäßig gut seien, was daran liege, dass man einen sehr guten Job gemacht habe. Das kann sein, man muss allerdings auch festhalten, der Personalaufwand ist auch in der Saison 2021, 2022 wieder gestiegen. Wir sehen hier keine gegenläufige Bewegung vom Personalaufwand her, investiert der VfB mehr als ganz, ganz viele andere Teams Rang 9 in der Liga. Und ich stelle es einfach nur als Fakt in den Raum. In welcher Saison war das mit dem Personalaufwand? 2021, 2022. Das sind quasi jetzt immer die Zahlen. Also sprich, wir sportlich gucken wir quasi auf die letzte Saison, wirtschaftlich gucken wir immer auf zwei Saisons vorher. Und was wird der Einstieg von Porsche denn finanziell bewirken? Weil, also es ist ja schon 100 Millionen eine Sache, die stabilisieren können. Was Großes zu erwarten, wäre auf jeden Fall falsch, aber Stuttgart sollte doch durch diese Investitionen auf jeden Fall stabilisiert werden, oder? Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie, also was man quasi vorhat mit dem Geld. Ich kann mich an den Einstieg von Mercedes-Benz erinnern, da waren die 40 Millionen sehr schnell aufgebraucht, weil die einfach weggeflossen sind. Also es ist halt alles sehr eng genäht beim VfB. Das Eigenkapital ist auf 11 Millionen Euro geschrumpft, da liegt man auf jetzt Rang 17 in der Liga. Das ist immer noch okay, weil es ist immerhin positives Eigenkapital. Das haben ja nicht mal alle Vereine. Die Verbindlichkeiten sind auch bei über 100 Millionen Euro. Das, was halt den VfB oft trägt, ist, dass man eben durch die große Fanbase, die man hat, man hat eben immer so einen stetigen Einkommensstrom, der eben Merchandising und so weiter angeht. Da ist man so bei rund 150 Millionen Euro. Das ist so ein Mittelfeld der Liga ungefähr. Das ist das, was den VfB oft rettet. Ich bin ehrlich gesagt skeptisch, ob der Einstieg, ob da 100 Millionen Euro was helfen, nur wenn die sehr, sehr gut angelegt sind und wenn jetzt ein paar Dinge aufgehen. Also es muss jetzt halt dann auch mal wieder Transfererlöse müssen erzielt werden. Das weiß der VfB ja auch, macht er ja auch, will er ja auch. Aber, also ich bin skeptisch, ehrlich gesagt. Ich bin skeptisch, was die Merchandise-Einnahmen angehen. Der VfB hat einen der schlimmsten Trikotsponsoren der Liga sich an Land gezogen mit einem Sportwettenanbieter. Ich will das Thema jetzt hier gar nicht aufmachen, aber ich wollte es erwähnen und ich würde mal in Frage stellen, wie viele Trikots mit einem Sportwettenanbieter verkauft werden. Ja, wobei ich mir vorstellen könnte, dass wir drei hier das kritischer sehen als die große Masse da draußen. Vermutlich geht es dann dann eher um Designfragen und da ist der VfB dadurch, dass er ja meistens einfach nur weiß mit rotem Brustringen macht. Besser aufgestellt als viele, viele andere Vereine. Looking at you, 1. FC Köln und SC Freiburg und was auch immer ihr euch da alles schon wieder ausgedacht habt. Dortmund, was ist denn da schon wieder los? Aber gut, Trikot-Ranking kriegt er dann bei 3,90. Das machen wir jetzt nicht hier. Ja, also der VfB, es wird auf jeden Fall interessant. Ich bin auch sehr gespannt auf unseren Tabellentipp. Interessanterweise haben wir uns aber schon eine Brücke zum nächsten Team gebaut, denn wir wollen jetzt schon über den 1. FC Heidenheim sprechen und bei aller Schwierigkeit, die Aufsteiger zu bewerten, spricht das aber dafür, dass wir alle davon ausgehen, der FCH wird ganz gut mitspielen in dieser Liga und das, obwohl er von Tobias Escher gerade noch so klein geredet wurde als jemand, der klar hinter dem VfB liegen müsste. Ich habe natürlich leicht übertrieben, ihr konntet das nicht sehen, Tobi hat hier schmerzverzerrtes Gesicht verzogen. Dabei siehst du sie doch am positivsten von uns, Tobi. Eben, deswegen habe ich sie ja nicht klein reden wollen. Sie sind ja klein, das wissen sie auch selber und das werden sie ja, das werden wir auch dieses Jahr noch so häufig hören und das werden sie auch, glaube ich, selber dann pflegen. Ja, ich habe sie positiv gesehen. Also bei Aufsteigern, du hast es ja schon eingangs erklärt, Max, da ist es immer so ein bisschen anders, weil man ja besser und schlechter als im Vergleich vergangenen Saison nicht so hundertprozentig sagen kann. Wir sagen dann immer, kommt gut in der Liga an, kommt nicht so gut in der Liga an und das ist eine der wenigen Punkte, wo ich mich aus dem Fenster lehne und sage, die werden ganz gut in der Liga ankommen. So, das sind jetzt auch gar nicht unbedingt die Transfers, die sie getätigt haben, da ist auch natürlich an der Ostalp nicht so viel Spielraum. Finanziell haben sich Dingschi geliehen von Werder Bremen, der wahrscheinlich in der Startelf stehen wird zu Beginn des Liga-Begin. Ein Stürmer, der mit Tempo vom Flügel Richtung Tor zieht. Dovedan kehrt zurück, der war ja schon mal vor Jahren in Heidenheim, ist dann ein bisschen durch die Welt geirrt und kehrt jetzt aus Österreich zurück, hängende Spitze, der ein bisschen was reinbringen kann. Pieringer von Schalke, Zug zum Tor, auch ein Mann, der Bundesliga spielen möchte und der auch das zeigen will, auch Mann, vielleicht für die Startelf. Ja, dann noch hinten Gimba als Allrounder, der hat bei Regensburg gespielt, ist mit denen abgestiegen, der kann jede Position spielen, Innenverteidiger, Defensiv ist Mittelfeld, Außenverteidiger, ist dann auch eher als Backup eingeplant. Und Traoré, Rechtsverteidiger, über den weiß ich jetzt gerade gar nicht so viel, muss ich gestehen. Also hat in Osnabrück eine sehr gute Saison gespielt, war da so einer der besten Rechtsverteidiger in der dritten Liga. Auf jeden Fall ein Upgrade zu Marvin Rittmüller, würde ich sagen. Und was mich halt positiv stimmt, ist, diese Mannschaft ist ja, hat noch nie in der zweiten Liga auch nicht den alleroffensivsten Fußball gespielt. Klar, Trainer Frank Schmidt ist jetzt kein Defensivpapst, der seine Mannschaft hinten reinsteilen lässt, aber das Wichtigste bei ihnen ist halt immer die Intensität gewesen halt und das Tempo im Ballvortrag und das hat sich auch immer in den Laufleisten wieder gespiegelt. Ich habe das mal rausgesucht. 18, 19 hatten sie die vierthöchste Laufleistung aller 36 Profiteams in Deutschland. 19, 20, 6 da, 20, 21, 4 da und in den vergangenen beiden Jahren waren sie die jeweils Erster. Also sie haben die höchste Laufleistung aller Profiteams gehabt und ich gehe davon aus, dass wir in dieser Saison sie auch wieder mindestens in den Top 3 sehen werden. Also die werden, versuchen ihre fehlende individuelle Klasse mit Laufleistung wettzumachen, werden eben im 4-3, im 4-1-4-1 oder 4-2-3-1 pressen, sie werden die Räume schließen, sie werden den Gegner attackieren, sie werden Pressingfallen aufstellen und dann gucken, dass sie Ballgewinn haben und dann Vollgas geben und das Vollgas haben sie auch so jetzt mit Dingschi und Peringer im Kader. Also und Beste ist dann noch auf links aus, ein Spieler, der eine herausragende Zweitligasaison gespielt hat, der das auch bedienen kann, der aber auch bedient werden kann. Das sind schon so kleine Puzzlesteine, die man glaube ich braucht, wenn man in dieser Liga den einen oder anderen ärgern möchte. Und lange Rede, aber, na ich sag erstmal euch, komm ich hab noch einen Punkt später, aber ich lass euch erstmal zum Wort kommen, ich hab jetzt schon genug geredet. Caro? Ich würde an die Laufleistung und an die Fitness anknöpfen, 120,5 Kilometer waren das im Schnitt, dass kein Bundesligist hat über 120 Kilometer gemacht und sie haben zwei Trainingslager gemacht, nicht nur eins, sondern zwei. Sie sind als erstes Team in die Saisonvorbereitung gestartet. Heidenheim ist fit und es ist auch, Frank Schmidt ist keiner, der das ganz entspannt macht mit dem Training. Das ist ein anstrengendes Programm, er fordert viel und ja, diese Geschlossenheit, sowohl auf dem Platz als auch das sportliche Umfeld von Heidenheim. Also Frank Schmidt werden wir auch ewig die ganze Saison hören, wie lange der schon da ist, aber auch die Co-Trainer sind schon lange da. Der Torwarttrainer ist seit 1986 im Verein, der Teammanager ist seit 20 Jahren im Verein, Vorstandsvorsitzender Holger Sahnwald ist 28 Jahre dabei. Das ist eine gestandene Mannschaft, ein eingespieltes Team. Sie haben mit Tim Kleindienst den Torschützenkönig der zweiten Liga. Jetzt haben wir letzte Saison bei den Aufsteigern hatten wir einmal bei Werder Bremen einen Stürmer, der super funktioniert hat und bei Schalke einen Stürmer, der nicht so funktioniert hat. Man wird sehen, wie es bei Tim Kleindienst ist. Aber Jan Niklas Beste hat dann nochmal die drittmeisten Tore. Also sie haben mehrere Spieler, die ein Tor machen können und jetzt eben die von dir angesprochenen Neuverpflichtungen, Tobi. Und keine Leistungsträger verloren im Gegensatz zu Darmstadt und sind auch finanziell ein bisschen besser aufgestellt als Darmstadt. Und sie sind auch sehr effizient. Sie brauchen im Schnitt 7,2 Versuche pro Treffer. Zum Vergleich Bayern und Dortmund sind besser mit 6,8 Versuchen. Das ist aber nicht viel mehr. Und der Etat steigt eben auch von 40 auf 60 Millionen und auch die Sponsoreneinnahmen sind gestiegen. Also es geht bergauf. Aber andererseits kann man natürlich nicht bestreiten. Ich will hier jetzt nicht Heidenheim in den Himmel loben, aber sie haben spielerisch klar ihre Defizite. Es ist ein Kader mit sehr geringer Bundesliga-Erfahrung. Sie haben mal eine Relegation gegen Bremen gespielt, die im Übrigen ja auch nicht erfolgreich war. Spieler, die Bundesliga-Erfahrung haben, sind Kleindienst, Normen, Teuerkopf und Ehren, Dingchi. Wobei bei Dingchi sich das auch in Grenzen hält, die Spielzeiten, die er bei Werder Bremen hatte. Das wäre jetzt so mein mein Vortrag zu Heidenheim. Was sagst du denn, Max? Ich sehe Heidenheim auch als sehr gut mitspielend um den Klassenerhalt. Also ich bin, vielleicht bin ich auch ein bisschen dadurch geprimt, dass ich gerade das Buch lese von Frank Schmidt, Unkaputtbar heißt das. Liest sich ganz gut weg, kann ich ganz gut empfehlen. Werden wir bestimmt im Schwerpunkt dann am ersten oder zweiten Spieltag noch ein bisschen drüber sprechen können. Aber ich glaube eben auch, dass die Dinge, die Heidenheim gut macht, die sind Dinge, die universal im Fußball helfen, nämlich Laufen, Einsatz, erst mal das Tor verteidigen. Dann glaube ich, das schwang jetzt bei dir schon mit, Tobi, aber ich glaube, es muss nochmal ausgesprochen werden, die Erwartungshaltung ist perfekt. Niemand, wirklich niemand wird nervös werden, wenn die in der 80. Minute 0 zu 0 spielen oder wenn die gar 0 zu 1 zurückliegen. Es ist alles völlig egal. Die werden eine riesen Party veranstalten. Sie waren letztes Jahr extrem heimstark. Letztes Jahr haben sie zu Hause nur ein Spiel verloren. Gucke ich mir den Spielplan an, dann sehe ich an Heimspielen Hoffenheim, Werder und Union. Klar, das sind alles eigentlich überlegene Teams, aber da kann auch für Heidenheim mal was runterfallen und eben, dass so viel von diesem Team zusammengeblieben ist. das war dann eigentlich für mich so der Grund, warum ich wirklich halbwegs positiv auf Heidenheim gucke, trotz der natürlich vorhandenen Unterlegenheit. Man greift auf ein bestehendes System zurück. Keiner der Abgänger hat mehr als 550 Minuten letzte Saison gemacht. Also die Stammspieler sind da. Ich bin großer Fan von Gimber, von Regensburg geholt, weil den kannst du wirklich überall hinstellen in der Defensive und der wird dir helfen. Und dann alles, was du schon gesagt hast, Tobi, zur Geschwindigkeit, die man dann vorne drin hat. Also ja, ich finde für Heidenheim wirklich, da hatte ich schon Aufsteiger, die quasi mit solchen finanziellen Strukturen gekommen sind, die ich viel, viel kritischer gesehen habe. Bei Heidenheim bin ich relativ optimistisch. Es muss natürlich trotzdem alles passen. Ich glaube, wenn Meinka sich zum Beispiel in der Verteidigung verletzt, da hast du eine Riesenlücke in der Innenverteidigung als Abwehrchef. Die Außen sind natürlich jetzt auch nicht die stärksten Posten, die Außenverteidigerposition. Das funktioniert ja vielleicht in der zweiten Liga noch besser als in der ersten. Sind wir auch mal gespannt, aber grundsätzlich, wie du gerade gesagt hast, bringen sie da vieles mit. Auch das Thema Standards ist ja auch ein Thema, was in Heidenheim immer groß geschrieben wird, wo sie gut sind. Also das sind ja so universelle Stärken, du hast es gerade schon gesagt, die dir immer weiterhelfen. Und ja, und dem Standortfaktor vielleicht auch noch, weil Heidenheim ist, glaube ich, der exotische Standort in der Bundesliga. Tut mir leid, auch an Darmstadt mit dem klassischen Böllnfalltor, okay, aber Heidenheim liegt wirklich am Ende der Welt. So, wenn man das aus norddeutscher Sicht betrachtet oder auch aus westdeutscher Sicht, ist jetzt kein Stadion, in dem alle Bundesligisten schon zehnmal gespielt haben, ist keins, was man schon auswendig kennt. Hinreise ist, glaube ich, jetzt, das ist auch nichts, wo du jetzt sagst, Heidenheim, wolltest du unbedingt schon mal gesehen haben, auch wenn ich gehört habe, ich war noch nie da, dass es eine sehr schöne Stadt sein soll. Ja, schöne Ecke. Ja, schöne Ecke, aber trotzdem ist es ja ein seltsamer Bundesliga-Standard. Das ist alles, diese Exotik kann, glaube ich, bei manchen Bundesligisten zur Überschätzung führen des Gegners. Ist ja nicht so, wie jeder, dass auch jeder Bundesliga-Spieler die Bundesliga bis ins Detail verfolgt und genau weiß, wenn ich da hinwechsel, muss ich jetzt nach Heidenheim reißen. Was heißt das genau? Ja, das stimmt. Und dazu natürlich eine krasse Euphorie, die aber zu höheren Einnahmen führen wird, aber nach dem, was man gehört hat, du hast den Etat angesprochen, Caro, man macht keine verrückten Sachen bei Heidenheim. Sanwald, Holger Sanwald hat schon gesagt, er macht das jetzt seit 1995, so etwas habe er noch nie erlebt. Alle vier Wochen vor dem Bundesliga-Start waren alle Business-Club-Karten schon ausverkauft, alle sonstigen Karten sowieso, es wird 17 Mal ausverkauft sein, das Stadion. Das eben angesichts dessen, dass man dann eben keine verrückten Dinge jetzt gemacht hat, was eben den Zukauf von neuen Spielern angeht. Das sind einfach sehr, sehr gute Voraussetzungen und gleichzeitig muss man sagen, wenn euch mal langweilig ist, liebe Hörerinnen und Hörer, dann googelt mal einfach die Trainerstäbe und das Funktionsteam von Bundesligisten und da werdet ihr sehen, unter anderem Heidenheim ist da einfach ein krasser Ausnahmefall. Wir haben heute schon über Teams wie Gladbach, Leipzig, Leverkusen und so weiter gesprochen. Die haben zum Teil mehr Videoanalysten und Athletiktrainer, als bei Heidenheim im Trainerstab sind. Also es sind tatsächlich Frank Schmidt als Trainer, zwei Co-Trainer, ein Torwarttrainer, ein Athletiktrainer, fertig. Frank Schmidt macht die Videoanalyse, das macht er alles selbst. Also es sind einfach ganz andere Strukturen. Ich bin sehr gespannt auf Heidenheim in dieser Saison. Kann natürlich auch sein, dass es für's schief geht. Muss man jetzt auch noch mal sagen. Wenn die Letzter werden und sagen, klar, muss absteigen, dann ist aber auch, glaube ich, niemand komplett enttäuscht in Heidenheim. Genau. Das ist ja der Vorteil. Also im Normalfall muss Heidenheim eigentlich absteigen. Ja. Ja, und es kann auch sein, dass dieser ganze Kraftaufwand einfach irgendwann zu, also und diese Intensität irgendwann seinen Tribut fordert und dann Leistungseinbruch vielleicht auch mal kommt. Aber das sind alles so, wenn Sachen, die passieren könnten. Wir werden es sehen. Und der größte Unterschied zwischen den Ligen wird die Entscheidungsgeschwindigkeit sein. Darauf hat Frank Schmidt in den beiden Trainingslagern Schwerpunkte gelegt. Das ist aber auch etwas, was sehr schwer zu trainieren ist. Also eben mit einer halben Sekunde weniger jeden Pass spielen zu müssen, das ist eben sowohl mental schwierig, als auch dann in der Ausführung nicht so einfach. Wir werden es sehen. Aber hätte ich nicht gedacht, dass wir alle drei Heidenheim so positiv sehen, wo auch immer wir sie dann hintippen werden im Tabellentipp. Ich bin sehr gespannt und irgendwie gefällt mir das auch ganz gut, dass wir erst über den 1. FC Heidenheim gesprochen haben und jetzt beim FC Bayern landen, denn größer könnten die Kontraste natürlich nicht sein. Und gleichzeitig ist das aber auch schon so ein kleiner Fingerzeig, was so unsere generelle Bewertung des 11-mal in Folge deutschen Meisters angeht. Also der FC Bayern, er hat es im letzten Jahr nochmal geschafft. Wir haben es im Intro gehört. Unter Thomas Tuchel, der ja Julian Nagelsmann abgelöst hat, ist man nochmal Meister geworden. Ich habe schon das Gefühl, es ist schon obsolet, das Ganze hier zu wiederholen. Auch die ganzen Umbrüche sonst habt ihr ja mitbekommen, Salihamidzic und Kahn weg. Neue, beziehungsweise alte, neue sind wieder zurück beim FC Bayern. Da man diesen Nachrichten nicht entgehen kann, habe ich jetzt gar keine Lust, das jetzt wieder zu erzählen. Und damit wir das gleich aus dem Weg geräumt haben, finanziell alles top beim FC Bayern. Gewinn verdreifacht über 17 Millionen Euro. Gibt keinen anderen europäischen Klub, der trotz Pandemie so viel Gewinn gemacht hat. Insgesamt hat man zwar 155 Millionen Euro weniger eingenommen, ihr erinnert euch, das war auch das, was Gladbach weniger eingenommen hat. Aber durch die Erfolge, die man hatte, konnte man das ganz gut ausgleichen. Und in allen, in allen Kategorien ist der FC Bayern der Marktführer. Allein an Spielerberater hat man 35 Millionen Euro gezahlt in der Saison 2021, 2022. Also es sind ganz eigene Dimensionen. Und das haben wir, Caro, ja auch gesehen, wenn man jetzt auf die neuesten Transfers guckt. Die größte Frage für uns in der Vorbereitung dieser Sendung war, ist denn Harry Kane schon da oder ist er noch nicht da? Gott sei Dank wurden wir über jeden einzelnen Atemzug, den er gemacht hat, auch auf dem Laufenden gehalten. Ich denke, ihr werdet auch beide an den Tickern gehangen haben. Warum hast du denn, obwohl Harry Kane da ist, den FC Bayern als gleich stark wie im Vorjahr eingeschätzt, Caro? Liegt das daran, weil du gesagt hast, na besser als Platz eins geht es ja nicht? Ja, so ungefähr. Erstmal mein Beileid an alle, die über einem Flugradar hängen mussten und nicht dachten, dass der Job der Sportjournalistin oder des Sportjournalisten sowas mit sich bringt. Ja, spannend. Alle sind gespannt wie ein Flitzebogen. Jetzt gut, Supercup, da war noch nicht so viel los mit Kane. Ehrlich gesagt war da gar nichts los mit Kane, aber da war auch nirgendwo irgendwas los bei Bayern, außer negative Sachen. Für mich ist der spannendste, nein, nicht der spannendste Neuzugang, so weit kann ich jetzt auch nicht gehen, aber auch ein spannender Neuzugang ist Kim, der Innenverteidiger, Spitzname Monster, für 50 Millionen vom SSC Neapel gekommen und das macht Bayern für mich zur stärksten Verteidigung vielleicht europaweit mit diesem Transfer. Ich finde es, also nominell ist die sehr stark besetzt, das sagt auch sein ehemaliger Trainer, also ich bin jetzt wieder bei Kim, dass er der stärkste Innenverteidiger der Welt werden kann. Er hat sich sehr, sehr schnell an Europa angepasst kam erst noch zu Fenerbahce, ist dann nach einem Jahr zu Neapel gewechselt, ist wendig, schnell, robust, stabil und er macht auch nicht so viele Fehler und viel läuft aber auch noch unter seinem Potenzial. Gleich gut eingeschätzt habe ich Bayern auch, weil ich dieser Illusion noch nicht glaube, dass jetzt wieder alles okay ist beim FC Bayern. Es ist für mich auch ein bisschen ein Eingeständnis, dass man jetzt die Alten wieder zurückholt und denen so ein bisschen das Geschäft wieder übergibt. Es ist ein bisschen, der FC Bayern ist damit auch irgendwo ein bisschen gescheitert. Also du meinst Rummenigge und Hoeneß, nehme ich an. Ja genau. Die haben sich ja selber zurückgeholt. Haben sich selber zurückgeholt. und für mich ist das größte Fragezeichen bei Bayern auf jeden Fall die Torhüterposition. Neuer ist noch nicht fit und diese großartigen Leistungen, die der FC Bayern von vor noch nicht allzu langer Zeit gebracht hat, kam auch davon, dass Neuer den Spielaufbau ganz anders gestaltet und Neuer macht auch Kimmich besser, der jetzt nicht die beste Phase hat. Er muss jetzt eher tief in der eigenen Hälfte stehen und mit Neuer ist er deutlich weiter vorne. Das kann man sehen, wie nah Kimmich an welchem Tor ist und selbst wenn Neuer irgendwann wieder gut ist, wieder fit ist, kann keiner sagen, ob er jemals wieder so gut ist, wie er mal war. Es ist nicht so viel. Irgendwann wurde die Öffentlichkeit vom Training ausgeschlossen von Neuer und auf wenig gespannt bin es Franz Ketzig, war der Man of the Match gegen Liverpool im Testspiel, er ist ein Linksverteidiger und da ist nämlich bei Bayern hinter Davis auch relativ dünn. Hernandez und Cancelo sind weg, Guerreiro ist verletzt und ich würde mich gar nicht darauf festlegen, dass er auf Links spielt, wenn er wieder fit ist, weil Guerreiro kann man auch in der Mitte vielleicht einsetzen. es wird nicht, ich finde es spannend beim FC Bayern, also natürlich wird sich so eine Saison wie letztes Jahr nicht wiederholen, aber es sind noch nicht alle Scherben beseitigt, das kann man auf keinen Fall sagen, aber ich gebe jetzt erstmal ab, ich habe jetzt schon relativ lange vor mich hin schwadroniert. Ich glaube, du hast auch jetzt das Beste schon sehr, sehr gut zusammengefasst. Kim, muss man nichts mehr zu sagen, guter Transfer, Kane ist auch ein Wahnsinns-Transfer natürlich, klar, kann man jetzt darüber diskutieren, muss man für einen über 30-Jährigen über 100 Millionen zahlen, aber als zurückfallender Stürmer, der aber auch eine Torgefahr ausstrahlt, der aber auch mitspielen kann, der auch einen Sané, einen Nabry schicken kann, ist das ein Spieler, der da wirklich wie Arsch auf einmal passt, also das kann was werden. Trotzdem muss ich mich jetzt auch selbstkritisch hinterfragen und da möchte ich gerne, das ist nämlich sehr deine Meinung gleich, Max. Ich habe das Gefühl, wir alle, also nicht wir alle, aber zumindest ich, habe diesen Nagelsmann-Tuchel-Wechsel zu leicht abgetan. Man hat dann so gedacht, okay, jetzt geht Nagelsmann, vielleicht blöde Entscheidung und sowas, aber man hat gedacht, okay, jetzt kommt mit Tuchel ein anderer Welttrainer und im Endeffekt beide Typen, die denken gern taktisch, es wird schon kein so ein Riesenbruch sein. Aber eigentlich ist ja Tuchel schon, wenn ich es jetzt denke, in vielerlei Hinsichten ein kompletter Bruch gewesen, weil nämlich Tuchel eben anders als Nagelsmann und auch dessen Vorgänger Flick überhaupt nicht diese Offensive First Denkweise hat, erlaubt den Spielern auch gar nicht diese zuerst an die Offensive Denkenspielweise. Ein Kimmich, eine Goretzka, aber auch ein Sané, die müssen sich wieder komplett umstellen und man hat halt gedacht, okay, das wird schon irgendwie, aber man merkt jetzt total, wie das ruckelt und wie das zuckelt und wie das halt nicht funktioniert. Sie haben gegen City, Liverpool, Monaco und Leipzig zehn Gegentore gefangen. Okay, es sind jetzt auch keine weltweiten Wiesenvereine, aber trotzdem ist das für den FC Bayern bedenklich viel für eine Mannschaft, die sagt, wir möchten mal wieder das Triple angreifen. Ich habe das Gefühl, dass das noch nicht, dass das unausgesprochen ist, auch jetzt nicht nur auf der taktischen, sondern auch auf der menschlichen Ebene ist ja Tuchel so ein komplett anderer. Das hat man wieder gesehen, wie er die Spiele angeschnauzt hat, richtig öffentlich nach dem Spiel, wo man sagen muss, ein Nagelsmann, der war immer so ein bisschen grummelig auch, aber der hat im Zweifelsfall auch dann gesagt, entweder der Schiedsrichter ist schuld, oder er hat aber auch ab und zu gesagt, sorry, da habe ich mich vertan. Der hat sich auch vor die Mannschaft gestellt und das macht Tuchel überhaupt nicht. Das ist ein ganz anderes Ding jetzt, das sie da machen. Ich habe auch gedacht, okay, das gibt ein paar Wochen, aber das scheint nicht so einfach zu sein. Da kann ich vielleicht kurz Einblick geben in meine Vorbereitung auf den FC Bayern. Ich hatte sie die ganze Zeit als schlechter als im Vorjahr, genau aus diesem Grund, weil ich nämlich finde, so gut Thomas Tuchel als Trainer ist, passt der Kader nicht zu ihm. Und man hat das schon in der letzten Saison gesehen und ich wüsste nicht, warum sich das jetzt geändert haben sollte. Also ich will erst mal sehen, dass ein Leroy Sané, Serge Nabry, auch ein Alphonso Davies ein Stück weit, dass die gegen den Ball diszipliniert sehen beim FC Bayern. In der letzten Saison definitiv nicht. Das wäre auch gegen den ersten FC Köln am 34. Spieltag bei einem normalen Spielverlauf eigentlich auch schief gegangen. Und deswegen glaube ich eben, das ist genau das, was du sagst. Ich finde nicht, dass das passt und das heißt nicht, dass Thomas Tuchel ein schlechter Trainer ist. Ich glaube, dass dieser Kader und dieser Trainer nicht zusammenpassen. Plus in der aktuellen Situation ist da viel zu viel Druck drauf. Ich gehe davon aus, Thomas Tuchel in anderthalb Jahren nicht mehr Trainer beim die fehlende Alternative könnte das Problem sein. Der Trainermarkt ist halt auch für die Bayern begrenzt. Tobi. Jetzt schaue ich hier in dieses Dokument und sehe zwei gelbe, gleich gut und ich sehe einen grünen. Ja, genau. Bei Max Jakob. Jetzt bin ich sehr gespannt auf das Aber, wenn du schon sagst, Tuchel wird in anderthalb Jahren nicht mehr Trainer sein. Das heißt, er wird ja durch diese Saison durchgehen und dann irgendwie noch was Besseres rausholen als in der vergangenen Saison. Ja, also wir werden da später beim Also ich hatte die Bayern als schlechter als im Vorjahr, weil ich auch glaube, dass der Kader schief ist. Da müssen wir dann gleich nochmal kurz drüber sprechen. Aber tatsächlich mit der Verpflichtung von Harry Kane und da geht es mir nicht um für wie viel Kohle der geholt wurde und unter welchen Bedingungen die sich da am Nasenring durch die Manege haben ziehen lassen, wie damals bei Roy Mackay, sondern sie haben damit einen Need erfüllt, der ganz schreiend vor einem stand, nämlich bitte verwertet eure Torchancen, bitte macht mal wieder Tore nach Kopfbällen, seid mal wieder gefährlicher nach Standards, seid mal wieder gefährlich im Fünf-Meter-Raum. All diese Dinge wird Kane machen, plus er ist eben ein mitspielender Mittelstürmer, das heißt, er wird es auch schaffen, die Geschwindigkeit, die man ja hat, die aber vor allem auf den Flügeln sitzt, die wird auch Kane vielleicht hin und wieder aufzeigen lassen. Und das hat dann meine ganze Prognose gedreht von, sie sind leicht schlechter als im Vorjahr zu, naja, wenn sie so eine deutliche Notwendigkeit erfüllen, dann muss ich das ja eigentlich einfließen lassen und deswegen habe ich sie als Wasser einfließen lassen, aber ich kann es beweisen, tatsächlich nur wegen Harry Kane, hier steht es, Harry Kane war für mich der Punkt und dann habe ich das Feld auf grün gemacht, aber ich werde später beim Tabellentipp, glaube ich, da nochmal was zu sagen, generell sehe ich, dass der FC Bayern ganz viele Probleme hat und das sieht man ja auch daran, über wie viel noch gesprochen wird. Also klar, Tor haben sie auch Pech, also sowohl, dass sich Manuel Neuer verletzt, als auch, dass sich jeder jetzt verletzt, der mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht wird oder jemand anders verletzt sich und dann wechselt der Spieler, nämlich Käper zu Real statt zu Bayern, das ist ja absurd, aber die andere Frage, die man stellen musste, ist, was war denn euer fucking Plan auf dieser Torhüterposition? Also, sie zahlen für Fehler in der Vergangenheit, Rechtsverteidigerposition, wo wir jetzt noch nicht wissen, wird Pavard bleiben, wird er nicht bleiben, Masraoui spielt, verursacht wahrscheinlich wieder fünf Elfmeter nächste Saison, keine Ahnung, was da los ist bei den Bayern, dass das so ein Problem ist, ist nicht gut. Sie haben keinen Ankasechser, das ist was, was man schon seit drei Jahren sagt, sie kriegen es nicht behoben, sie haben jetzt auf einer Stelle, haben sie richtig viel Geld in die Hand genommen und das ausgemärzt, was quasi in der Vergangenheit einfach falsch eingeschätzt wurde, ich sehe aber noch weitere Problemstellen in diesem Kader, auf einem natürlich sehr hohen Niveau, das ist ja völlig klar, es ist quasi ein höheres Niveau, als viele andere Bundesligisten haben, aber für mich sind die gerade im Prozess eines mehrjährigen Prozesses, also am Beginn eines mehrjährigen Prozesses, ich glaube, das dauert jetzt so zwei, drei Transferperioden im Sommer, bis man das wieder so ein bisschen rund gemacht hat. Ja, zu der Sache, dass die Mannschaft nicht zu Tuchel passt, aber man muss ja sagen, Tuchel sucht eine Mannschaft, das hat man sehr stark gemerkt, also Testspiele nicht überinterpretieren, aber man kann sehr genau sehen, wer wann wie ausgetestet wurde und es ist ein Top-Trainer und das ist eine Top-Mannschaft und irgendwie, das ist auch der FC Bayern, irgendwie werden die sich ja wohl zusammenraffen und einen Weg finden, wie es gut läuft. Verlierer, ich würde jetzt mal kurz auf die ein bisschen die Verlierer der Vorbereitung eingehen, das sind für mich Kingsley Coman und Leon Goretzka, von denen hat man sehr wenig gesehen, weil Goretzka steht, glaube ich, auch noch im Raum, dass er eventuell wechselt. Ich weiß nicht, was ihr zu denen sagt, es waren ja schon Schlüsselspieler vom FC Bayern, auch Gesichter von der Bayern-Mannschaft, die jetzt aber so ein bisschen hinten rüberfallen. Ich weiß nicht, Tobi, du bist ja der Testspiel-Fetischist. Nee, da muss ich gestehen, dass die Goretzka-Sage habe ich auch nur so am Rande verfolgt, das ja auch so ein bisschen, man hat das Gefühl, die Bayern würden ihn ganz gerne loswerden, aber er möchte eigentlich gar nicht weg, so. Das war mein Gefühl, was ich da bekommen habe. Hamart hat es mit Leimer, hat er einen Spieler vor sich bekommen, der sehr viele seiner Stärken auch hat, aber die dann noch taktisch ein bisschen stabiler und sauberer reinbringt. Und das ist, glaube ich, sein Hauptproblem halt, dass Tuchel Leimer mehr schätzt. Ja, und Kumar, da kann ich wirklich jetzt gerade gar nichts zu sagen. Ich weiß auch nicht, ja, aber das musst du auch noch mal immer beim FC Bayern bedenken. Wir reden ja vom FC Bayern. Wenn wir sagen, ja, das wird eine schwierige Saison, dann heißt das, am Ende werden sie trotzdem wahrscheinlich Meister. Dann geht es ja nur um das Wie. Es geht ja ja um das Wie dann. Und wenn Max sagt das Wie, dann sagt er, es wird ein bisschen besser und es wird vielleicht ein bisschen weniger Drama sein. Wenn ich sage, es ist das gleich gut, dann sage ich, nee, das wird nicht, die werden nicht besser Meister letztes Jahr und es wird viel Drama geben. Das ist halt, das ist halt der Unterschied da. Das ist halt die Nuance, die wir da ziehen. Wobei, du hast ja schon so anklingen lassen, dass dein Meisterschafts-Tipp interessant wird. Aber zumindest ist das so mein Gedankengang, wenn ich Bayern auf gleich gut tippe. Und ich bin halt auch bei allen Vorschusslorbeeren, die Kim zurecht bekommt, also gerade, also gerade, was er im Spielaufbau verändern könnte, da musste ich dran denken, Caro, als du gesagt hast, was mit Manuel Neuer fehlt im Spielaufbau. Das könnte vielleicht auch ein Kim ausgleichen, weil er eben, also der hat eine ganz andere Qualität im Spielaufbau. Aber trotzdem wird ja auch Kim vor das FC Bayern Innenverteidigerproblem gestellt werden, nämlich du hast sehr viel den Ball und musst ihn verteilen und musst da eine gute Balance finden aus nicht nur verrückte diagonale Flugbälle spielen und auch manchmal sicher nach vorne spielen. Aber die Szenen, auf die es ankommt, das sind drei Stück pro Spiel. Da verteidigst du in der Restverteidigung irgendwie zwei gegen zwei oder drei gegen drei. Und wenn du da irgendwie einmal doof stehen gelassen wirst, dann bist du der Depp, warum jetzt schon wieder ein Gegentor kassiert wurde oder du hast einen Strafstoß verursacht. Und bei allen Vorschusslobern, die Kim bekommen hat, sogar Matthias Delicht, der finde ich noch einer der Besten in der letzten Saison war. Der sah auch in einzelnen Situationen schlecht aus. Ein Dayo Upamecano, der jeder weiß, ist ein riesiges Talent, ist ein sehr guter Spieler sein kann, der auch in der Nationalelf anders spielt als beim FC Bayern. Auch der hatte seine Momente. Ich bin gespannt, ob Kim jetzt der erste Verteidiger ist, der zum FC Bayern wechselt und das hinbekommt, das quasi so selten zu zeigen, dass wir da nicht drüber sprechen. Ich weiß es nicht, weil die ganze Spielanlage des FC Bayern schief ist und die Liga sich auch anders zum FC Bayern verhält. Ich denke, vor Harry Kane wird man einigen Respekt haben, aber man wird definitiv wieder seinen Heil im Konter suchen, weil das wird auch einiges Heil versprechen für die Gegner des FC Bayern. Also das sind alles so Fragezeichen, die ich noch habe. Ja, und es sind auch nicht viele Spieler gesetzt. Ulreich ist dann jetzt gesetzt, Davis, Pavard, Kimmich, Musiala, Gnabry und jetzt Kane. Aber mehr ist da nicht sicher und Pavard vielleicht auch in Klammern. Ja, der Licht vielleicht noch, muss man abwarten, aber ja. Und es ist natürlich sehr viel Potenzial in diesem Kader. Ich meine, Jamal Musiala, da muss man sich drauf freuen. Das ist jetzt auch kein Zufall, dass er quasi dieses Tor gemacht hat zur Meisterschaft. Aber ja, ich bin gespannt. Ob es weniger Drama wird, da wäre ich mir mal nicht so sicher, Tobi. Weil zur Not wird dann schon jemand vom Tegernsee heruntersteigen und einfach mit einer dummen Aussage irgendwelche Transferverhandlungen nochmal ein bisschen schwieriger machen. Lieblingsstory aus dem Sommer. Wie Olli Hoeneß den Bayern bestimmt ein paar Millionen gekostet hat mit seiner Testspiel-Aussage. Ich sag mal so, also es wird vielleicht eine dritte Auflage geben von Aus Liebe zum Spiel und es gerade läuft die Diskussion, braucht es ein neues Kapitel? Ich bin mir selber noch nicht so ganz sicher, weil ich sage, das Kapitel braucht es erst, wenn das krachend gescheitert ist in anderthalb Jahren. Aber ja gut, gehen die Meinungen noch auseinander? Mal gucken. Es ist auf jeden Fall eine interessante Konstellation und der FC Bayern kommt jetzt auch mit einigem Druck aus dieser Saison Vorbereitung, egal wie hoch man den Supercup hängt, du möchtest nicht zu Hause 0 zu 3 verlieren. Dann auch noch gegen einen, der eben möglicherweise ein Konkurrent auf dem obersten Level sein könnte in der Liga. Es geht dann los mit einem Auswärtsspiel bei Bremen, dann zu Hause gegen Augsburg, dann in Gladbach. Dann sind die ersten Partien vom FC Bayern und dann werden ja noch neue Themen mit dazukommen. Also nach dieser Transferperiode kommt ja erst der Sportdirektor Christoph Reun. Dann noch die Frage, kommt da noch ein Sportvorstand? Wird da doch noch Max Eberl hingelotst? Dann die Meldungen zu Manuel Neues Gesundheitszustand gehen sehr weit auseinander innerhalb Münchens. Also ich kann euch versprechen, liebe Leute, wenn ihr dachtet, Mensch mit Harry Kane, jetzt ist es ja langweilig beim FC Bayern. Nee, langweilig ist es zwar irgendwie auch auf eine Art und Weise, aber berichtet werden wird auch sehr viel darüber. Wenigstens müssen wir nicht mehr über den Flightracker hängen. Habt ihr noch was, was ihr ergänzen wollt oder machen wir weiter? Wir machen weiter und dann landen wir nämlich bei Borussia Dortmund. Direkt nach dem FC Bayern. Der BVB auf dramatische Art und Weise Zweiter geworden in der letzten Saison. Natürlich weiter unter Edin Terzic. Da gab es im großen Trainerteam nur eine Veränderung. Armin Reutershahn hat aus gesundheitlichen Gründen, also den aus gesundheitlichen Gründen zurückgetretenen Peter Herrmann ersetzt. Haben wir schon im Royal besprochen, ist jetzt auch nichts Neues, aber wollte ich hier nochmal kurz erwähnen, dass das nicht komplett untergeht. Schauen wir uns an, was beim BVB passiert ist. Ich versuche mal nur die groben Namen zu nennen und dann müssen wir das, denke ich, mit Leben füllen. Zwei große Abgänge, würde ich sagen, gab es. Rafael Guerreiro zum FC Bayern, übrigens dort jetzt erstmal verletzt. Und natürlich Jude Bellingham, der jetzt bei Real Madrid spielt. Für den hat man aber auch dann wenigstens viel, viel Einnahme kassiert. Und Caro, sind dann die Neuzugänge ausreichend gut, dass du sagst, dass du deswegen auf die Einschätzung kommst, gleich gut wie im Vorjahr? Weil Jude Bellingham unterlässt ja schon eine große Lücke beim BVB. Ja, Jude Bellingham wird niemand von den Neuzugängen ersetzen können. Das kürze ich jetzt mal ab. So einen vielseitigen, talentierten, kreativen Spieler, das tut richtig weh, den zu verlieren. Nicht nur für Dortmund, sondern für alle, die gerne Fußball gucken, die gerne jemanden sehen, der Spaß macht. Dann wir haben als Neuzugänge einmal Binze Baini, der ablösefrei von Gladbach kommt, hat Terzic überzeugt, er ist angenommen, angekommen, er zeigt sich im Training, bietet viel an, empfiehlt sich für Einsätze auf der Linksverteidiger-Position. Da ist die Alternative zu Julian Riasson und Marius Wolff, der so ein bisschen als Allzweckwaffe immer unterwegs war bei Borussia Dortmund. Und dann haben wir Marcel Sabitzer, auch ein sehr, sehr guter Neuzugang. Und Felix Metzer, der auf dem Platz abliefert, den ganzen Transfer. Da muss man sagen, da hat Borussia Dortmunds Geschäftsleitung auf jeden Fall in meinen Augen versagt. Da hat man nicht antizipiert, was das für eine bestimmte Gruppe der Fans bedeuten wird, dieser Transfer, und hat dann nicht gut drauf reagiert. Und für mich ist auch nicht das Problem, dass er die Sachen teilt, die er teilt, die Transphoben und Hobophoben-Sachen, sondern dass das seine Gesinnung ist. Und da mache ich mir große Sorgen, dass es dann noch andere Spieler gibt, die so denken. Und das hat überhaupt nichts mit dem Sportlichen zu tun. Deswegen will ich mich da nicht zu sehr drauf festlegen. Aber bei mir hat das schon gewirkt, diese ganze Sache. Und vor allem, wie Borussia Dortmund damit umgegangen ist, weil ich das Gefühl habe, niemand nimmt das ernst, was dieser Transfer für einige Fans bedeutet. Aber gut. Wenn ihr dazu noch was sagen wollt, könnt ihr das gerne machen. Ansonsten geht einfach weiter. Also volle Zielstimmung dazu. Und es ist ein ganz interessantes Nebenthema dieses Transferfensters, dass wir das jetzt mehrfach hatten, dass eben Spieler in Social Media sich in einer Art und Weise dargestellt haben, die sich nicht mit den Werten eines Vereins vereinbaren lässt. Und dann muss man da im Einzelfall hingucken. Und wir müssen es ja auch respektieren, wenn jemand sagt, wegen meiner Religion habe ich bestimmte Ansichten. Und trotzdem gibt es halt klare Grenzen, die nicht überschritten werden sollten. Zum einen sind das die Menschenrechte. Da haben wir im Thema Katar haben wir da ganz viel drüber diskutiert, aber natürlich auch bei ganz vielen anderen Staaten. Und zum anderen, wenn du einen Wertekodex hast als Bundesliga-Verein, und das haben eben alle, dann solltest du danach handeln. Und dann ist es schon etwas schwach, nur zu sagen, wir haben mit ihm geredet, er hat das alles nicht so gemeint. Und dafür ist es ein bisschen zu oft vorgekommen und dafür ist es ein bisschen zu eindeutig. Und der BVB wird sich da kritische Nachfragen gefallen lassen müssen, die er ja nicht zulässt. Also dann gibt man Pressekonferenzen und sagt, also Nachfragen dazu sind nicht gestattet. Also das ist ein Presseverständnis, das kann man als Borussia Dortmund so machen, weil die Journalistinnen und Journalisten auch in einer gewissen Abhängigkeit sind. Aber ob das jetzt so viel besser ist als manche Staaten, die wir dann hier auch gerne kritisieren an dieser Stelle, das weiß ich nicht. Und deswegen soll es hier auch erwähnt werden, weil im Rasenfunk gibt es ja auf jeden Fall einen Platz dafür, was will der BVB gegen uns tun. Aber es ist ein komplexes Thema, auch nicht in so wenigen Minuten uns in so einem schnellen Monolog irgendwie zu erklären. Nee, wir schweifen jetzt auch ein bisschen ab. Ich will noch einmal kurz zumindest meine Meinung ergänzen, weil ich stimme euch zu in sehr vielem, was ihr gesagt habt. Ich sehe es halt insofern an, dass das im Fußball sicherlich im Hintergrund, und das kriegt man auch immer so wieder mit, einige Leute mit schrägen Ansichten rumlaufen. Und das ist etwas, wie sollte es im Fußball anders sein als in der normalen Gesellschaft. Ja, stimmt. Und da muss man auch ganz realistisch sein. Und da sind auch sehr viele Menschen unterwegs, die von der Realität, wie wir sie kennen, sehr weit abgekoppelt sind und dementsprechend auch da gewisse Meinungen manchmal vertreten, die ja quasi auch sehr viele, sehr religiöse Meinungen, weil wenn du auf der Sonnenseite des Lebens bist, dann bist du eher dazu geneigt zu glauben, dass du von Gott geküsst bist. So ist das bei manchen Fußballern. Ich sehe da schon auch den Unterschied, ob du das halt privat, ob du damit deine Freundin nervst oder ob du damit deine hunderttausenden Instagram-Follower nervst. Das sehe ich dann nochmal als einen großen, großen Unterschied, ob du dann einen missionarischen Eifer dran legst. Und ja, ich stimme euch aber voll darin zu, dass der Umgang des BVB damit wirklich nicht gut war, dass man da jetzt quasi das Thema mal so ein Stück weit an den Tisch kehren möchte, anstatt dass man sagt, ja, wir haben ihm, also wir wollen das nicht, aber wir machen das jetzt auch unter Vorbehalt, wie es ja eigentlich auch ist. Also er hat ja, das hört man immer wieder, er hat ja quasi jetzt Social Media verboten, er hat ja auch diese, angeblich eine Klausel im Vertrag, die bei nochmaligen irgendwie sowas ihm sehr viel Geld kostet, sodass er sich das dreimal überlegt, aber wie sie das handeln, dass da auch gar keine Fragen zugelassen werden und er auch gar nicht mehr jetzt den Medien gar keine Interviews mehr geben darf. Das ist schon sehr, sehr schwach. Ja, wenn er wirklich nicht so denkt, dann könnte er ihn ja auch auf die Medien loslassen. Aber das ist jetzt quasi das Nichtsportliche. Wenn wir dann zum Sportlichen kommen, Tobi, also eben Matcher und Sabitzer haben wir jetzt gerade schon angesprochen, Bensoberini hat ja nochmal eine andere Position, können die im Verbund vielleicht Jude Bellingham ersetzen? Was denkst du? Ja, ich bin tatsächlich, was diesen Jude Bellingham-Abgang geht, rein jetzt vom Fußballtag des Sportlichen, finde ich den nicht so krass, wie ich zum Beispiel in den Haarland-Abgang letztes Jahr gesehen habe, auch im Zusammenhang mit der Erkrankung von Haller dann, weil er einfach eine Riesenlücke geklafft hat, weil Bellingham auch in der Rückrunde schon teils nicht überragende Leistung gezeigt hat. Er hat oft in die Mannschaft mitgerissen, aber hat viele Lücken auch gerissen, hat viel über individuelle Klasse machen wollen, auch viel über seine Körpersprache gemacht. Das war wichtig, aber das war manchmal auch ein bisschen zu viel vielleicht. Und am Saisonende, wo ja dann wirklich diese große Siegesserie des BVBs gestartet ist, da waren dann für mich eher Haller oder an Mahlen die prägenden Figuren und nicht so sehr Bellingham. Und ich glaube schon, dass man mit Sabitzer und Matcher zumindest einzelne Aspekte von Bellingham-Spiel aufgreifen kann. Matcher, dieses nach vorne stechende, dieses dynamische, und Sabitzer, diese Passstärke, auch diese Stärke im Pressing. Klar ist das ein Qualitätsverlust, aber ich finde, das ist jetzt ein, ist jetzt machbar. Also gerade Sabitzer hat eine sehr, sehr gute Vorbereitung gespielt, war ja auch nicht ganz willkommen bei BVB-Fans. Klar, Ex-Leipzig-Kapitän, der schon in Kindheit in der Bayern-Bettwäsche geschlafen hat, der noch nie einen Hehl draus gemacht hat, dass er Bayern-Fan war. Das ist natürlich den manchen BVB-Fans auch aufgestoßen, aber ich glaube, der kann da schon ein wichtiger Schlüssel werden, um diese Rolle im Mittelfeld zu füllen. Ja, auf jeden Fall. Und das Gerüst der Mannschaft steht ja noch. Kobel, Schlotter, Beck, Hummels, Süle in Topform, Brand, Mahlen, Haller, die du alle genannt hast. Und sie sind eben schon, sie haben länger eine klare Linie, als es Bayern hat. Sie haben den Kader verkleinert, umgebaut und nicht umgewälzt. Sie haben positionsgetreue Transfers getroffen und haben eine Rückrunde mit 40 Punkten im Rücken. Das werden jetzt so nochmal meine Stärken aufgeführt, ergänzend. Und doch, reden wir jetzt so ein bisschen natürlich alle um den Elefanten im Raum herum. Was macht diese vergangene Saison mit dem BVB? Das ist ja der große Elefant, der da so ein bisschen im Raum drum steht. Wir hatten diese historische Chance, zum ersten Mal seit zehn Jahren wieder diese Titel zu bekommen und haben den mit Bravour verhauen. Und da finde ich, dass es ja auch die Skepsis, die im Umfeld so ist, ja, was soll jetzt noch kommen? Wir hatten diese Chance, die Bayern werden nicht wieder so schwächen wie letztes Jahr. Es ist so der Tenor bei vielen Fans vielleicht ein bisschen die Hoffnung, dass sie es vielleicht wieder tun. Aber wie soll jetzt noch was kommen? Und ich finde, da möchte ich ein großes Lob an Terzic aussprechen, der das extrem gut moderiert, finde ich, der da auch extrem gut diese Erwartungshaltung zur neuen Saison moderiert und auch aber extrem die Balance findet zwischen Demut, aber auch Angriffslust, der auch seinem Weg treu bleibt, diese Mannschaft offensiv spielen zu lassen, da vielleicht dann zwei, drei Defensive Defizite mit einzukalkulieren, aber um diesen offensiven Stil zu prägen. Und deswegen, ich traue ihm schon zu, dass da im Kopf keine Blockade beim BVB entsteht. Aber das ist ja, glaube ich, noch so ein bisschen die Gefahr, die ja, glaube ich, jeder sieht, dass nach so einer Saison dann erstmal so ein Down kommen könnte. Herzlich willkommen bei den Podcast-Psychologen. Psychologie-Podcasts, Riesenmarkt, größerer Markt als Fußball-Podcast. Ich glaube, dass das sogar etwas Gutes sein kann für den BVB, so ein gemeinsames Ziel, hinter dem man sich vereint. Und ich habe den BVB aus ihr beide, ich habe sie als ungefähr gleich stark wie im Vorjahr, ich habe sie auch als leicht verbessert eingeschätzt. Und für mich ist eben Terzic einer der Gründe dafür. Ich finde auch, dass er das herausragend gut moderiert. Mir hat schon alles gefallen, was er in der Rückrunde gesagt hat. Und ich möchte kurz darauf aufmerksam machen, dass Sebastian Haller diesmal von Beginn an zur Verfügung steht. Und wie der das BVB-Spiel verändert hat, wie der auch in engen Spielen eine Rolle spielen konnte. Natürlich haben auch andere da, also Mahlen hast du gerade schon angesprochen, es gab auch die Adeyemi-Phase, es gab die Brand-Phase, also eigentlich jeder hatte mal so reihum so seine wichtigen Spiele da in der Rückrunde. Aber Haller war da für mich wirklich eine Konstante. Und ich freue mich sehr darauf, den jetzt vom Beginn an zu sehen. Ich glaube, dass das auch ein Push sein kann für den BVB. Deswegen bin ich optimistisch, obwohl natürlich dieser Elefant im Raum steht. Und obwohl sie immer noch keinen klaren Sechser haben, meiner Meinung nach. Also auch der BVB hat noch Hausaufgaben, hat man ja auch gehört, dass so manches nicht geklappt hat. Gleichzeitig kommen aus der zweiten Reihe Beino, Gitten, Sturonville zum Beispiel. Also es sind auch wieder so ein paar Namen dabei, wo man sich denkt, geil, den will ich kicken sehen. Könnte schon gut werden. Hast du lustigerweise gleich zwei verletzte Spiele genannt. Das ist ja auch so ein ewiges Problem und auch wieder in der Vorbereitung Muskelverletzung, zeitweise acht Spieler gefehlt. Adeyemi, Beino, Gitten, Sturonville. Das ist natürlich ein Fragezeichen. Und was sie in der Vorbereitung auch hatten, waren überraschend viele Gegentore nach Standards. Das ist auch was, was sie abstellen müssen zur neuen Saison. Du hast es schon gesagt, Sechser haben sie keinen. Sie haben da auch keine besonders geile Absicherung vor der Abwehrkette. Das ist ja auch ein Problem gewesen in der letzten Saison. Da werden sie sicherlich in ein oder anderen Spielen, die nochmal wild werden lassen, die eigentlich schon durch sind. Was ich aber noch positiv erwähnen würde, ich kann mir vorstellen, und das hat auch die Vorbereitung so ein Stück weit gezeigt, eben mit Haller als Bandspieler, mit einem Sabitzer, der Pässe spielt, dass sie tiefstehende Teams konsequenter knacken können als in der Vergangenheit. Das war ja immer wieder ein Problem, dass sie gegen Abstiegskandidaten da mal drei Punkte gegen Werder gelassen, da gegen Düsseldorf verloren. Und das sehe ich noch nicht so. Ich sehe halt eher die Schwierigkeiten dann gegen Leipzig oder Leverkusen, die mit ihrem Tempo, die werden die BVB-Abwehr überrennen und das Mittelfeld. Das muss man, da werden dann ein, zwei empfindliche Niederlagen, glaube ich, eher gegen diese Teams kommen. Und ein anderer Faktor, von dem auch der Erfolg abhängen wird, ist, ob sie rausfinden, woher diese Aussetzer kommen. 44 Gegentore und eine andere Sache, Tore außerhalb des Strafraums, aber gerade diese Aussetzer, die sind ja symptomatisch für den BVB und dann kommt immer diese ätzende Mentalitätsfrage. Aber es ist einfach, alle wollen wissen, woran liegt es und wie kann man es abstellen, Ruhe behalten in Stresssituationen, diese Schlussphase gegen Stuttgart, wo man eine Führung in Überzahl verspielt hat. Das ist so, da hat Borussia Dortmund sehr unglücklich agiert. Da haben wir einen Teil, der im Pressing war und ein anderer Teil, der sehr zurückgezogen war und dann war ein Riesenloch im Mittelfeld. Und das ist auch so was, was man vielleicht bei Dortmund nicht mehr sehen sollte. Aber ich möchte auch noch kurz meinen Tee, meine Sachen zu Terzic ablassen. Er hat natürlich eine jahrelange lebende Melancholie bei Dortmund endlich aufgelöst. Diese Lücke, die Klopp gerissen hat in dem Verein, er ist der Erste, der die gestopft hat. Er ist nicht wie Klopp und er muss auch nicht mit ihm verglichen werden. Aber er ist ein Trainer, der sehr geliebt wird. Natürlich ist die Fallhöhe riesig bei ihm, weil er super passt, weil er selber Fan ist, weil er sich identifiziert, weil er sich in ein Fernsehstudio sitzt und setzt und Fangesänge rezitiert, als wären es Goethe-Gedichte. Aber das wollte ich auch noch, wollte ich auch noch meinen Senf zugeben. Ja, und das ist kein zu unterschätzender Faktor, glaube ich. Also, ich meine, die Reaktion des Stadions und des Umfelds nach dieser Meisterschaft, das war einfach, umso mehr hätte man es dem BVB gegönnt, diese Meisterschaft auch feiern zu dürfen, weil das war außergewöhnlich und das kann etwas auch für diese Saison bedeuten. Natürlich wird es, es wird sehr davon abhängen, ob man diese Niederlagen und Punktverluste gegen die schwächeren Teams, ob man die endlich mal beheben kann. Es geht los, Heimspiel gegen Köln, auswärts in Bochum, Heimspiel gegen Heidenheim, auswärts in Freiburg. Also, da haben wir schon gleich am Anfang ein paar dieser Teams, ohne jetzt den zu nahe treten zu wollen, aber wo man gerne mal stolpert und dann ist es ja, glaube ich, immer der fünfte Spieltag, wo man Punkte liegen lässt. Das wäre dann gegen Wolfsburg zu Hause. Ich glaube, man wird es schon von Beginn an sehen in der Saison, aber was wir jetzt im DFB-Pokal gesehen haben gegen Schott Mainz beim 6 zu 1, das sah ganz gut aus und wo der BVB dann landet, erfahren wir erst in den Tabellentipps. Vorher können wir euch das nicht verraten, liebe Hörerinnen und Hörer. Und eine Sache, die noch wichtig ist, der BVB sollte und will ja auch noch einen Stürmer verpflichten, weil toll, dass Hörer zurück ist, aber ja, dahinter ist wieder nichts. Ja, nicht nichts. Moukou, Moukou natürlich, aber ja, von dieser Art Stürmer ist nichts. Genau. Hörer ist eben auch irgendwann weg beim Afrika-Cup in der Saison. Guter Punkt, den habe ich noch gar nicht mit einbezogen. Muss ich gleich mal einen Tabellentipp ändern. Naja, aber das ist der BVB. Wir sind sehr gespannt, wo man in der nächsten Saison dann landet. Was noch kurz zu sagen ist, sind die Finanzkennzahlen für Borussia Dortmund. Man hat Corona unter anderem durch die Ausgabe neuer Aktien ganz gut durchgestanden, aber man hat jetzt auch wieder einen Verlust eingefahren. Also in den letzten drei Jahren 47 Millionen, 73 Millionen und 33 Millionen Euro Verlust. Damit hat man fast das aufgebraucht, was man seit 2013 verdient hat, vor allem durch Transfererlöse. Aber insgesamt hat es Borussia Dortmund natürlich sehr gut getan, dass jetzt die 21, 22er Saison nur noch eine teilbeschränkte Saison war. Der Umsatz ist gleich mal um 100 Millionen Euro gestiegen. Der Personalaufwand steigt allerdings auch konstant bei Borussia Dortmund. Und ansonsten ist man eigentlich in fast allen Kennzahlen auf Rang 2 hinter dem FC Bayern, wenn auch mit einer deutlichen Lücke. Also Borussia Dortmund ist eigentlich so wie immer. Man braucht die Transfererlöse, um dran zu bleiben. Aber Corona hat dem BVB so richtig wehgetan. Das ist leider festzuhalten. Dann wollen wir zum ersten FSV Mainz 05 kommen. Da ist die Lage ein bisschen anders. Aber wir beginnen mit dem, was natürlich ein bisschen entscheidender ist, nämlich die sportliche Situation. In der letzten Saison ist man auf Rang 9 eingelaufen und wird jetzt dann in diese Saison gehen und hat nicht so viel Veränderung im Kader, was man positiv und negativ deuten kann. Ich bin gespannt, wie wir das jetzt gleich alles bewerten werden. Das etwas Kuriose ist, dass fast alle Transfers, die gekommen sind zum FSV Mainz 05, die sind in der letzten Saison mit ihrem Verein abgestiegen. Also Kraus und Vandenberg von Schalke, Torhüter Batz ist die Ausnahme, der hat den Aufstieg knapp verpasst, so war es mit Saarbrücken. Und dann aber auch noch Tom Kraus, nein, den habe ich jetzt als letzten, jetzt habe ich noch den letzten vergessen. Lukas Lauchs ist mit Sandhausen noch abgestiegen. Das war es. Es tut mir leid, liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind schon ein bisschen in der Aufnahme drin. Da ist das alles nicht mehr so frisch und knackig. Also damit habe ich auch schon ein paar der Zugänge genannt. Es gab gar nicht so viele bei den Abgängen, ist vor allem Findam natürlich zu nennen, der zu Augsburg gewechselt ist. Huck wechselt in die zweite Saudi-Arabische Liga, erfüllt sich damit vermutlich einen Kindheitstraum. Es ist nicht so ganz klar. Markus Ingbertsen ist noch gewechselt, Aron Martin zu Genua abgegangen, Anderson Lukochi, Angelo Fulgini, das hat leider nicht geklappt, ist zu Lens gegangen. Das sind die wesentlichen Abgänge. Caro, du siehst Mainz 05 noch am positivsten von uns. Tobi und ich haben sie als ungefähr gleich stark wie im Vorjahr. Du hast sie als leicht verbessert. Warum? Ja, genau. Erstmal, ja, Tom Kraus und Sepp Vandenberg sind abgestiegen, aber es sind trotzdem die Wunschspieler von Bo Svensson gewesen und ich bin der Meinung, dass solange Pressing und Umschaltfußball funktioniert, funktioniert auch Mainz 05 in der Bundesliga. Mainz hat ein sehr unangenehmes Mittelfeldzentrum und eine klare Philosophie, die, mein Gott, jetzt habe ich aber einen Knoten in meiner Zunge. Die Kaderplanung von Christian Heidel ist komplett sinnvoll und sie haben keine Leistungsträger verloren und deswegen sehe ich sie sogar ein bisschen besser, weil wenn Union und Freiburg funktionieren und immer besser werden mit Konstanz, warum denn nicht auch Mainz 05 mal? Nein, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber nicht viele Abgänge. Sie haben auch viel Erfahrung in der Mannschaft mit Wittmar, Lee, Unisivo, Zentner und Bell. Aber ja, ich sehe den Ingwarzen-Abgang ein bisschen kritisch, weil er hat immerhin mit Unisivo zusammen die meisten Tore geschossen, aber sie haben auch mit Ajok einen sehr guten Mittelstürmer. Na gut, einen guten Mittelstürmer, immerhin Mittelstürmer. Das wurde jetzt relativ schnell immer kleiner. Bleiben wir bei guten Mittelstürmer. Bei guten Mittelstürmer und sie haben aus der eigenen Jugend Barrero, der ist 23, Mittelfeldspieler, hat mittlerweile einen Marktwert von 14 Millionen. Ich sehe das, ich sehe das ganz positiv bei Mainz, aber auch, ich sehe auch ein paar schwierige Sachen. Mainz bleibt taktisch sehr unflexibel, lange hohe Bälle auf Ajok, gegen den Ball eklig sein, viel anlaufen. Es ist ein ausrechenbarer und ein anstrengender Fußball und irgendwann wird wie letzte Saison auch vermutlich die Luft raus sein und ja, aber trotzdem sehe ich sie ein bisschen besser, einfach dadurch, wie sie sich verstärkt haben und eben auch nicht stark geschwächt wurden. Tobi? Ja, vergangenes Jahr habe ich ja Panik ausgelöst in Mainzer Ferienlage, als ich sie auf sieben getippt habe. Da haben einige gesagt, oh, die Erwartung, er schraubt die Erwartung nicht so hoch. Dann haben sie es tatsächlich fast geschafft, dass ich am Ende beinahe sagen kann, haha, ich habe recht gehabt, aber am Ende gab es dann diesen kleinen Knick, sodass sie dann Europa doch noch verpasst haben. Ja, also ansonsten kann ich Caro da gar nicht jetzt mehr hinzufügen, weil das ist halt wirklich exakt das, was wir letzte Saison bekommen haben, werden wir im Idealfall diese Saison auch wieder von Mainz bekommen. Mit einem Kraus, der da ganz gut reinpasst, denke ich, mit seiner Stärke im Spiel gegen den Ball, der da eine gute Ergänzung sein kann, auch noch ein bisschen Druck ausübt auf Stach, der ja ein bisschen wankelmütig ist in seinen Leistungen, dass der halt sich dann auch beweisen muss, wenn er spielen möchte. So, Koa hast du dann auch noch, der auch noch in der Innenverteidigung aushelfen kann im Zweifelsfall. Also das ist weder besser noch schlechter. Vielleicht kann man noch negativ anmerken, dass Wittmer erst mal verletzt fehlt, der auch als Spieler vorangeht, als Führungsspieler gefragt ist. Du hast aber auch schon den Ingwer zum Abgang, den habe ich auch auf der Liste noch stehen. Ja, ansonsten ist natürlich die Frage, kriegen sie es wieder so intensiv auf dem Platz wie in den letzten zwei Jahren? Kann ja auch immer sein, dass eine Mannschaft irgendwann sagt, das nervt mich, was der Trainer da alles erzählt, habe ich jetzt auch schon zum zehnten Mal gehört. Dieses Jahr mache ich es nicht mehr so. Zweite Frage ist, klappt das auch gegen Heidenheim, klappt das auch gegen Darmstadt, klappt das auch in dieser Saison so gut, wie es in den vergangenen Jahren geklappt hat, weißt du auch nicht hundertprozentig genau, aber grundsätzlich erwarte ich von Mainz nichts anderes, als was ich die vergangenen zwei Jahre gesehen habe. Ja, für mich wäre so eins der größten Thema, ob man diese rätselhaften Leistungslöcher, ob man dem auf den Grund gehen kann und ob man die vielleicht ein bisschen ausgemerkelt bekommt. Also es wird natürlich immer Schwankungen innerhalb einer Saison geben, aber es gab Spiele, in denen genau das, was wir jetzt oder was ihr beschrieben habt, nämlich Intensität und ein eklig sein für den Gegner, in denen das nicht da war. Oft war das nicht über ganze Spiele, sondern so für eine Hälfte mal und das hat dann aber manchmal schon gereicht, um eben Spiele nicht gewinnen zu können. Und da fand ich, dass Bruce Svensson manchmal ein bisschen zumindest nach außen ratlos wirkte. Das waren auch die Phasen, wo er, glaube ich, auf den Pressekonferenzen nicht so gute Laune hat und das auch durchaus hat sich anmerken lassen. Das könnte natürlich ein Anzeichen sein, Tobi, dass sich das vielleicht dann so ein bisschen überholt hat, beziehungsweise eben diese Intensität über 34 Spieltage so nicht mehr herzustellen ist. Ich finde, weiteres kleines Anzeichen in diese Richtung ist so manches kritische Wort, was man über Ashok gehört hat, der ja extrem wichtig war für Mainz 05, der quasi ganz andere Optionen für die langen Bälle gegeben hat, der das auch sehr gut gemacht hat, der aber offenbar, also im Spiel gegen den Ball hat man es manchmal auch gesehen und offenbar auch im Training manchmal nicht so ganz mitgezogen hat nach dem, was ich gehört habe. Will ich jetzt aber auch nicht überbewerten, aber das sind so ganz kleine Anzeichen, die dafür sprechen könnten. Aber ansonsten bin ich voll bei euch. Mainz 05, bleibt Mainz 05 mit allem, was es ausmacht. Viel Laufbereitschaft, klare Spielphilosophie, die ist auf Vertikalität ausgerichtet. Ich hoffe sehr, dass Jonathan Burkhardt, der fällt mit einer Knieverletzung noch lange aus, aber dass wir den in der Saison dann mal länger spielen sehen, weil der hat mir immer Freude bereitet, wenn ich ihm beim Spielen zugucken konnte. Der könnte auch eine super Ergänzung sein. Also wenn man sich diese Offensive anguckt, da sind schon interessante Spielertypen mit dabei. Karim Onisivo hat sicherlich eine ganz herausragende Saison gespielt, Ajorg habe ich gerade schon genannt, mit Nelson Weiper noch dieses große Talent, das ja auch schon in der letzten Saison auch schon zeigen durfte, was man kann. Dann eben Jonathan Burkhardt, dahinter eben so Leute wie ihm Barrero, Lee, jetzt dann Tom Kraus, so richtige Arbeiter, die aber auch einen guten Fuß haben, also auch eine ganz gute Technik. Also es ist schon, es ist, es wird glaube ich interessant werden bei Mainz 05. Ich habe sie ehrlicherweise nur deshalb als Gleichtag wie im Vorjahr eingeschätzt, weil ich glaube, dass sie schon ungefähr nicht am Leistungsmaximum angekommen sind, aber von der Tabellenkonstellation her, ich erwarte, dass andere Teams eine bessere Saison spielen und dann ist für Mainz 05 eben in diesem Segment zwischen Platz 10 und Platz 6 ist da nicht so viel Luft. Also da ist es sehr schwierig, da hängt es an Kleinigkeiten. Deswegen habe ich sie gleich stark, sonst hätte ich sie vielleicht als leicht besser gesehen, wenn die Tabellenkonstellation eine andere wäre, weil ich finde, dass man den Kader so zusammenhalten konnte und dann noch punktuell ergänzen konnte, das ist schon auch einfach gut. Wo Mainz sich auch verstärkt hat, ist, sie sind, sie haben einige A-Juniorenmeister in ihrer Mannschaft, du hast schon Weifer genannt, der aber allerdings gegen, im Testspiel gegen St. Gallen ausgewechselt wurde, weil Boswenz und die Körpersprache nicht gepasst hat, gar nicht Leistung, sondern die Körpersprache, aber wer da ganz weit vorne ist, wen wir noch nicht genannt haben, ist Bajan Kruda. Sorry, wenn ich es falsch ausgesprochen habe, aber der nervt Boswenz und mit seinen Dribblings, aber ist ein starker Mann, 19. Ich bin ganz, ganz gespannt, was er in der Bundesliga-Saison zeigen wird, aber auf den kann man große Stücke halten und ein bisschen Hoffnung reinsetzen, dass da nicht was draus wird. Ja, die Jugendspieler werden sie eventuell auch brauchen, das ist noch so mein Aspekt, weswegen ich ihnen keinen großen Sprung zutraue, dass der Kader ist jetzt nicht ganz dick. Also sie haben klar mehrere Optionen, Stach, Kraus, Barkok, die können auch in der Dreierreihe vorne mitspielen im Sturm, aber ansonsten ist da nicht so viel. Wenn da noch irgendwie in New York ausfällt, dann fehlt da ein wichtiger Faktor. Auf dem Flügeln hast du auch jetzt nicht die megagroßen Auktionen, da gehst du jetzt eigentlich mit der Wiedmer-Verletzung schon mit Kassi und da kostet auch zum letzten Loch. Also das ist nicht der tiefste à la Kader. Ja, guter Punkt. Gerade das mit Da Costa hatte ich mir auch notiert, auch auf der Linksverteidiger-Position darf nicht so viel passieren. Sehr richtige Anmerkung. Es geht los für Mainz 05 an der alten Fasserei beim ersten FC Union, dann wird man zu Hause gegen Eintracht Frankfurt spielen. Man hat generell einen relativ ausgewogenen Spielplan, da ist jetzt keine richtige Ballung zu erkennen, zumindest vor der Saison. Und auch finanziell sieht es sehr gut aus bei Mainz 05. Man hat einen Gewinn erzielt und es sind nicht so viele Teams, die einen Gewinn erzielt haben in der Saison 2021-2022. Letztlich war das Ergebnis nach Steuern 3,5 Millionen Euro Gewinn, das Konzernergebnis dann 3,3 Millionen, damit liegt man auf Platz 8 insgesamt. Man hat dieses positive Ergebnis vor allem durch Transfers erzielen können und man hatte noch so ein paar außerordentliche positive Effekte, zum Beispiel in der Umstellung der Bilanzierung von Spielerwerten. Da hat Borussia Dortmund übrigens vor ein paar Jahren einen Fehler gemacht und wurde dafür jetzt von der BaFin gerückt, aber das ist etwas anderes, wenn euch das interessiert, schaut ins Forum, da habe ich das dokumentiert. Insgesamt steht Mainz 05 wirklich gut da, man hat ein sehr gutes Eigenkapital, Platz 9 in der Liga, man hat nur 14 Millionen Euro Verbindlichkeiten, das ist das, was andere Vereine an Einzeldarlehen irgendwie an Verbindlichkeiten haben. Man hat ein Rohergebnis, also eine ungefähre Einnahme von über 100 Millionen Euro, das ist nicht so viel im Vergleich zu anderen, aber immerhin Platz 14, der Personalaufwand ist überschaubar, also Mainz 05 steht sehr stabil da, muss man sagen. Und dementsprechend erwarten wir sie auch ähnlich stabil in der nächsten Saison. Womit wir bei Eintracht Frankfurt gelandet sind, hier sind wir uns alle einig, das ist jetzt der erste Verein, wir sind die ganze Zeit schon im Segment ungefähr gleich stark wie im Vorjahr und wir sind beim ersten Verein angekommen, wo wir alle drei auch genau zu dieser Einschätzung gekommen sind. Eintracht Frankfurt in der Vorsaison unter Oliver Glasner noch Platz sieben erreicht und all die Nebengeräusche und so weiter habt ihr mitbekommen. Großes Fragezeichen, da werden wir denke ich auch kurz drüber sprechen müssen. Dino Topmüller als neuer Trainer hat Düdelingen zum Trippel und in die Europa League geführt, da habt ihr ihn vielleicht schon mal gehört, das mit Düdelingen ging ja damals ein bisschen durch die Medien und natürlich heißt es wahrscheinlich Düdelange oder irgendwie so. War dann Co-Trainer von Julian Nagelsmann bei Rasenballsport Leipzig und mit ihm dann beim FC Bayern ist jetzt der neue Trainer, auch in der sportlichen Leitung hat sich was getan, Timo Hardung ist jetzt Sportdirektor, Christoph Preuß, Leiter des Lizenzbereiches, den kennt ihr wahrscheinlich auch noch und insgesamt treffen sich jetzt ganz schön viele Menschen bei Eintracht Frankfurt, die aus dem RB-Kosmos kommen, also sowohl Topmüller und Hardung, die kennen sich schon, Nagelsmann, Grösche und Topmüller kennen sich alle aus der Zeit bei Leipzig und das ist auch so ein kleines Thema, zumindest bei manchen Fans. Ich weiß nicht, welche Rolle das jetzt aber in dieser Saisonvorbereitung spielen soll. Tobi, ich weiß, dass du immer wieder Sendungen aufzeichnen darfst mit jemandem, der sehr extrem über die Eintracht spricht, der auch extra seine Überraschungsteam so auswählt, dass er endlich drüber reden kann. Liebe Grüße an Edith, deswegen gehe ich davon aus, dass du bei der SGE tief im Thema bist. Was müssen wir denn wissen, wenn es um die nächste Saison geht? Also da eben zu Etienne muss man erstmal sagen, der hat ja gesagt, wenn Moani nicht geht, dann kommen sie in die Champions League. Das war seine Überraschung dieses Jahr. Das ist ein sehr gewagter Tipp. Zu uns muss man sagen, diese Saison haben wir ja eine dankbare Saison vor schon, Max. Ich erinnere mich an Jahre, wo die halbe Bundesliga den Trainer ausgetauscht hat, wo irgendwie ein unbekannter Glasner und ein Rose, den wir auch nicht so gut kannten, aus Österreich in die Bundesliga gewechselt sind und man bei der Hälfte der Teams mit Fragezeichen vorstand. Was wird das eigentlich? Da haben wir diese Saison nur so einen Kandidaten richtig mit Topmüller und SGE, wo man da so ein bisschen mit dem Fragezeichen vorsitzt, was will der eigentlich jetzt mit dem machen? Er hat in der Vorbereitung sehr viel 5-3-2 spielen lassen und auch ein sehr defensiv orientiertes 5-3-2, was gar nicht heißt, dass sie gegen den Ball unbedingt nur gestanden haben und dass sie tief gestanden haben, sondern dass sie auch in der Ballzirkulation eher länger den Ball haben laufen lassen, sehr positionstreu gespielt haben, ab und zu Götze Elbimbe, die aus dem Mittelfeld hervorgeschossen sind, aber das war eigentlich eher so eine Safety-First-Nummer, die sie sowohl im Pokal als auch in den vergangenen Testspielen, ich glaube gegen Nottingham Forest war es dann am Ende 0-0 letztes Testspiel, ja das war dann die Geschichte und da bin ich jetzt gespannt, wie das wird, wie das sich in der Saison zeigt und was dann auch die Weiterentwicklungsstufe sind von Topmüller, weil da bin ich mir noch nicht sicher, ob das sein letztes System ist, als Mann, der eigentlich, wie du gesagt hast, gerade schon eine Rasenball-Sport-Vergangenheit, aber auch eine Vergangenheit unter Nagelsmann, hätte ich jetzt einen offensiveren Spielstil vermutet zunächst einmal, bin ich gespannt, ob der noch kommt und ja, ich glaube über Transfers müssen wir gleich auch noch reden, aber ich glaube jetzt erstmal diesen Abriss kurz zu Topmüller machen wollen. Ja, ich finde es lustig, dass wir uns ausgerechnet da alle einig sind, weil da ist ja der Umbruch eigentlich am größten bei Frankfurt, da kann auch irgendwie alles passieren, da hat sich so viel geändert in der Mannschaft, aber gut und Topmüller ist für mich so ein klassischer Gegenpressing-Trainer, der auf gute Struktur setzt und bei Ballverlust will er eben eine gute Ausgangslage nutzen, um Konter zu vermeiden. Ja, das wäre meine Ergänzung zu Topmüller. Womit wir ja glaube ich dann zwangsläufig bei den Transfers landen, weil das gehört ja zu diesem Umbruch mit dazu, also Kolo Miani ist weiter in der Schwebe, aber aktuell noch bei der SGE, aber wer gegangen ist, ist Sow, Endika und Kamada, die müssen unter anderem kompensiert werden und dafür hat man aber einiges getan und da Caro ist es ja dann wieder irgendwie schwierig, weil wir haben einige Namen, also Elias Giri, den kennen wir, da würde ich auch sagen richtiger Stil, den geholt zu haben, der hätte auch sehr gut zum FC Bayern gepasst, meiner Meinung nach, da hätte man mal einen Anker-Sechser gehabt, zumindest ausprobieren hätte man es können und Jessica Gangkamp, den kennen wir auch von Hertha BSC, da wissen wir so grob, was uns erwartet, auch bei Oma Mamouche, der vom VfL Wolfsburg gewechselt ist, das war ja schon in der letzten Rückrunde mehr oder minder klar, da wissen wir, was uns erwartet, aber dann haben wir eine ganze Reihe von Neulingen oder Rückkehrern, wo es ein bisschen schwieriger ist. William Pacho, Innenverteidiger von Royal Antwerpen, ist Ecuadorianer, ist unter Marc von Bommel mit Antwerpen sensationell Meister geworden, falls ihr es noch nicht gesehen habt, schaut euch das Video an, wie sie da in der 94. Minute, glaube ich, das entscheidende Tor erzielen, sehr interessanter Spieler, 21 Jahre, Junge. Robin Koch kehrt zurück, hat bei Leeds United in der letzten Saison jedes Spiel von Beginn an gemacht und hat sich unter anderem wegen des Europa League Auswärtsspiels bei Barcelona für die SGE entschieden, weil er gesagt hat, er braucht diese Stimmung im Stadion, er möchte bei einem solchen Verein spielen, ist jetzt erstmal ausgeliehen und kann dann nach der Saison ablösefrei wechseln, das hängt mit dem Abstieg von Leeds United zusammen. Hugo Larsson, eines der größten Talente, nach allem, was man liest, aus Schweden, mit 19 Jahren, kommt von Malmö FF, soll eben sehr, sehr talentiert sein, sehr gutes Passspiel und so weiter. Wir haben mit Nandi Collins noch jemanden aus der U19, beziehungsweise der zweiten Mannschaft des BVB, der 19 Jahre alt ist. Wir haben mit Noel Futkeo, einen 20-jährigen Mittelstürmer, der allerdings jetzt erstmal in der U21 spielen soll, deswegen ignorieren wir ihn kurz. Wir haben mit Davies Bautista, noch einen 18-jährigen Innenverteidiger, ebenfalls aus Ecuador, spielt in der U20 Ecuador, hat noch kein Profispiel bestritten. Ich habe bei der Recherche, bei denen habe ich mich so ein bisschen in so ein Rabbit Hole gestürzt, keiner kennt den so richtig, aber alle wünschen ihm alles Gute und denken sich, naja, wenn er zu Eintracht wechselt, dann wird er schon was können. Also da ist einiges da, plus man konnte noch manche Spieler halten. Ein Jens-Peter Horge ist zurückgekehrt von Gent und wirkt auch wie ein anderer Spieler. Also ich habe schon vor 15 Minuten gefühlt angekündigt, dass ich dir jetzt die nächste Frage stellen würde, Caro, und dann habe ich so lange vor mich hingeredet. Es tut mir leid, aber es zeigt einfach, wie viel da passiert ist. Aber mir geht es zumindest so, ich freue mich darauf, die alle zu sehen und zu sehen, wer davon ist ein Volltreffer und wer vielleicht nicht. Klar, und du kannst dir so viel Zeit nehmen, wie du willst, weil es sind auch viele Neuzugänge. Da lohnt es sich ein bisschen, einen genaueren Blick drauf zu wagen und ein William Pacho, ja, ist ein spannender Spieler. Er ist linksfuß, er ist groß, er ist robust, zweikampfstark, soll wohl ganz gut Standards verteidigen können. Aber einen Dika zu ersetzen ist natürlich eine Aufgabe, der war sehr elegant und abgeklärt. Ähm, ja, das hat, ein Pacho hat jetzt nicht diese Eleganz. Ähm, und er soll wohl extra Einheiten gemacht haben müssen, weil seine Passgenauigkeit ein bisschen zu wünschen übrig ließ. Ähm, aber er wird trotzdem gesetzt, sein in einer Dreierkette. Robin Koch, ganz klarer neuer Ador, äh, Abwehrchef, hat irgendwie eine leichte Adduktorenreizung gehabt. Stammspieler, ist er bei Leeds auch gewesen. Ähm, ist mit Leeds allerdings abgestiegen. Ähm, und, äh, Hugo Sechser. Sehr gute Vorbereitung gespielt, unfassbar spielintelligent, ähm, hat ein Spielverständnis, ist der laufstärkste Spieler der vergangenen Saison. Und wenn er fit ist, dann wird er auf jeden Fall die Person sein, die bei Eintracht den Takt angibt. Ähm, ein guter Ersatz für Kamada und für So. Also, auf den bei der Eintracht kann man sich richtig, richtig freuen. Ähm, ja. Erfolgsfaktoren sind für mich Standards besser verteidigen. Ähm, ähm, da war nämlich letzte Saison nur Hertha und Augsburg waren da schlechter. Und man muss variabler in der Offensive werden. Ähm, ähm, ja. Da bin ich gespannt. Genauso wie du. Spannende, spannende Mannschaft. Aber gerade in der Offensive, Tobi, sieht's ja auch ganz positiv aus. Also, wenn man quasi viel Variabilität hat, dann ist das ja vor allem auf den Achter- und den Stürmerpositionen. Ja, ich bin so noch ein bisschen skeptischer als Caro. Und klar, du hast die Flexibilität angesprochen. Ja, du hast da viele Spieler, die du aufstellen kannst. Du kannst vorne Moani Lindström spielen lassen. Ähm, auch spielstarker Storben mit Mamouche und Gamkam ein bisschen mehr Zug zum Tor wählen. Ähm, hast auch, ähm, eben mit Hauge da noch eine andere spielstarke Option. Was so ein bisschen, also die Testspiele fand ich nicht so gut, muss ich gestehen. Ich hab mir da zwei reingezogen und auch das, ähm, äh, Pokalspiel war aber lange Zeit, lange Zeit zäh. Die Mannschaft ist halt noch so ein bisschen sehr sehr positionsorientiert, ist sehr lange Ballzirkulation, sehr wenig, ähm, Tiefe, ähm, auch, da fehlt mir noch so der X-Faktor. Ich finde auch Skiri ist noch so von dem, was ich aus Kellen kenne, mit angezogener Handbremse. Weil natürlich die tiefe Position von ihm ergibt keinen Sinn mit drei Innenverteidigern hinter ihm und, aber das nach vorne schießen, was ja so charakteristisch für ihn noch ist, dieses auf dem ganzen Platz sein, das haben wir noch nicht erlebt. Ich fand eher Bimbe herausstoß, herausstechend in der Vorbereitung, der hat, finde ich, eine gute Vorbereitung gespielt als herausstechender Spieler. Und, lange Rede, kurzer Sinn, was machen wir, wenn Moani geht? Weil du hast gerade von Variantenreichtum in der Offensive gesprochen, ja, aber Variantenreichtum bei den Torjägern, der fehlt da eher. Also klar, Lindström ist auch ein torgefälliger Spieler, ist auch ein Spieler, der den, den, ähm, den Blick zum Tor immer hat und der weiß, wo das Tor steht. Aber du hast ja schon alleine gar keinen mehr, der irgendwie mit langen Bällen anspielbar ist, du hast keinen, der in den Strafraum wirklich reingeht und dort dann für Gefahr sorgt. Das fehlt alles, wenn Moani weg ist. Das ist halt wirklich so ein riesengroßes Fragezeichen, was ist, wenn er geht? Eigentlich muss er gehen, wenn er, wenn die Angebote halt dazu tatsächlich reinkommen, wie man das hört, weil 100 Millionen, darauf kann, glaube ich, die Eintritt nicht verzichten. Aber dann hast du da schon ein riesen Fragezeichen. Ich wüsste auch nicht, wie du das kurzfristig schließen kannst, diese Lücke. Ja, ja, das stimmt natürlich. Aber ich fand es halt schwer, das einzupreisen, also jetzt von einem Wechsel auszugeben, wenn da keine klaren, klaren Anzeichen dafür sind. Und ich finde auch, dass, also ich bin ja logischerweise dann auch bei der Bewertung rausgekommen, gleich stark wie im Vorjahr. Und damit mache ich das komplette Vorjahr und nicht nur die Rückrunde. Das muss man vielleicht noch dazu sagen. Die Eintracht kam ja aus so einer Delle heraus eigentlich aus der Saison. Auch deshalb musste ja Oliver Glasner gehen. Ich finde, dass bei so viel Umbruch und im Kader stehen aktuell 37 Spieler, also da muss auch noch wahnsinnig viel passieren. Das kann nicht so bleiben aus ganz, ganz vielen Gründen. Bei so viel Umbruch ist es dann eigentlich schon optimistisch, wenn man sagt, man spielt ungefähr in der Tabellenregion wie vorher. Ich meine, man hat sich jetzt für die Europe Conference League, hat man sich qualifiziert. Da wird man jetzt dann sehen müssen, ob man da eine ähnliche Begeisterung schüren kann, wie in der Champions League und in der Europa League. Wenn ich es dem Team zutraue oder einem Umfeld zutraue, dann aber dem vom Eintracht Frankfurt. Und alles andere ist so in der Schwebe inklusive Trainerwechsel, dass ich fände, alles zwischen Tabellenplatz 9 und Tabellenplatz 7 wäre schon ein Erfolg für Eintracht Frankfurt. Und alles drüber ja dann sowieso. Ein Aspekt möchte ich kurz noch anbringen. Das war so mein Gedankengang, wieso gleich gut, weil besser, da müssen sie irgendwie wiederholen. Und meine Frage, die ich mir dann gestellt habe, ist, sind die Flügel besser als die Flügel von Union Berlin? Können sie da im Zweifelsfall im direkten Duell, weil da wäre Union Berlin zu bespielen, durch Zentrum bringt sowieso keiner hin. Und dann gucke ich mir das an und sehe dann Max, ja klar, guter Spieler, aber auch mich mit dem letzten Offensivdrang. Auf der anderen Seite dann Budak oder Knauf, das ist mir nicht internationale Klasse genug. Da sehe ich Union Berlin sogar noch über Eintracht Frankfurt, was das angeht. Und dann kann das für mich kein Besser als vergangene Saison sein. Ja, und bei Union Berlin muss man auch sagen, also die kommen erst später. Da hat sich allerdings während unserer Aufnahme jetzt schon ein Transfer ergeben, der sie vielleicht ein bisschen weiter nach oben hätte rutschen lassen können. So transparent will ich an der Stelle sein. Es wird auf jeden Fall interessant und nochmal völlig richtig, dass du den Hinweis gemacht hast, viel weniger Trainerwechsel zu dieser Saison und allein das. Und das ist halt dieses große Fragezeichen, wie wird Dino Topmeller spielen lassen? Kurz noch zur wirtschaftlichen Situation, weil es spielt ja auch in die Moane-Situation hinein. Man hat den zweithöchsten Umsatz der Vereinsgeschichte gemacht in der Saison 2021, 2022, 80 Millionen Euro mehr als im Vorjahr. Man hatte allerdings wieder einen Verlust insgesamt, weil 17 von 23 Spielen mit eingeschränkter Kapazität gespielt werden musste. Insgesamt sind viele Erlöspfade gestiegen, also mediale rechte Werbung, auch Merchandising ist gestiegen. Aber eben insgesamt hat man dennoch noch diesen Verlust gemacht. Man ist nur deshalb nicht ins negative Eigenkapital gerutscht, weil man im letzten Jahr erst, also im Jahr 2021, Eigenkapital zugefügt hat. Deswegen, das ist alles noch sehr so, also ja, 100 Millionen von zu Mühe und Nie, die würden tatsächlich noch sehr gut tun. Insgesamt ist man aber bei den Ertragszahlen sehr gut in der Liga positioniert. Saison 2021, 2022, 278 Millionen Euro, das ist Platz vier in der Liga. Also da sieht man, welches Potenzial die Eintracht heben kann, wenn sie eben TV-Geldeinnahmen durch gute Platzierung hat. Plus eben Merchandise ist bei ihnen noch ein größerer Faktor als bei anderen. Man hat allerdings auch noch Schulden von über 100 Millionen Euro. Und eben, wie gesagt, einen großen Verlust eingefahren. 14 Millionen Euro hat man verloren. Das hat einiges vom Eigenkapital weggefressen. Also Eintracht Frankfurt ist so einer der Vereine, der so in der Schwebe ist zwischen wirtschaftlicher Solidität und eben Angewiesensein auf gewisse Rahmenbedingungen, wie eben zum Beispiel Transfererlöse, die immer wieder da sind. Da hat sich die Eintracht noch nicht draus befreien können. Da werden wir noch zu einem Beispiel kommen. Da läuft es ein bisschen besser. Aber erst sprechen wir über den VfL Wolfsburg und da ist ja sowieso alles ein bisschen anders. Wisst ihr was, da steige ich jetzt einfach mit den Finanzkennzahlen ein. Denn zum ersten Mal seit dem 75 Millionen Euro Transfer von Kevin de Bruyne hat der VfL wieder einen Gewinn erwirtschaftet. Vorher immer Verlust. Warum fällt das nicht auf? Ja, na klar, weil VW den Verlust auffrisst, so wie aber VW auch den Gewinn auffrisst. Also von dem Gewinn ist dann letztlich nichts geblieben, zumindest nach dem, was man ausgegeben hat. Die wichtigste Aufgabe ist immer noch die Personalkostenreduktion. Da ist man schon etwas besser geworden. Also man hatte mal den drittteuersten Kader der Liga. Jetzt ist man beim Personalaufwand auf Rang 6 aktuell. Also es ist ein bisschen normaler geworden. Und eben in der Saison 2021, 2022 konnte man sogar mal 5 Euro, 5 Millionen Euro Gewinn machen, die sich dann VW genommen hat. In den letzten Jahren hat VW aber sehr häufig auch Verluste aufgefangen beim VfL. Das wissen wir alle. Es ist eine besondere Situation. Und die ist auch deswegen besonders, weil man es geschafft hat, mit einem legendären Spiel am 34. Spieltag gegen den schon abgestiegenen Klub Hertha BSC zu verlieren. Damit hat man das internationale Geschäft verspielt. Und deswegen wird Wolfsburg nur in zwei Wettbewerben antreten, nämlich DFB-Pokal und Bundesliga. Es wurde Rang 8 und dagegen will man etwas tun. Also das sieht man, wenn man sich den Kader anguckt. Es gab ein paar Abgänge. Micky van der Veen wurde verkauft. Felix Metzger haben wir vorhin schon angesprochen bei Dortmund. Und Oma Mamouche, jetzt gerade bei Eintracht Frankfurt. Man hat viel Geld damit eingenommen und man hat manches von diesem Geld auch investiert in einige Neuzugänge. Ich will jetzt aber nicht zu weit vorgreifen, sondern ich gucke auf meinen Zettel und sehe, hier sind wir sehr unterschiedlich. Ich sehe Wolfsburg als besser als im Vorjahr. Caro, du siehst die schlechter. Tobi ist die Schweiz. Er ist die neutrale Mitte. Deswegen, Caro, du das anfangen. Wann ist für dich die Abgänge, dass du sie als schlechter als im Vorjahr eingeschätzt hast? Oder woran liegt es? Unter anderem die Abgänge. Du hast sie schon aufgezählt. Aber eben auch, dass sie zwei Saisons hintereinander jetzt wirklich öde gespielt haben. Und das strahlt auch ein bisschen auf die Spiele aus. Yannick Gerhardt sagt, wir spielen wieder um gar nichts. Das hat auch einen Einfluss. Und auch die Testspiele waren nicht gut. Und Wolfsburg hat einen mittelguten Kader. Ich sehe nicht, dass der Kader so gut ist, dass man da jetzt auf die internationalen Plätze kommt. Und es fehlt ein bisschen die Konstanz. Klar, sie haben jetzt endlich den richtigen Mann als Kapitän mit Maxi Arnold. Es ist passiert, er ist Kapitän. Aber neben den Abgängen ist auch das ein Faktor für mich. Sie haben auch spannende Zugänge, Neuzugänge. Deswegen würde ich jetzt nicht sagen, sie sind sehr viel schlechter. Aber ein bisschen schlechter. Ich glaube nicht, dass das Europa wird. Und klar, Niko Kovac ist ein sehr, sehr ehrgeiziger Trainer. Er kann auch junge Spieler aufbauen, die sie jetzt auch wieder geholt haben in Wolfsburg. Miggi van de Feen ist ein Beispiel. Aber der ist jetzt ja direkt weg, ab zu Tottenham Hotspur. Und es ist eben nicht mehr Jörg Schmatke, der Kevin de Bruyne holt. Kevin de Bruyne hast du gerade erwähnt. Sondern Marcel Schäfer, der jungen Spieler entdecken will. Und das ist ja auch gut. Aber Wolfsburg hat nicht mehr diese krasse Strahlkraft, die sie mal hatten. Sondern sie haben die Neuzugänge. Da ist der Aufregendste, Thiago Thomas für 8 Millionen von Sporting. Lissabon war nach Stuttgart ausgeliehen. Dann haben wir von Twente Enschede Czerny für 6 Millionen. Von Cedric Zesinger von den Young Boys Bern. Moritz Jens für 6 Millionen. Von FC Lorient. Und war zu Schalke ausgeliehen, ist ein Innenverteidiger. Und Maximilian Philipp ist zurück, der bei Werder Bremen überhaupt nicht gezündet hat. Ja, jetzt hat man den zweitjüngsten Kader nach Stuttgart. Und ist interessanter Kader, hat viel Potenzial. Und zum Beispiel ein Jonas Wind könnte aufblühen diese Saison. Patrick Wimmer hat auch noch Luft nach oben. Aber für mich überwiegt er einfach, dass der Kader, ja, der ist interessant und hat Potenzial. Aber er ist nicht sehr gut. Er ist mittelgut. Und dafür ist einfach, ja, dafür ist der Frust zu groß in Wolfsburg. Das ist einfach, das ist nicht Wolfsburg-Anspruch, da so im Mittelfeld rumzugurken. Und das werden sie jetzt wieder tun. Und das war auch nicht der Absteiger Hertha BSC, sondern es war die A-Jugend von Hertha BSC gefühlt, gegen die sie da verloren haben. Vielleicht halte ich kurz dagegen und dann darf Tobi sein Salomonisches Urteil sprechen. Ich glaube nämlich, dass hier vielleicht Innensicht und Außensicht auseinander gehen. Klar sind das nicht die großen Namen, die man verpflichtet hat bei Wolfsburg. Es sind aber interessante Spieler. Und vor allem, ich finde, dass der VfL besser als in manch anderer Transferperiode das bedient hat, was vorher Schwachstellen im Kader waren. Also man hat sich mehrere Innenverteidiger geholt, um Micky van der Veen, der natürlichen Verlust ist, aufzugreifen. Also da hat man eben C-Sieger zum Beispiel von Young Boys Bern, der schon sehr früh feststand als Nachfolger, der zum Beispiel von Roger Schmidt, der ihn mal trainiert hat, sehr gelobt wird. Aber wir müssen jetzt sehen, wie das in der Bundesliga funktioniert. Und wir haben eben zum Beispiel, du hast es auch schon angesprochen, Moritz Jens, der bei Schalke ja eine gute Rolle gespielt hat. Und dann aber vor allem die Außenpositionen bei Wolfsburg waren immer schon ein wichtiges Thema. Finde ich, hat man sehr interessante Spiele geholt. Joachim Mehle von Atalanta Bergamo, der im Grunde alle Außenpositionen spielen kann und so wie es ich gesehen habe, auch in den Testspielen und im DFB-Pokal auch schon fast überall gespielt hat. Also jetzt war er rechts außen, kann aber angeblich auch Linksverteidiger spielen, hat er auch schon gemacht. Der hat insgesamt, also ist 37-maliger dänischer Nationalspieler, der hat sieben Jahre in Italien gespielt. Der hatte 96 Pflichtspieleinsätze allein für Atalanta Bergamo. Er ist ein sehr, sehr gut ausgebildeter, defensiv denkender Spieler, mit aber Möglichkeiten nach vorne. Habe ich total Bock drauf, den zu sehen. Du hast eben Czarny, den rechts außen, der soll sehr, sehr schnell sein. Er zieht von rechts immer nach innen und schließt dann ab. Da gibt es so viele Arjen-Robben-Vergleiche. Hatte auch schon zwei Kreuzbandrisse, auch dahingehend kann man seine Vergleiche mit Arjen-Robben machen. Aber ist deswegen auch sehr gut im Abschluss. Also hat 24 Torbeteiligungen in 32 Ligaspielen bei Twente Enskede gesammelt. Wir haben Rogerio, das ist ein Linksverteidiger. Der sitzt an den ersten beiden Spieltagen noch eine Rotspere aus Italien ab. Der war vorher bei Sassuolo, nämlich der auch schon über 156 Spiele hat er für Sassuolo gemacht. Entschuldigung, das war der, der sieben Jahre in Italien gespielt hat. Ich habe es vorhin falsch gesagt. Entschuldige bitte, ich bin da durcheinander geraten. Der brasilianische Herkunft ist eine sehr gute Technik haben soll. Ist ein Klischee, aber es scheint sich hier zu erfüllen. So, und jetzt kommt mein eigentlicher Punkt. Es tut mir leid, es hat ein bisschen lange gedauert. Das sind alles nicht die großen Namen. Aber so wie Niko Kovac Fußball spielen lässt, brauchst du gar keinen großen Namen. Niko Kovac lässt doch einen Fußball spielen, der so eindeutig auf Vertikalität, auf Arbeit gegen den Ball und auf Arbeit, Arbeit, Arbeit und dann aber auf Geschwindigkeit gepolt ist, dass ich nur eine Problematik sehe, die für Wolfsburg auftritt. Ich glaube, jeder dieser Neuzugänge kann gut funktionieren. Die eine Frage, die ich mir immer stelle, ist dann, ist die Qualität im Sturm dann gut genug, dass die Chancen verwertet werden? Aber alles andere, dass man gegen den Ball gut stehen wird, dass man mit Geschwindigkeit über die Außen, man hat ja auch noch Patrick Wimmer und so Leute im Kader, dann seine Chancen herausspielen wird, finde ich, steht völlig außer Frage. Weil das, was Niko Kovac spielen lassen will, das können die auf jeden Fall, weil das ist, das kann nicht jeder Spieler, man muss ein gewisses Niveau haben, aber das haben die. Und da glaube ich, dass dann mit quasi immer einer Woche Vorbereitung aufs nächste Spiel dann schon für Wolfsburg was gehen sollte eigentlich. Und jetzt kommt Tobi. Ja, ich habe mir auch angehört und ich fände das salomonische Urteil, dass ich keine Ahnung habe. Wolfsburg ist halt bei mir, ich habe einfach gemacht, gleich gut, weil ich habe sowas von keine Ahnung. Wolfsburg ist mir ein riesengroßes Rätsel, weil das, was du gesagt hast, natürlich klar, Niko Kovac möchte Kampffußball sehen, der setzt darauf, dass seine Mannschaft den Gegner im Mittelfeld halt den Ball abnimmt und dann vertikal und im Notfall stellen sie vier bis fünf Mann in die letzte Linie und holt sie das Ding dann lang. Ja, keine Ahnung, aber die haben jetzt Testspiele gespielt, die haben die meisten Testspiele gefühlt aller Bundesligisten gemacht, haben sogar noch eine Woche vor dem DFB-Pokal zwei Testspiele an einem Wochenende gemacht, haben ständig die Formation gewechselt und ich habe keine Ahnung, wer da jetzt spielt. Man hat keine Ahnung, wer ist denn da jetzt eigentlich die Elf? Also jetzt im DFB-Pokal steht plötzlich Maxi Arnold in der ersten Halbzeit auf der Bank, wo du denkst, aber der Stammspieler dachte ich doch. Und du hast halt wirklich keinerlei Anzeichen, wer da jetzt diese Mannschaft bilden wird und was das für eine Mannschaft sein wird. Und dann sind dann, wie du gerade sagst, du kennst die Spieler besser anscheinend als ich. Cerny, Rogério, die habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen, muss ich gestehen. Habe ich wenig gesehen von den Spielern, kann ich nicht so einschätzen, ob die jetzt auf Bundesliga-Niveau funktionieren. Also da wird dann am nächsten Wochenende irgendeine Mannschaft auf dem Feld stehen, die ich nicht einschätzen kann, mit Spielern, die ich nicht einschätzen kann. Also für mich ist das die riesengroße Wundertüte. Das kann, wie du es gerade bei Max, wie das bei dir klang, ja die werden dann kämpfen vielleicht und dann den Gegner niederringen und dann Tempo vielleicht haben, okay. Kann aber auch wie Caro gesagt sein, was ist da eigentlich die Ambition dabei und wie wollen diese Mannschaft dann auch gegen mein Lieblingsthema Heidenheim und Darmstadt bestehen? Weiß ich auch nicht. Sehe ich halt auch wie Caro. Also Wolfsburg ist für mich das große Rätsel und die irgendwie in die Tabelle reinzuordnen, dass das, ich könnte da losen. Also ich habe da keinerlei Bezug und keinerlei Ahnung. Wirklich nicht. Aber ist es nicht so, dass Wolfsburg unter ein gewisses Niveau nie fällt und man deswegen quasi so eine untere Grenze hat, wo sie nicht runterfallen? Du hast eine untere Grenze, ganz klar, die werden nicht weiter als 10 gehen und die werden nicht höher als 5 gehen. Aber dazwischen kann es halt alles sein. Also es kann halt sein, dass die jetzt eine Europa-League-Saison spielen mit dieser Mannschaft. Kann aber auch sein, dass die, wie ich es schon gesagt habe, dass da keiner Tore schießt, dass die auch offensiv da überhaupt keine Hebel haben mehr. Eben, du darfst ja auch nicht vergessen, Felix Metzger hat auch, ist natürlich wankelmütig gewesen vergangene Saison, aber hat mit seinen Läufen, dann mit seinen Progressive Runs with Ball, wie das im Statistikenglisch schön heißt, so manches Spiel rausgerissen, was sie dann vielleicht nicht 1-2 oder 3-0 gewonnen hätten. Also ja, da ist es auch noch, wie gesagt, ich kann die Mannschaft nicht gut einschätzen, deswegen rede ich jetzt gerade so lange, weil es mir schwerfällt. Da eine klare These zu formulieren. Ich weiß nicht, Caro, ob du noch was gegenhalten möchtest? Ansonsten einigen wir uns, dass wir uns uneinig sind. Und das ist aber kaum besser. Niemand weiß es besser, wahrscheinlich nicht mal Niko Kovac. Darauf einigen wir uns. Ich möchte noch was gegenhalten. Ja. Und zwar, es wäre doch auch mal voll in Ordnung, wenn das Frauenteam von einem Verein populärer werden würde als das Männerteam. Und da sehe ich gerade Wolfsburg auf einem sehr, sehr guten Weg. Aber das ist doch schon, das ist doch schon längst, oder? Ja, das ist schon so, ja. Aber da kommst du drei Jahre zu spät mit der These, würde ich behaupten. Also zumindest, was Auswärtsspiele in der Frauenbundesliga angeht, da siehst du das schon richtig, da zieht der VfL Wolfsburg anders als bei den Männern. Das muss man wirklich so sagen. Weil da kommen dann Leute aus der Region, die Wolfsburg-Fan sind ins Stadion. Da muss man sich auch ein bisschen dran gewöhnen, wenn man Frauenbundesliga guckt. Weil das, ja, kennt man eben von den Männern nicht so. Also da ist das schon so. Und wie sie gegen Heidenheim spielen, das werden wir, Tobi, zum Glück schon am ersten Spieltag erfahren. Das ist ja der Kracher, Samstagnachmittag 15.30. Familien werden sich bundesweit vor dem Fernseher versammeln, um Wolfsburg gegen Heidenheim zu sehen am ersten Spieltag. Ich muss sagen, ich finde das immer so ein bisschen fies. Also jetzt gar nicht mal gegen Wolfsburg, sondern gegen Heidenheim. Weil die haben sich ja dahin gearbeitet, so in die Bundesliga. Und das ist ja völlig legitim, dass die da spielen. Ja, das stimmt. Da wird immer so getan, als ob es nur noch um Attraktivität ist. Und das ist ja nicht attraktiv für Heidenheim und Darmstadt. Ja, vielleicht nicht. Aber sie sind es halt sportlich verdient. Und ich finde es auch einen guten Farbtupfer für die Bundesliga bei den Teams. Das stimmt. Du musst jetzt einfach einmal raus, weil man immer diese Gags dann hat. So Heidenheim, Mainz gegen Augsburg. Ja, dann sollen halt Schalke und Hertha und wer weiß ich nicht so gut arbeiten wie Mainz und Augsburg. Aber komm, haben wir es jetzt. Ja, stimmt schon. Aber andererseits wird halt die Einzeloption auch nicht mehr zu sehr haben, als der Rasenfunk Downloads. Und das ist halt ein bisschen peinlich. Aber da kann Heidenheim nichts dafür. Aber es ist vielleicht peinlich. Aber wir können ja nicht drum meckern, dass es nur immer ums Geld geht. Und dann gleichzeitig uns dann immer die Zuschauerzahlen auf Sky dann um die Ohren ballern. Es ist immer noch ein sportlicher Wettbewerb eines Tages. Das stimmt. Es wird auf jeden Fall ein laufintensives Duell. Diese Prognose wage ich. Und es wird ja auch analysiert werden hier im Rasenfunk. So wie alles. Wir werden sehen, wo Wolfsburg landet. Wo sie aber definitiv nicht gelandet sind, ist im Segment der Teams, die wir als schlechter als im Vorjahr einschätzen. Das beginnt nämlich genau jetzt. Weiter machen wir mit dem SC Freiburg. Der erste in dieser Kategorie. Da ging die Meinungen leicht auseinander. Aber insgesamt landen wir bei zumindest leicht schlechter als im Vorjahr. Was natürlich auch mit dem Vorjahr zusammenhängen könnte. Denn da ist man mit Platz 5 außerordentlich gut aus der Saison herausgekommen. Tobi nickt schon. Also das wird einer der Gründe bei ihm gewesen sein. Gucken wir kurz auf die Finanzkennzahlen. Das ist nämlich beim SC Freiburg immer ein positives Thema. Man hat den Umsatz steigern können. Man hat wieder einen kleinen Gewinn gemacht. Insgesamt steht der SC wirklich gut da. Hat das sechsthöchste Eigenkapital. Hat nur 29 Millionen Euro Verbindlichkeiten. Hat ein roher Ergebnis von knapp über 100 Millionen Euro. Das ist immer so die Schwelle. Über die sollte man inzwischen wirklich drüber kommen. Wenn man in der ersten Liga mithalten möchte. Der Personalaufwand ist gestiegen. Zur Saison 2021, 2022 um 6 Millionen Euro. Auf 60 Millionen Euro. Trotzdem hat man sich verbessert im Liga-Vergleich. Was sagt uns das? Im Liga-Vergleich ist der Personalaufwand noch mehr gestiegen. Und insgesamt konnte man eben dennoch ein positives Ergebnis machen. Und mit einem Gewinn aus dieser Saison herausgehen. Aber dann kommen wir zum Sportlichen. Man konnte eigentlich den Kader recht gut zusammenhalten. Der Abgang von Flecken und vielleicht auch das Karriereende von Petersen sind da so mit die größten Themen, die man zu verzeichnen hat. Ich gucke kurz auf unseren Zettel und sehe, Tobi ist am negativsten von uns. Er hat Freiburg klar als schlechter eingeordnet. Tobi, wie bist du zu der Einschätzung gekommen? Hängt es mit der sehr guten Vorsaison zusammen? Hängt es mit Transfer zusammen? Auf einmal der Basiswert-Effekt. Klar, wenn du vergangene Saison Fünfter geworden bist, ist... Wir haben vielleicht schon letzte Saison gesagt, sie haben ja jetzt zwei Jahre hintereinander, sowohl Union als auch Freiburg, wirklich krasse Saisons gespielt. Und schon letzte Saison haben wir gesagt, das kann nicht normal passieren. Und es ist normal passiert. Aber jetzt stehe ich hier wieder da und sage, das wird nicht normal passieren. Auch weil ich schon die Rückrunde ja durchaus kritisch war mit den Freiburgern. Ich finde, da haben sie nicht ganz diese Leistung der Hinrunde gezeigt, haben auch oft Spielglück gehabt, haben sich wieder sehr stark in die Spielereien kämpfen müssen. Und die spielerischen Fortschritte, die man in der Hinrunde gesehen hat, die waren dann nicht mehr so zu sehen. Und dann im Zweifelsfall hatten sie dann die Griffo-Standards und haben sich damit dann die nötigen Punkte für eben diese Europa-League-Qualifikationen zusammengehamstert. Die Vorbereitung war suboptimal. Da gab es dann immer einige Spieler, die verletzt ausgefallen sind, die dann nicht 100% trainieren konnten. Streich hat das auch öffentlich gesagt, dass er im Trainingslager gerne mehr Konkurrenzkampf gehabt hätte. Also, dass auf jeder Position zwei Spieler wirklich fighten müssen. Das gab es nicht auf jeder Position, eben wegen diesen Verletzungen. Man hat auf dem Transfermarkt jetzt auch nicht so krass zugeschlagen. Klar, Adamo im Sturm ist, glaube ich, noch als Fallsteller-Stürmer da vorne, der den Weg auch Richtung Tor kehrt, nochmal eine Ergänzung. Und Spieler, der diesem Kader ein Stück weit gefehlt hat vorher. Das ist, glaube ich, noch ein sehr, sehr guter Mann. Ansonsten sagt mir, wenn ich jetzt nur irgendeinen wichtigen Transfer unterschlage, aber ich glaube, so viel hat sich da gar nicht getan. Nee, also man hat noch Florian Müller als Backup zu Artobolo, der eben Nummer eins sein wird als Nachfolger von Flecken. Und wie immer hat man halt Spieler hochgezogen aus dem zweiten Team von Freiburg. Und das, finde ich, ist bei Freiburg schon ein größerer Faktor als bei anderen Teams. Weil wir ja wissen, sie planen ihren Kader so, dass sie eben bestimmte Verträge auch so auslaufen lassen, dass sie gefüllt werden können. Also diese Position gefüllt werden kann, mit jemand, der von unten kommt. Aber ich kann jetzt eben nicht sagen, ob Max Rosenfelder, Innenverteidiger und Jordi Markengo, Linksverteidiger, welche Rolle die gleich schon spielen werden. Genau, es braucht ja auch immer ein bisschen Anlaufzeit. Klar, sie haben Drittliga-Erfahrung, das kann halt wirklich nicht jeder in der Bundesliga behaupten. Eigentlich nur noch Dortmund, glaube ich, das ist ja das einzige Team, die auch noch eine zweite Mannschaft in der Drittliga haben. Das ist schon mal ein Riesenvorteil. Aber da fehlt mir halt die Fantasie, wieso jetzt die Leistungen besser werden sollen, gerade nach der Vorbereitung. Ich bin auch gespannt, wie dann die Mannschaft letztlich aussieht. Ich streiche jetzt zum Beispiel auch am Wochenende nicht ganz zufrieden. Da hat Höfler, der fehlt jetzt zum Bundesliga-Start erstmal. Da muss dann die Mittelfeldentrale aus Röhl wahrscheinlich und Eggestein gebildet werden. Auch das so eine kleine Problemzone. Quere fehlt vorne. Du hast ja auch nochmal so eine wichtige, ist so ein Unterschiedsspieler, finde ich. Ein Spieler, der nochmal so ein Flair reinbringt in diese Freiburger Mannschaft, der auch nicht da ist. Und dann sehe ich aus dieser Freiburger Mannschaft eine mit einer grundsätzlichen Spielstärke, auch jetzt nicht mega kreativ, aber eine grundsätzliche Ballsicherheit, mit der mir das Besondere etwas fehlt im Spiel mit dem Ball. Und im Spiel gegen den Ball werden sie wieder sehr griffig sein, bestimmt. Das stimmt, aber mir fehlt die Fantasie, wieso das so gut klappen soll, wie es vergangene Saison geklappt hat. Gerade weil ich jetzt ja andere Teams, das hatten wir schon beim Thema Leverkusen, zum Beispiel stärker sehe als in der Vergangenheit. Caro, kannst du da was gegenhalten? Eigentlich, ich unterschreibe das komplett so. Also ihr habt da komplett recht mit dem, was ihr sagt. Trotzdem habe ich gesagt, dass Freiburg nochmal genauso gut sein wird. Und für mich war da der ausschlaggebende Faktor, dass die einfach eine wahnsinnig gute Innenverteidigung haben aus Lienhardt und Ginter. Das ist da ein Bollwerk. Und ich würde da einfach das alte Zitat von Berti Vogts aus der Mottenkiste rausgraben. Die Mannschaft ist der Star. Und das ist bei Freiburg auf jeden Fall so. Die Mannschaft ist zusammengeblieben. Kein Umbruch im Griffo. Aber es ist einfach, ja, individuell sind sie eigentlich nicht stark genug für Platze 5 oder 6. Und da habt ihr schon recht. Und nicht kreativ ist auch nett, also nicht allzu kreativ ist auch nett formuliert von dir, Tobi. Weil sie vergeben ja nicht mal die Nummer 10. Dann ist auch Schnelligkeit noch so ein bisschen ein Faktor. Freiburg ist relativ langsam unterwegs. Auch im 1 gegen 1 hält es nicht besonders stark. Aber ich sage trotzdem, sie bleiben genauso gut. Einfach, weil, warum denn nicht? Ist doch fast dieselbe Mannschaft für letztes Jahr. Ist ehrlich gesagt beim SC Freiburg eine bessere Argumentation als bei vielen anderen Bundesliga-Vereinen, dass man sagen kann, wenn sich wenig verändert, ist es ja eigentlich gut. Ich sehe es ähnlich. Ich habe sie dennoch als leicht schwächer einsortiert. Eben zum einen, weil die Verletzungssorgen wirklich auch eine Rolle spielen bei der Kadergestaltung. Also das eben Adamu, der ist ja schon quasi verletzt, gewechselt zum SC Freiburg, hat drei Monate mit Schmerzen gespielt. Auch in der Nationalelf. Die Patellaspitze im Knie ist da das Problem. Deswegen fällt er jetzt erstmal auf. Cheré hat schon Tobi angesprochen. Christian Güntner hat sich noch den Arm gebrochen. Ich meine, der hat jetzt wieder im DFB-Pokal gleich eine entscheidende Rolle gespielt. Aber konnte eben auch große Teile der Vorbereitung dann nicht zumindest voll mitmachen. Das sind schon so kleine Fragezeichen. Plus ein Jong hat man abgegeben, der zwar eher so ein Ergänzungsspieler war, aber einer, der eine Rolle gespielt hat. Und man muss halt sehen, Atobolo kann eher Mark Flecken ersetzen. Deswegen bin ich bei leicht schlechter gelandet. Ich glaube aber auch, dass man jetzt beim SC Freiburg so einen typischen Verein hat, wo man diese Bewertung gleich stark oder schlechter als im Vorjahr nicht zu 100 Prozent nur am Tabellenplatz festmacht. Ich glaube, das macht auch keiner von uns. Ungefähr in dieser Region fünf bis acht, neun sollten sie wieder mitspielen. Und dann geht es für mich eher aber um die Frage, wie landet man da? Kann man quasi eher Hinrunden Freiburg aus der letzten Saison sein oder Rückrunden Freiburg? Und da bin ich sehr gespannt drauf. Ja, ich hoffe auch einfach sehr, dass sich das nochmal auszahlt. Dieser Freiburger Weg mit der Nachwuchsförderung. Und das finde ich nämlich wirklich einzigartig und auch extrem wichtig, einfach insgesamt für den Fußball den eigenen Nachwuchs so zu fördern. Ich meine, Matthias Ginter, Christian Günther, Nikolaus Höfler, die kommen auch schon alle aus dem Freiburger Nachwuchs. Jünger sind es dann ja Nick Keitel, Noah Weishaupt. Und ich hoffe einfach, ich hoffe einfach, dass diese Spieler, die neuen jungen Spieler einschlagen. Und Artobolo, ich meine, das ist der designierte Nationalmannschafts-Nachfolger. Irgendwo hofft man dann irgendwann für Neuer mit vielen Wenn und Abers. Aber da liegt viel Hoffnung auf Freiburg. Kann ja immer ein positiver Aspekt sein. Also es kann ja immer sein, dass irgendwie so ein Cedilla oder Artobolo oder, ich gucke nochmal, Weishaupt, ein Röhl, der eine gute Vorbereitung gespielt hat, dass irgendjemand von denen nochmal einen Sprung macht, den wir jetzt nicht erwarten und da nochmal halt die Mannschaft dann auch weiterbringt. Das ist ja auch immer die Chance und sowas. Also dass ein 28-Jähriger plötzlich den Riesensprung macht nach drei Jahren im selben Verein, ist unwahrscheinlich, aber bei so einem Spieler ist es dann nochmal möglich. Freiburger Weg, wo du es gerade gesagt hast, möchte ich dir einmal die Personalerin Noah Davich ansprechen. Kapitän der deutschen U17-Europameister-Mannschaft mit 16 Jahren. Also das zeigt schon, was für ein herausragendes Talent er ist. Ist auch ein herausragender, kreativer Offensivspieler, den ich sehr schätze. Hat sich aber gegen Freiburg entschieden. Freiburg hat ihm einen klaren Weg aufgezeigt, über die U23 langsam herangeführt zu werden an die erste Mannschaft. Er hat gesagt, nein, er möchte jetzt nach Barcelona wechseln, jetzt schon in dem Alter. Das ist natürlich auch so eine Sache, die den Freiburger Weg mittelfristig, jetzt nicht kurzfristig, aber mittelfristig bedroht, dass natürlich durch die horrenden Transfersummen, die aktuell gezahlt werden müssen, auch die Top-Clubs immer früher reingehen und immer früher die Spieler wegklauen. Ich meine, da hat vor allem Aufsehen erregt, dass er eine Ausstiegsklausel von einer Milliarde Euro in seinen Vertrag reingeschrieben bekommen hat bei Barcelona. Da fand ich es aber schon sehr interessant, wie die Freiburger Verantwortlichen sich geäußert haben. Alle sehr enttäuscht darüber, dass er den Weg nicht mitgehen möchte, aber auch sogar mit dem wörtlichen Zitat, die Tür zu uns wird immer nur angelehnt sein. Er kann jederzeit zurückkommen. Also der Fall eines Scheiterns, der ja kein unwahrscheinlicher ist, wenn du zu La Masia wechselst. Also es ist ja in jedem Nachwuchsleistungszentrum eigentlich der Regelfall, dass du scheiterst und es nicht schaffst. Aber ich fand das auch ganz interessant zu sehen, wie sie das kommunikativ abgefangen haben. Aber war auf jeden Fall eine besondere Geschichte, glaube ich. Dann werden wir sehen, wie es für Freiburg losgeht. In Hoffenheim startet man, dann wird man zu Hause gegen Werder Bremen beim VfB Stuttgart und dann zu Hause bei Borussia Dortmund sprechen. Weiteres Thema dieser Saison wird sicherlich neben dem Platz noch werden, die Rolle von Oliver Lecky beim gescheiterten Investorendeal. Also ich glaube, da wird sich einiges noch tun. Und wir machen weiter mit dem VfL Bochum. Auch da gingen die Meinungen ähnlich auseinander wie beim SC Freiburg. Also auch hier haben wir eine Person, die sie jetzt ungefähr gleich stark wie im Vorjahr einschätzt. Eine als leicht schlechter und eine als klar schlechter. Auch da wird es wahrscheinlich wieder ähnliche Themen geben, nämlich unter anderem, ja, wie bewerten wir denn die Vorsaison? Denn die war ja für Bochumer Verhältnisse super. Man hat den 14. Tabellenplatz erreicht und damit souverän die Klasse gehalten unter Thomas Letsch. Ihr erinnert euch, man ging ja noch in die Saison mit Thomas Reis und jetzt ist Thomas Letsch da. Es hat sich auch sonst noch so einiges getan. Das quasi das gesamte Management ist neu, auch im Funktionsteam. Es gibt einen neuen Co-Reha-Athletiktrainer und auch neuen Videoanalysten. Ich erspare euch jetzt die genaue Vita von allen. Vielleicht ist das mal dann was für den Bochums Schwerpunkt unter der Saison. Aber da war einiger Umbruch im Trainerteam zu sehen. Im Kader dann allerdings gar nicht so sehr. Und vielleicht darf Caro mal beginnen. Die sieht Bochum am negativsten von uns. Was hat dich denn dazu bewogen? Ein Faktor ist, dass Bochum die Abwehr komplett umbauen muss. Schlotterbeck war geliehen von Freiburg. Dominik Heinz war von Union geliehen. Die sind jetzt weg. Und dann auch noch, dass Bochum auf jeden Fall neue Ideen entwickeln muss. Es ist mittlerweile oder bisher leicht auszurechnen für die Gegner. Sie spielen eine Art Mann-Deckung im Mittelfeld. Dann lange Bälle auf den Stürmer Philipp Hofmann. Schnell auf außen mit Antwiatje. Und ja, das war es dann irgendwie schon mit der Spielidee. Ja, viel wird gejagt auf den zweiten Ball und irgendwie langer Hafer auf Hofmann, wie ich schon gesagt habe. Sie haben auch letzte Saison die meisten Gegentore pro Spiel bekommen. 2,12. Und da, ja, und ich finde schon, dass sich im Kader hat sich dann doch ein bisschen mehr getan als bei anderen. Und sie sind für mich einfach nicht besser geworden. Und das war auch eine Sache, weswegen ich sie dann als doch schlechter eingeschätzt habe. Ja, ich möchte da einmal kurz das nochmal eingreifend unterstreichen, was du gesagt hast, Caro. Ich finde auch, da hat sich sehr, sehr viel im Kader getan. Also ich finde, sie haben neue Außenverteidiger geholt. Das war eine Schwachstelle vergangene Saison mit Passlag auf rechts. Bernardo, der so eine Mischrolle aus Innenverteidiger und Außenverteidiger spielen kann. Haben für die Innenverteidigung Losli geholt. Auch noch ein neuer Mann da hinten drin. Neuen Sechser, Bero, weil sie auch langfristig wahrscheinlich sehen, dass Lucia nicht jünger wird. Und dass man da einen neuen Mann vor der Abwehr braucht, der da einfach absichert. Daschner, noch ein sehr interessanter Mann von St. Pauli, der vorne im Sturmzentrum sehr viel spielen kann. Aber auch aus einer etwas tieferen Position kommen kann. Scheint auch das zu sein, wo ihn, bin ich gerade ganz verwerden, vor für Bochum, Letsch, genau. Thomas Letsch sieht in einer etwas tieferen Rolle. Quarteng geholt, auch ein sehr, sehr spannender Mann aus Magdeburg. Fällt jetzt, glaube ich, aber leider verletzt aus. Also da haben sie schon ein paar Optionen geholt. Also der Kader, da hat sich schon so ein bisschen was getan, finde ich. Und das klingt auch alles auf dem Papier sehr, sehr gut. Also das stimmt natürlich, dass sich etwas getan hat. Also nur mal ein paar Namen zu nennen. Der Abgänge, Kevin Schlotterbeck, habt ihr schon erwähnt. Pierre Kunde, Dominik Hainz, Konstantinus Tafelidis und Gerrit Holtmann. Und dazu noch einige andere. Aber keiner der Abgänge hat mehr als tausend Minuten gespielt in der letzten Saison. Also auch ein Kevin Schlotterbeck zum Beispiel ist gar nicht in so vielen Spielen zum Einsatz gekommen. Der hat achtmal in der Startelf gestanden, 700 Minuten gesammelt. Deswegen fand ich eben persönlich diesen Umbruch dann im Volumen nicht so groß. Ist aber natürlich eine Frage, wie man das bewertet. Also definitiv gab es viele Veränderungen auf dem Papier. Ja, und trotzdem bin ich auch so ein Stück weit bei Caro, aber auch aus anderen Gründen. Einerseits, ja, du hast recht, Caro, die Defensive ist das große Fragezeichen. Und da sehe ich auch noch nicht die Verbesserung im Vergleich zur vergangenen Saison. Also sehe ich jetzt nicht den einen Transfer, wo ich sagen kann, okay, jetzt ist die Abwehr da besser aufgestellt. Vielleicht ein Bernardo höchstens noch. Aber du hast andererseits mit Passlack einen neuen Ausverteidiger, der auch defensiv seine Schwächen hat. Auch im Rückgrattsgang seine Schwächen hat. Und was mich dann sehr negativ gestimmt hat, war das Pokalspiel. Weil das kann jetzt sein, dass ich da wieder den Fehler mache. Den Max kannst du mir wieder vorher eröffnen. Ich bin mir halt einzelne Spiele über. Ich hab gar nichts gesagt. Aber das ist, das war schon sehr wirr, was die gespielt haben. Und das war auch schon so, dass da teilweise Spieler nicht wussten, was sie machen sollten. Und nach dem Spiel hat Letsch gesagt, es sollte eine Mischung sein aus 3-4-1-2 und 4-2-2-2. Wenn man sich die erste Halbzeit anguckt, man erkennt es nicht. Also das war wirklich, da waren 3-4 Spieler dabei. Bernardo, Passlack, Daschner, um die mal rauszugreifen. Denen glaube ich nicht ganz bewusst war, was sind eigentlich ihre Rollen auf dem Platz. Und das ist ein sehr, sehr schlechtes Zeichen nach einer Vorbereitung. Und auch, dass Letsch so wirklich da versucht, diese Dreierkette durchzudrücken, die letzte Saison wirklich nie funktioniert hat, wenn Bochum sie ausprobiert hat. Also die war wirklich, die hat so gut wie nie funktioniert. Die hat einfach nicht zu den Spielern gepasst. Dass er das jetzt wieder versucht, da durchzudrücken. Ich weiß nicht, ob das gut geht. Ich weiß nicht, ob das funktionieren kann. Ja, und dann ist natürlich die Frage, vielleicht kann denn Daschner noch den entscheidenden Puls bringen, vielleicht Bernardo die Abwehr stabilisieren. Aber ich sehe noch nicht, wie die eben dieses Scheunentor hinten zu bekommen wollen. Und das müssten sie in dieser Liga mit der Zusammensetzung dieses Jahr einfach schaffen. Also das sind alles richtige Punkte. Ich sehe aber gerade in dem gescheiterten DFB-Pokalspiel, man ist ja auch danach im Elfmeterschießen ausgeschieden gegen Arminia Bielefeld, sehe ich das, was quasi das korrigieren könnte. Denn Thomas Letsch hat die ganze Testspielzeit über eben viel experimentiert. Und er hat auch in diesem Spiel mehrmals umgestellt. Und er hat so ein bisschen ein Element, was es in der Rückrunde letzte Saison schon manches Mal gab, nämlich so eine asymmetrische Viererkette. Das heißt, im Aufbau schiebt der Rechtsverteidiger weiter vor als alle anderen. Dann baust du aus der Dreierkette auf und er muss halt den Weg zurück machen, wenn der Ball verloren wurde. Das hat er versucht mit verschiedenen personellen Besetzungen umzusetzen. Und manchmal war es dann eine klare Dreierkette, manchmal war es dann doch eher eine Viererkette. Aber es war sehr wirr. Und Felix Passlack, das hat nicht funktioniert. Ich glaube allerdings an Thomas Letsch. Also natürlich ist es ein Stück weit ein Risiko beim VfL Bochum zu sagen, hey, die haben auf jeden Fall wieder die Chance, die Klassen zu erhalten. Sie werden ähnlich stark spielen wie im Vorjahr. Mir hat allerdings sehr viel gefallen, was Thomas Letsch gemacht hat. Und mir gefällt eigentlich auch, dass er ja letztlich auf etwas eingeht, was du ja auch angesprochen hast, Caro, nämlich dass Bochum etwas verändern wird müssen. Und ich glaube auch, dass es nicht die Dreierkette ist. Ich glaube, dieses Ergebnis wird er begraben. Und es ist natürlich auch die Frage, wer wird den Laden dicht machen? Das könnte auch zum Beispiel ein Tim Oehrmann sein. Der hat hohe Vorschussloben bekommen. Der kommt vom Wolfsberger AC, Innenverteidiger. Je nachdem, welche Quellen man liest, scheint er zumindest sehr viel Talent zu haben. Ob das reicht, weiß niemand. Das kann ich natürlich jetzt auch nicht sagen. Aber ich habe irgendwie ein gewisses Vertrauen jetzt in Thomas Letsch, weil ich fand, dass Bochum den Klassenerhalt in der letzten Saison natürlich auch viel über Emotionen und so wichtige Heimspiele gewonnen hat. Aber schon auch über eine gewisse Klarheit im Spielansatz. Und wenn man jetzt dieses DFB-Pokalspiel zum Anlass nimmt, quasi wieder zurückzufinden zu dieser Klarheit, es einfacher zu machen, dann ist man für mich auf Augenhöhe mindestens mit Darmstadt und Heidenheim. Ich persönlich glaube auch mit Augsburg und Stuttgart auch. Und dann kann das sehr gut klappen. Ja, da möchte ich aber nochmal einen Faktor einbringen, wo du die Emotionalität ansprichst, der Spielplan. Der ist wirklich nicht unbedingt auf Bochums Seite. Kann sein, dass er auf Bochums Seite ist. Kann auch sein, dass er nicht auf Bochums Seite ist. Weil die ersten zehn Spieltage, also die ersten neun Spieltage eigentlich, es geht los auswärts Stuttgart, zu Hause gegen Borussia Dortmund, auswärts gegen Augsburg, zu Hause gegen Frankfurt, auswärts Bayern, zu Hause Gladbach, auswärts Leipzig, auswärts Freiburg, zu Hause gegen Mainz. Da kannst du auch schon mal, wenn es blöd läuft, als Bochum mit ein, zwei, drei oder sogar null Punkten rausgehen. Und die Spiele, wo du dann sagst, Bochum mit der Heimstärke, mit der Emotionalität, diese wichtigen Heimspiele auch, die sie ja letzte Saison getragen haben, gerade gegen direkte Abstiegskonkurrenten, die kommen alle sehr, sehr spät. Also Werder Bremen am 17. ist der erste, wo man sagen kann, die werden wahrscheinlich da irgendwo mit unten sein. Augsburg dann am 20. Darmstadt, erst am 27. Heidenheim am 29. Kann sein, dass das dann super geil ist. Ja, bis dahin haben sie sich eingespielt, er hat die Dreierketten-Experimenter gehabt. Kann aber auch sein, dass du dann halt wirklich aus einer blöden Situation in diese Spiele reingehst und dann wirklich in Spiele reingehst, wie du sie nicht reingehen willst, nämlich dass Heidenheim dann zwei Punkte vor ihnen liegt und dann sagt, hier, komm, zeig mal her, was ihr könnt, Bochum. Es kann auch ganz, 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 ganz böse sein. Also ich finde, das ist ein ganz, ganz fieser Spielplan. Das ist auch ein ganz fieser Spielplan für Letsch, wenn da halt der Saisonstart so richtig in die Hose geht. Ja, warten immer ab. Entschuldigung, einmal kurz, das ist nur so ein Thema, das können wir auch hier immer jedes Jahr nur sagen, Trainerwechsel kann ja niemand hier einkalkulieren. Kann ja sein, dass wir jetzt hier ganz große Stücke auf irgendwie Trainer XY halten, der ist dann drei Wochen weg. Ich weiß noch, unsere VfL Wolfsburg-Prognose mit Marc van Bommel, der nach fünf oder vier oder fünf Spieltagen raus war. Also wirklich so sehr früh. Bis dahin lagen wir wirklich eigentlich ganz gut mit unserer Prognose. Und bis dahin haben wir alle mit unseren kritischen Prognosen bei VfL Wolfsburg richtig gelegen. Jetzt stellen wir mal den Wecker, wann die Dreierkette eingestellt wird. Aber ich finde es sehr interessant, wie viele Mannschaften dann doch über Kraftfußball, Aufwand, Kampfgeist, Intensität kommen werden diese Saison. Und da wird sich dann auch viel im Abstiegskampf entscheiden, wer da einfach am meisten gibt, wer da am meisten läuft, wer am schnellsten anläuft. Da werden einige Mannschaften ganz schön was auf den Platz lassen. Und da ist Bochum natürlich auch eine von. Ja, aber ich glaube, dass es dieses Jahr nicht so weit führt, wie, glaube ich, in den vergangenen Jahren. Eben, weil du da andere Teams hast, die beim Stand in der 60. Minute von 0-0 eher die Faust zu ballen gegen Bochum, die dann sagen können, ja, wir haben das 0-0 gegen Bochum. Und nicht Bochum dieser kleine Underdog ist, der eben dieser Verein ist, der in jedes Spiel so reingehen kann. Ja, haben auch nicht mehr den kleinsten Etat der Liga. Ja, und man muss auch immer dazu sagen, wenn du Fußball sehen willst, dann musst du nicht die 1. Bundesliga gucken, dann guckst du die 2. Bundesliga oder so was an. Aber da wird mittlerweile schönerer Fußball gespielt als in der 1. Sehr guter Nebentake. Nur werden das alle Fans von 2. Liga-Fußball wahrscheinlich gar nicht gehört haben. Tobi, ich lade dich nochmal in die Ligatur ein. Können wir das nochmal ausdiskutieren. Also wir werden sehen, wo Bochum landet. Kommen wir zum nächsten sehr kontrovers zu diskutierenden Team. Und das hat auch mit einer gewissen zeitlichen Komponente zu tun. Denn wir wollen jetzt erst über den 1. FC Union sprechen. Und ich würde die These in den Raum stellen. Caro, du darfst mal beginnen. Hättest du, wenn du gewusst hättest, dass Robin Gosens sehr wahrscheinlich verpflichtet wird, hättest du dann Union auch als leicht schlechter als im Vorjahr eingestuft? Habe ich sie als leicht schlechter eingestuft? Da wird sie überrascht von ihren eigenen Prognosen. Da bin ich überrascht. Ich dachte, ich hätte sie als genauso gut eingestuft. Aber ja, Tobi hat uns während der Aufnahme darauf aufmerksam gemacht, dass der Gosens-Transfer durch ist. Das ist natürlich sehr aufregend. Aber ansonsten hat Union auch andere spannende Spieler verpflichtet. Lucas Toussaint. Das ist ein Spieler, der neben Gosens jetzt Champions-League-Niveau haben kann. Klarer Defensivabräumer ist aber, glaube ich, verletzt, wenn ich es mir richtig notiert habe. Dann haben sie noch Alex Kral geholt im defensiven Mittelfeld. Auch einer, der sehr gut zur Union passen kann. Und dann haben sie, Überraschung, Messi verpflichtet. Nicht den echten, aber den Medford-Messi, wie man Brenton Aronson, denke ich mal, spricht man ihn aus, nennt von Leeds. Ja, er hat wohl einen ähnlichen Bewegungsablauf. Ist auch ein Zehner, aber hat in England die Erwartung nicht erfüllt. Deswegen ist er jetzt bei Union. Also da ist alles offen, was der Medford-Messi bei Union bringen wird. Ist übrigens der Bruder von Paxton Aronson, der bei Eintracht Frankfurt spielt. Brenton hat bei Leeds United alle 36 Spieler gemacht, war für 33 Millionen Euro von Salzburg zu Leeds gewechselt. Das ist der Rekordtransfers Salzburgs und hat schon 32 Spiele für die USA gemacht, unter anderem vier bei der letzten WM. Aber das ist nur einer von vielen Neuzugängen. Wir könnten hier allein über die Neuzugänge Unions ein einzelnes Sondersegment füllen. Dennoch, Tobi, bist du am negativsten bei Union. Warum? Oder ändert sich das jetzt durch Gosens? Ja, ein Stück weit. Also man muss schon sagen, es war vor Gosens. Und ich hatte jetzt das noch am ehesten auch so ein Stück weit die Tiefe auf den Außenpositionen als Schwachstelle ausgemacht. Trimmel wird nicht jünger. Da hatte man Rosillon, Juranovic und Skarke, den Neuverpflichteten, der auch... Kann man da einsetzen, aber des Gosens ist gut. So, mein Gedanke ist halt der klassische Union Berlin-Gedanke, der mich ja auch in Fernkreisen von Union Berlin zur Persona Non Grata gemacht hat, weil ich immer so negativ über sie denke. Sie performen seit Jahren over, was alle Statistiken angeht. Sie sind das Team, das in der letzten Saison die wenigsten Expected Goals von allen Bundesligisten hatte, von allen. Haben aber auch im Gegenzug mit den wenigsten zugelassen, muss man immer dazu sagen. Also es ist wirklich ein Team, das da sehr, sehr wenig zulässt. Haben es halt mit ihrem Spiels immer geschafft. Es wird sich in dieser Saison auch nicht so krass viel daran ändern. Auch wenn sie jetzt das 343 eingeprobt haben, um da ein bisschen mehr Variabilität reinzubekommen. Auch wenn sie jetzt durch ihre Transfers auch noch ein bisschen Variabilität reinbekommen haben. Und das war eigentlich mein Gedanke, das kann so nicht weitergehen. Das geht nicht. Also das kann so nicht weitergehen. Es wird wahrscheinlich so weitergehen, weil sie auch wieder auf dem Transfermarkt sehr geile Sachen gemacht haben. Habt ihr ja gerade schon gesagt. Fofana schickt sich an, vorne den drohenden Abgang von Becker und von Jordan komplett wettzumachen. Der hat sich da sofort eingefügt. Perfekt. Aronson-Klasse-Transfer jetzt auch noch eben Goßens. Also da spricht schon vieles dafür, dass es so weitergeht im vergangenen Jahr. Ja. Es spricht aber auch. Ja, macht ihr es mal. Ich habe nur ein, zwei Punkte auf der Liste. Aber das ist so meine Grundthese. Ja, aber wenn du sagst, sie haben immer, du sagst, dass sie immer die letzten Jahre auch überperformt haben, aber da haben sie immer Leistungsträger verloren und Stand jetzt haben sie noch keinen Leistungsträger verloren. Das ist unter anderem Grund, warum ich sie als besser als im Vorjahr eingesortiert habe. Natürlich nicht auf den Tabellenplatz bezogen. Platz vier, dass man das nicht übertreffen wird. Ich denke, da sind wir uns alle einig. Aber ich finde nämlich, also natürlich, es gibt Fragezeichen. Also was macht Gerardo Becker? Für mich ist das größte Fragezeichen eigentlich, angeblich wird Frederic Renaud mit Lazio Rom in Verbindung gebracht. Das wäre für mich eine klare Schwächung, denn Renaud war einer der besten Torhüter der letzten Saison. Und wenn der jetzt dann Alexander Schwolo, ausgerechnet Alexander Schwolo spielen würde, also könnte auch Jakob Busk sein oder Yannick Stein. Aber das wäre für mich dann schon nochmal ein Thema. Da würde ich von meiner positiven Grundeinstellung runtergehen. Aber ich finde, insgesamt hat Union wieder exakt das gemacht, was es auszeichnet. Eine irre Rotation bei Stürmern, bei denen auch wieder viele mit dabei sind, die einen überraschen. Also zum Beispiel Mikkel Kaufmann, der hat beim KSC eine sehr, sehr gute Rückrunde vor allem gespielt, hat insgesamt zehn Tore, zehn Assists gemacht, war der Topscorer beim KSC. Den hat man für den Sturm geholt. Benedikt Hollerbach aus der dritten Liga, beziehungsweise ehemals dritten Liga, Aufstieg geschafft mit WN Wiesbaden. Das war auch eine kontroverse Verpflichtung wegen seiner Art des Social-Media-Auftrittes. Aber sportlich gesehen hat er 14 Tore gemacht, allein in der Relegation gegen Bielefeld, dreimal getroffen. Dann ebenso Laien wie eben Fofana, wie Aronson, die wir jetzt schon angesprochen haben. Auch Alex Krales, nachdem ich es jetzt recherchiert habe, auch erstmal geliehen. Das hängt ja immer noch mit dieser Sonderregelung zusammen. Das ist so das klassische Union-Ding. Wir holen uns eine Handvoll Stürmer, so Kategorie Jamie Leveling. Einer davon wird den Kevin Behrens Weg gehen und wird einfach der Superstar und wird Champions League spielen. Und die anderen verkaufen wir dann wieder. Alles nicht so wild. Kann man kritisieren, wenn die Spieler das aber mitmachen, dann ist das alles super. Und das funktioniert oft genug. Und wenn man sich dann anguckt, was haben sie denn dann noch da gemacht, wo quasi das Herz schlägt von Union. Das schlägt ja nicht unbedingt im Sturm, sondern es ist ja die Zentrale und es ist die Innenverteidigung. Dann haben sie Dogulej jetzt fechtverpflichtet. Das wussten wir schon. Lukas Tussar ist noch einer der Besten gewesen bei Hertha BSC. Also da sehe ich sehr viele positive Dinge, die genauso aussehen wie immer bei Union. Und deswegen muss ich sie dann auch als besser als im Vorjahr einordnen. Genau, das kannst du wirklich kaum einen Bereich sagen. Vielleicht nur Innenverteidigung ist vielleicht ein bisschen dünn, wenn da einer oder sogar zwei Ausfallen fehlen. Dann wird es schwierig, die Dreierkette richtig mit Qualität voll zu bekommen. Aber gut, Knoche fällt ja eigentlich nicht aus. Der spielt ja durch. Aber wenn der doch mal ausfallen sollte, dann hast du schon Probleme in dieser Mannschaft. Ich möchte noch zwei Beweisstücke kurz vorbringen. Ja, Beweisstück A. In der Saison 2020, 2021 hat Union nicht gewinnen können gegen Augsburg und gegen Schalke. Das erinnert mich daran, das war die Schalke-Saison, wo sie wirklich unterirdisch waren und abgestiegen sind. Die Saison darauf gab es nur einen Sieg gegen Augsburg, Fürth und Bielefeld. Das war ein Spiel gegen Bielefeld. Die anderen haben sie nicht gewinnen können. Und vergangene Saison gab es auch keine Siege gegen Bochum und Augsburg. Und auch das Rückspiel gegen Schalke konnte nicht gewonnen werden. Dieses Jahr haben wir zwei Aufsteiger, ich kann es nur wieder betonen, mit Heidenheim und Darmstadt. Das sind zwei Teams, die liegen Union überhaupt nicht. Also die werden Union überhaupt nicht liegen. Das haben sie sich auch im Pokal, haben sie sich gegen Heidenheim nicht leicht getan. Da hat Heidenheim gut mitgehalten, fand ich. Das ist keine leichte Aufgabe, dann auswärts bei diesen Teams zu spielen. Das sind potenzielle Stolpersteine für Union mit ihrem Spielstil. Da können sie mir so viel erzählen, wie sie wollen, dass sie das weiterentwickeln wollen. Und dass das neue 3-4-3 jetzt dafür sorgen soll, dass sie mehr Offensivpower haben. Die werden trotzdem auf Defensive spielen. Die werden trotzdem dafür sorgen, dass möglichst wenig Chancen auf beiden Seiten entstehen. Das wird wieder so sein. Das wird wieder sauviele Teams ärgern. Das wird wieder viele, viele Teams geben, wo Max und ich uns in den Kopf greifen. Wie kann es denn sein, dass das niemand knacken kann? Wie kann es denn sein, dass Frankfurt, Wolfsburg, dass die das alle nicht hinbekommen? Aber es wird halt auch wieder mehr Teams dieses Jahr geben, die sagen, ihr Union, ihr seid die Champions-Ligisten, macht mal. Und die dann selber in der 80. Minute, wenn es 0-0 steht, juhuzen und dann vielleicht in entscheidende Konter fahren können. Ich bin so gespannt auf die Champions-League. Es ist ja noch nicht ausgelost. Aber ich bin so gespannt, wen Union da bekommt, wie weit die kommen, gegen wen sie spielen werden. Das hat Potenzial, sehr unterhaltsam zu werden. Und ja, wann wird Rani Khedira für die Nationalmannschaft nominiert? Wenn Oliver Ruhnert weiter so stänkert gegen Hansi Flick, so wie ich den DFB und Hansi Flick einschätze, wird das nie zu einer Nominierung führen. Also kurz noch, Rani Khedira, einfach super stark, Abräumer, Balleroberer, Laufmonster. Der ist dieses Bindeglied zwischen Defensive und Offensive bei Union. Und es hängt auch davon ab, ob er an seine Leistung von der letzten Saison anknüpfen kann, wie gut Union ist, würde ich vermuten. Fertig. Beweisstück B, Champions League. Es ist noch mal was anderes als Europa League. Es ist noch mal was emotional, glaube ich, anderes, die Champions League-Hümmer zu hören, diese Spiele zu bestreiten, dann auch so in einem medialen Fokus zu stehen, wie Union es noch mal stärker tun wird in diesem Jahr. Und die Champions League-Wochen für Union sind brutal hart. Also erstes Champions League-Spiel, darauf folgt ein Heimspiel gegen TSG, ist noch machbar. Dann zweiter Champions League-Spieltag, danach auswärts nach Dortmund. Dritter Champions League-Spieltag auswärts nach Bremen. Vierter Champions League-Spieltag auswärts nach Leverkusen. Fünfter Champions League-Spieltag, danach auswärts gegen die Bayern. Und dann sechster Champions League-Spieltag auswärts nach Bochum. Also das hat halt wirklich das Potenzial, dass du in diesen Wochen halt das High am Dienstag und Mittwoch hast und dann am Samstag in der Bundesliga das Traurige erwachen und dann 4 oder 5-0 von Dortmund Bayern vorgeführt wirst oder halt in Bochum die Punkte lässt. Also 4-0 vorgeführt, kann ich mir nicht vorstellen. Aber für mich war genau das der Grund, also nicht exakt das, aber für mich war die Champions League der Grund, sie als besser als im Vorjahr einzuschätzen. Denn in der letzten Saison waren die letzten Pflichtspiele von Union in den Pokalwettbewerben. Am 16. März Rückspiel gegen St. Gelois und am 4. April das DFB-Pokal-Viertelfinale gegen Eintracht Frankfurt. So lange wird Union in der Champions League nicht mit dabei sein und für mich ist das ein klarer Vorteil für Union. Deswegen, ich rechne auch mit Problemen in der Hinrunde. Ich glaube, in der Rückrunde wird man das dann relativ dann wieder ausmerzen können, vielleicht in dem DFB-Pokal weit kommen. Also für mich war das einer der Gründe, warum ich gedacht habe, besser als im Vorjahr. Ich gehe auch immer von der Vorsaison aus, die halt überragend war. Deswegen rede ich jetzt ein bisschen schlechter. Nachher mein Tabellentipp, da wird wieder einige denken, warum hat der denn die so schlecht geredet? Die sind halt immer noch auf einem extrem hohen Niveau. Aber sie werden halt, finde ich, glaube ich, nicht einfach auch diese emotionale Wucht der vergangenen Saison haben. Ich glaube, da wird es nach dem Champions League aus, das kommen wird, wird es so auch eine emotionale Delle geben, weil dann auch, glaube ich, so was Großes für den Verein endet. Ach ja, mal gucken. Auf jeden Fall ist das ja auch ein Kraftaufwand, das mit der Champions League. Und es ist ja wieder ein Verein mit einer unfassbaren Laufleistung und die sehr über Physis, Disziplin und Effizienz kommt. Und Union ist so ein Verein, wo ich mir schon länger die Frage stelle, wann da die Kraft ausgeht bei denen. Sehr viele Unbekannte. Und ich sehe schon, dass sie dann Platz drei belegen und dann doch in der Europa League bis zum 16. März weiterspielen werden. Und alle Union-Fans zeigen mit dem Finger auf mich. Aber definitiv, Union wird interessant werden. Nicht nur, was jetzt auch noch vielleicht kommende Transfers angeht. Sehr interessant fand ich, Leonardo Bonucci gerüchtete um Union herum. Das wäre dann wahrscheinlich der Isco der diesjährigen Saison. Ich halte mich ja mit Transfergerüchten nicht so viel auf, aber das fand ich amüsant. Was aber definitiv auch spannend ist bei Union, und deswegen will ich es unbedingt hier noch sagen, ist die finanzielle Situation. Denn wir alle haben den sportlichen Erfolg von Union mitbekommen. Und jetzt quasi immer mit einem Jahr Verzögerung können wir nachzeichnen, was macht das wirtschaftlich mit diesem Verein. Man konnte die Einnahmen von der Saison 2021 zu 2021, 2022 um 49 Millionen Euro steigern, auf 122 Millionen Euro. Man konnte einen Rekordgewinn erwirtschaften von 13 Millionen Euro. Es gibt nur ein Team in der Liga, das einen höheren Gewinn einfangen konnte. Und das war um ein paar hunderttausend Euro der FC Bayern in dieser Saison. Das zweitbeste Ergebnis also im Profifußball. Für 2022, 2023 plant Union mit 157 Millionen Euro Einnahmen. Also nochmal 35 mehr plus 20 Millionen Euro Gewinn ist aktuell. Der Plan, dann wäre das Eigenkapital auch wieder positiv. Das ist nämlich negativ, schon seit Ewigkeiten. Aber das sind alles sehr, sehr bemerkenswerte Zahlen, die natürlich klar sind bei dem sportlichen Abschneiden. Gleichzeitig ist der Personalaufwand aber noch auf Rang 14 in der Liga. 54 Millionen Euro, klar, der steigt auch, aber eben nicht im selben Maß wie die Einnahmen. Das heißt, das, was Union da geschafft hat, das könnte wirklich dazu führen, dass die sich auch wirtschaftlich so etablieren, dass die sich festsetzen in der ersten Liga. Das Understatement von Union-Fans, ich verstehe, woher es kommt, inzwischen gibt es immer weniger Grundlage dafür. Das ist ein Erstligist, das kann jetzt für ganz, 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 ganz lange ein Erstligist bleiben. Ich möchte da immer noch dazu sagen, dass du immer die Finanzzahlen von vor zwei Jahren präsentierst. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass sie in 2022, 2023 nicht mehr auf Platz 14 von dem Personalaufwand sind. Ja, das stimmt natürlich. Das stimmt natürlich. Aber wenn man sich anguckt, wie so die Kapitalstruktur ist, auch mit dem Aufbau, also mit dem Stadionneubau wieder finanziert werden soll. Ich meine, das sind alles noch so ungelegte Eier. Da gibt es auch Hürden und das Eigenkapital ist ja immer noch super schlecht. Also negatives Eigenkapital ist sehr schlecht. Das stimmt schon. Aber ich finde, das ist schon, also es ist bemerkenswert, was Union erlöst. Und erklärt dann vielleicht auch so eine Entscheidung, wie eben nicht an der alten Försterei die Champions-League-Spiele zu machen, sondern im Stadion von Hertha. Klar sagt man, dass man es ermöglichen will, dass jedes Mitglied, weil die Mitgliederzahlen sind ja auch so gestiegen, die Champions League sehen kann. Es geht aber auch um Geld. Und wir sehen aber auch, Union ist auch sehr gut darin geworden, Geld zu scheffeln, um es jetzt einfach mal so zu sagen. Das ist schon interessant. Also für mich schiebt sich wirtschaftlich gesehen, schiebt sich Union. Aktuell ist man auf jeden Fall an Gladbach schon vorbei. Ob das nachhaltig ist, das muss man erst sehen. Aber kurzfristig hat man jetzt eine ganze Reihe von Vereinen überholt. Und damit endet mein kurzes Wirtschaftsseminar, wobei man auch beim 1. FC Köln ganz gut über die Zahlen reden könnte. Ach komm, das ziehe ich einfach mal vor. Dann haben wir das nämlich schon hinter uns. Denn der FC, das sieht angespannt aus. Corona hat insgesamt rund 85 Millionen Euro gekostet. Man konnte das Eigenkapital wieder ein bisschen steigern. Das kommt allerdings auch aus den Mezzanine-Krediten. Das habe ich in der letzten Saison, Frau Schau, erklärt. Verbindlichkeiten leicht konnte man senken, unter anderem aber mit einer Landesbürgschaft. Insgesamt hat man aber 2021, 2022 wieder einen dicken Verlust gemacht. 16 Millionen Euro Verlust. Wir erinnern uns kurz, gerade habe ich Union 13 Millionen Euro Gewinn. Klar, haben auch Europa League gespielt. Aber 16 Millionen Euro Verlust ist schon sehr viel. Man konnte immerhin die Liquidität immer im Jahresverlauf erhalten und die Lizenz ohne Auflagen bekommen. Und man schließt das Geschäftsjahr mit einem ganz geringen, positiven Eigenkapital ab. Wenn das aber schon die besten Nachrichten sind, die der Geschäftsführer Philipp Thür oft da verkündigt, dann sieht man schon, es sieht wirklich immer noch sehr, sehr angespannt aus. Man plant für 2022, 2023 mit einem leichten Gewinn. Das wäre dann der erste Schritt zur wirtschaftlichen Gesung. Der wichtigste Faktor ist aber weiter, der Personalaufwand. Der muss einfach runter. Der ist zur Saison 19-20 damals um 23 Millionen Euro gestiegen und seitdem nicht mehr gefallen. Auch zur Saison 21-22 gab es eine leichte Erhöhung. Da muss der erste FC Köln ran. Das wissen auch alle Beteiligten. Und ich denke, das sieht man dann auch bei allen Transfer- und sonstigen Entscheidungen. In der letzten Saison ist man sportlich auf Rang 11 gelandet, war die zweite Saison unter Steffen Baumgart in der ersten Liga und dementsprechend sehr erfolgreich. Wir haben sie als schlechter eingeordnet als in der Vorsaison. Und da waren wir uns alle einig, wir alle haben sie als leicht schlechter. Deswegen darfst du, Caro, mal beginnen. Was waren denn für dich die Gründe, den FC so einzuschätzen? Für mich waren die Hauptgründe, dass sie jetzt einen Kader ohne Jonas Hector und Skiri haben. Der ist ganz klar schwächer dadurch. Und dann steht auch Köln vor der Herausforderung, variabler im Offensivspiel zu werden. Da ist halt der Plan von Köln, dass die Außenspieler in der Abwehr hochstehen. Dann hilft der offensive Achter und dann wird in den Strafraum geflankt. Und ja, dann noch die wirtschaftliche Situation, die du gerade angesprochen hast. Und im Moment hat der Kader nicht die Tiefe, um damit dieser Dreierwechsel, den Baumgart halt nach einer Stunde immer sehr gerne wählt als Mittel, da wirklich neuen Input reinzubringen, der wirklich auch gut ist und nochmal was bringt. Also ich glaube nicht, dass Köln stark schwächer sein wird. Es gibt immer noch Punkte, die auf jeden Fall positiv zu sehen sind und Spieler, die sich toll entwickelt haben beim FC. Aber Hector und Skiri, das ist schon eine Nummer, dass die weg sind. Tobi nickt. Ja, also volle Zustimmung. Ich glaube, man darf nicht den Fehler machen, dieses Baumgart-Volklore zu sehr zu glauben, dass der ja dieses Kampf-Fußball und dieses Offensive und Leidenschaft und die spielen halt so wunderschön Fußball, das haben sie eigentlich in der vergangenen Saison selten getan, sondern das ist natürlich ein hohes Pressing-Clan, ein sehr vertikales Spiel auch teilweise, aber das ist auch schon in seinen Grundfesten auf eine defensive Solidität bauend, also darauf bauend, dass der Gegner nicht gut aufbauen kann. Das ist nicht sehr einfallsreich und das ist kein Zufall, dass in den Spielen vom 1. FC Köln in der vergangenen Saison die zwei wenigsten Expected Goals generiert wurden. Also nur bei Union Berlin-Spielen passiert vor den Toren weniger als beim 1. FC Köln-Spielen. Und das wird, glaube ich, in dieser Saison nicht groß anders sein. Baumgart wird an seinem sehr intensiven Stil festhalten. Da wird man wieder viele Flügelaktionen sehen. Da wird man gucken, dass man Selke irgendwie in den Strafraum reinbekommt. Ich glaube, da ist Paccarada ein sehr, sehr interessanter Transfer, weil der auch sehr gute Flanken einfach schlägt. Also er schlägt sehr gute Flanken, sehr gute Standards. Da hat man jetzt hinter Kainz noch einen weiteren Spieler, der das kann. Das ist, glaube ich, schon ein sehr guter Effekt. Carstensen als Rechtsverteidiger, so Backup hinter Schmitz, der da vielleicht nochmal ein bisschen in den Füßen macht. Christensen im zentralen Mittelfeld, den kann ich leider so gar nicht einschätzen. So ein Mann, der dann mit Martell sich wahrscheinlich da um die Position balkt. Und vorne mit Waldschmidt noch ein Spieler, der sehr kombinationsstark auch ist, auch als Verbindungsspieler vielleicht agieren kann, vielleicht auch seine Mitspieler da einsetzen kann und den Selke in den Laufweg machen kann, auch ein Pressing gut ist. Also das könnte auch ein interessanter Mann sein. Und dann aber das, was Caro gerade gesagt hat, wo du ja auch zugestimmt hast, schon Max, damit werden sie einen soliden Fußball auf den Platz bekommen und Paccarada wird bestimmt zwei oder drei Kopfballtore von Selke vorbereiten. Das kann ich mir schon vorstellen, aber der X-Faktor fehlt. Also das, was vergangene Saison manchmal noch dafür gesorgt hat, dass der 1. FC Köln ein paar Punkte geholt hat, nämlich dass Hector eine besonders kluge Aktion gemacht hat, ins Mittelfeld reingeschoben ist, da irgendwas Überraschendes gemacht hat oder dass Giri irgendwie zu einem seiner verrückten Läufe angesetzt hat. Dieser Faktor fehlt total in diesem Kader. Das ist ein extrem biederer Kader. Die werden sehr biederen Pressing-Fußball spielen und dann kommt es von der Form der einzelnen Spiele ab und auch so ein bisschen vom Matchglück und auch von den Gegnern zu wie weit das führt in der Saison. Ich meine, so ganz vorsichtig würde ich Mark Uth als einen möglichen X-Faktor betiteln, aber das habe ich schon so oft gemacht und dann hat er sich immer verletzt, dass ich da jetzt eine große Klammer drumrum machen möchte. Ich meine, letztendlich ist der FC froh, überhaupt Transfers tätigen zu können in dieser Transferperiode. Also das war ja lange gar nicht klar und gleichzeitig ist es eben wegen dieser klaren finanziellen Handschellen, die man fast schon so ein bisschen anhat, auch so, dass so mancher Spieler da gar nicht kommt. Also angeblich soll man das eben zum Beispiel beim Torhüter Philipp Pentke gesehen haben, der dann von der TSG Hoffenheim gekommen ist. Angeblich war er nicht der erste Wunschspieler der sportlich Verantwortlichen, aber weil man eben sehr wenig Gehalt bereit zu zahlen ist für einen Reserve-Torhüter, haben eben der Reihe nach mehrere andere Torhüter abgesagt und für Pentke hat dann das Gesamtkonzept dann aber gepasst. Das heißt, das darf man eben auch nicht vergessen, wenn wir gerade, wenn wir über so einen X-Faktor sprechen, ist halt auch schwierig, so etwas zu bekommen, wenn man sehr wenig Geld hat und dennoch würde ich euch voll zustimmen. Deswegen habe ich sie ja auch als leicht schlechter als in der Vorjahr-Vorsaison. Ich glaube, es wird sehr eng und wird auch nicht immer Spaß machen, dem FC zuzugucken. Einen kleinen Baumgart-Faktor möchte ich aber immer reinrechnen, weil ansonsten wären sie für mich klar schlechter als in der Vorsaison. Baumgart ist es dann der Faktor, also das ist der X-Faktor, den sie halt haben. Er schafft es halt eben immer wieder, die Spieler so anzuzünden, dass die eben über sich hinaus wachsen, an ihrem Leistungsmaximum spielen und das erhoffe ich mir eigentlich auch in der neuen Saison vom FC. Ja, absolute Zustimmung zu Baumgart und dem Spieler besser machen. Ich habe auch einen Spieler als X-Faktor mir notiert und das ist es, den ihr schon angesprochen habt, Florian Kainz, der ist neuer Kapitän der Mannschaft, hat sechs Tore gemacht und zehn vorbereitet, der kann offensiv Impulse setzen, der ist dribblingstark, der kann Standards und der macht das Spiel oder hat zumindest das Vermögen, das Spiel von Köln deutlich abwechslungsreicher zu machen und weniger ausrechenbar auch. Er ist vom Flügelspieler zu einem Spielmacher zu einer Zehn geworden und den, ich finde, man kann ihn ruhig, man kann ihn vorsichtig als so einen kleinen X-Faktor auf jeden Fall betiteln. Er hat auf jeden Fall das Vermögen dazu, sonst wäre er auch nicht Kapitän geworden. Das sagt auch was über sein Standing in der Mannschaft aus und dann hast du einen Husin Vazic, der auch unter Baumgart deutlich besser geworden ist und auch einen guten Abschluss hat. Ja, ist auch sehr interessant mit Kainz, der zentral meist beginnt dann und da aber auch dann viel roschieren darf jetzt. Also da haben sie mehr positionelle Freiheit gewonnen jetzt in diesem neuen Setup ohne Skiri, vielleicht das nochmal so als Chance, aber grundsätzlich, ja, bin ich da dann eher bei Max, der das dann auch eher konservativ sieht und dann diesen Baumgart-Faktor reinrechnet. Weswegen es auch für mich nicht so ist, dass die jetzt in krasse Abstiegssorgen kommen werden. Das glaube ich nicht, aber es wird halt auch keine überragende Saison da vorne sein. Es wird, glaube ich, eine sehr im besten Sinne langweilige Saison des 1. FC Köln. Also man wird auch wieder viel mit Underdog-Image arbeiten müssen, so startet man auch in die Saison in Dortmund, zu Hause gegen Wolfsburg, in Frankfurt, zu Hause gegen Hoffenheim, bei Werder, zu Hause gegen Stuttgart, in Leverkusen und so weiter und so fort. Also da gibt es viele Spiele gerade zum Auftakt, wo nicht so viel zu erwarten ist und man dann aber auch leichter überraschen kann. Und am letzten Spieltag, am 34. Spieltag, spielt man dann in Heidenheim. Da warten wir doch alle drauf. Also wenn es knapp wird für den 1. FC Köln, dann könnte da in Heidenheim dann Geschichte geschrieben werden. Wobei, also ich habe sie nicht so knapp getippt. So viel kann ich von meinem Tabellentipp schon verraten. Dann lasst uns über Werder Bremen sprechen, das vorletzte Team, über das wir reden wollen, in der Vorsaison 13. geworden. Natürlich mit Ole Werner als Trainer. Das wissen wir. Es gab insgesamt bei Werder wenig große Veränderungen. Niklas Schmidt ist vielleicht noch der wichtigste Abgang, auch wegen all der Dinge, die er auch neben dem Platz repräsentiert für Werder. Und wir hatten aber auch einen klaren Star-Neuzugang, nämlich Nabi Cater. Das war so eine der ersten Transfer-Meldungen, die ein bisschen größer rumging. Aber auch noch so manch anderer Neuzugang, der gekommen ist. Lasst uns mal genauer drauf gucken. Caro, du hast Werder als leicht schlechter als im Vorjahr eingestuft. Wie bist du denn zu dem Urteil gekommen? Ich habe Werder als leicht besser eingestuft. Entschuldige, ich bin, das habe ich hier falsch notiert. Ja, ich habe es schon gesehen. Ja, also dann erklär uns mal, warum leicht besser. Also, jetzt haben wir ja erst mal dieses katastrophale Pokalspiel gegen Viktoria Köln im Nacken. Aber ich bin trotzdem bei der These geblieben, weil gegen Viktoria hat hat Ole Werner aus irgendeinem Grund mit genau der Elf gespielt, die die letzte Saison relativ schwach beendet hat. Aber trotzdem hat man starke Neuzugänge und da nenne ich nicht direkt Cater, sondern Sendeleinen neuer Sechser endlich bei allem Respekt vor Christian Groß, der hat da jahrelang wirklich einen wichtigen Job gemacht, aber da ist Sendeleinen auf jeden Fall eine qualitative Verstärkung. Werder braucht aber auch noch andere Spieler, und zwar Außenverteidiger und dann hat Werder auch Kovnacki von Düsseldorf geholt, der einfach eine wunderbare Vorbereitung gespielt hat, der auch das Offensivspiel von Werder kreativer gemacht hat, wurde auch nicht gespielt gegen Viktoria da drei, also alle drei vorne rein zu stellen, das war auch ein bisschen schade, weil der einfach ein sehr sicheres Kombinationsspiel gezeigt hat, clever gespielt hat in der Vorbereitung, viele Tore gemacht hat, ja, deswegen sehe ich sie ein bisschen stärker an, ich habe auf jeden Fall hier auch deutliche Schwächen bei Werder notiert, warum sie vermutlich wieder mit dem Abstiegskampf zu tun haben, werden, aber insgesamt sage ich, dass sich Werder sinnvoll verstärkt hat und sportlich besser dasteht als letzte Saison und zwar nicht nur ein bisschen, sondern klar. Ich würde das Pokal aus auch nicht so hoch hängen wollen, eben durch diese frühe rote Karte musste man dann lange Zeit Unterzahl spielen, konnte dann auch sehr wenig von dem präsentieren, was man eintrainiert hat in der Vorbereitung, dieses neue 3-4-3 musste man dann ja komplett abschaffen, Spiele auf neue Positionen schieben, also das war schon mit dem Hauptgrund, warum sie ausgeschieden sind. Trotzdem hat man bei dieser Niederlage gegen starke Kölner, starke Viktoria Köln, auch eine Schwachstelle erlebt, bei Werder, die nicht neu ist, und das ist die Abwehr. Also da waren wieder Gegentore dabei, wo die Abstimmung nicht gestimmt hat, da war wieder ganz häufig dabei, dass ein Spieler aus der Abwehr rausrückt und die Kette dann nicht richtig zumacht und der offene Raum vom Gegner relativ simpel angespielt werden kann und dann müssen Spieler Fouls ziehen, dann müssen Spieler eben, in dem Fall Pipa, dann eine rote Karte in Kauf nehmen, um da irgendwie die Situation zu retten und da sehe ich halt noch keine Verbesserung, auch weil, okay, die neuen Spieler im Mittelfeld, die kenne ich noch nicht so gut, muss ich gestehen, Kovnacki fand ich auch gut oder Kovnacki, ich weiß gar nicht, wie der ausgesprochen wird, ich bin immer sehr unschlüssig. Ich glaube Kovnacki, aber, ja, okay, der ist vorne drin, auch noch ein sehr spannender Spieler, konnte jetzt, ich glaube, er hatte auch was mit dem Arm, hat irgendwie eine Armbandschette oder so gehabt, kann das sein? Deswegen Fünferkette und auch die Linksverteidiger Position, wo man immer noch keinen Spieler hat, der Druck machen kann auf Jungen, außer dem jungen Opitz, der eine gute Vorbereitung gespielt haben soll, aber jetzt auch keine Rolle mehr spielt offensichtlich, das ist ein Problem und jetzt hat man Börg auf Rechtsverteidiger gespielt, weil Weiser auch die Vorbereitung nicht mitmachen konnte, auch das, Börg hat das sehr gut gemacht und bringt auch offensiv Akzent, aber gegen viele Bundesligisten sehe ich da schwarz und da sehe ich halt noch offensiv bessere Abläufe hat, die aber auch hinfällig sein könnten, wenn Niklas Völkuk doch noch sich entscheidet zu gehen und sei es nach Saudi-Arabien, keine Ahnung, das kann ja dann auch passieren, dann hast du ein Riesenproblem aus Werder Sicht. Ja, ich sehe das genauso wie du, dass die Außenbahnen das größte Problem sind bei Werder, aber ich bin da optimistisch, dass sich Bremen da noch verstärkt, also sie waren jetzt lange an Valotore von Milan dran, irgendwie kommt da keine Bewegung rein und jetzt haben sie aber Maxime de Kölper von Brügge da soll es Bewegung geben, ich glaube gestern kam das, also Werder ist da auf jeden Fall engagiert, da jemanden zu holen, weil wenn das so bleibt, wie es ist, Nachweiser und Jung, das sind die einzigen, danach muss man fremd besetzen, wie du jetzt gesagt hast, mit Berg, der ist kein Rechtsverteidiger, überhaupt nicht, aber ja, Bremen das Bremen Spiel, ich finde es auch ein bisschen langsam manchmal, sie müssen auf jeden Fall flexibler werden im Spiel, genauso wie Köln und andere Mannschaften, ja, das würde ich noch so dazu nehmen. Also ich befinde mich ja irgendwo zwischen euch, also Tobi hat Werder als klar schlechter, du hast sie als leicht besser, sorry, dass ich das falsch notiert habe und ich habe sie als leicht schlechter, ja, ich hoffe auch, dass Sennelainen ein sehr guter Sechser ist, weil den braucht war er da unbedingt, ich meine, hat bei Saint-Jolois 31 von 32 Spiele vom Beginn an gemacht und wir haben sie ja gesehen, in der Europa League verteidigen können die, Nabi Keita war gut für die Seele der Transfer, sportlich glaube ich, aber das wird keine große Rolle spielen, denn, also ich habe es mal rausgesucht, allein in der letzten Saison, 22-23, hat er 38 Spiele für Liverpool verletzungsbedingt verpasst, schaut euch die Verletzungshistorie von ihm an, es tut mir leid, die ist einfach irre, irre lang, ganz oft sind es Muskelverletzungen, Oberschenkelverletzungen, jetzt hat er ja auch was im Adduktorenbereich, wo er sich beim Aufwarmen, nicht in der tiefen Belastung, also Fritz hat gesagt, er hätte eine unglückliche Bewegung gemacht, da hat er sich verletzt, also ich fürchte selbst, wenn Nabi Keita in einer nennenswerten Anzahl von Spielen sehen, dass ein Spieler diese vielen Verletzungen so wegsteckt, dass er schnell auf einem hohen Niveau sein kann, dass dann Werder wirklich hilft und dann ist das für mich, es ist ein Risikotransfer von Anfang an gewesen, aber ich habe da große Zweile, ob das hilft, ich bin sehr froh, dass man Leinen wenigstens noch geholt hat. Ja, aber Keita ist kein, ich würde auf jeden Fall sagen, dass Keita kein Invalide ist, ich glaube so viel Vertrauen kann man dann in das medizinische Team von Bremen haben, dass sie dann nicht einfach irgendein vollkommen und man kann es ihm ja auch nur wünschen, das war ein toller Spieler bei Leipzig und wenn da auch nur irgendwie eine Entwicklung reinkommen würde, dann wäre das toll für Bremen und für Keita, ja. Ist dann natürlich die Frage, wie baust du ihn ein, das wird da dauern, vielleicht wenn er fit bleibt und alles gut geht, dann irgendwann zum Ende der Händrunde, dass er da dann die Leistung vielleicht bringen kann und dann fehlt bei da aber auch wieder die Fantasie, wie das dann alles zusammenspielen soll. Weswegen ich aber auch bin ja auch da so skeptisch wegen dem Füllkrug-Ding, weil gut für den Füllkrug-Beit ist das sehr, sehr gut und dann hast du da auch, glaube ich, eine gute Mannschaft. Wenn er geht, dann fehlt dir natürlich der Plan A, nämlich langer Ball auf Füllkrug oder Ball in den Strafraum zu Füllkrug und das ist dann schon ein größeres Problem, das auch Keita nicht aufwiegen kann. Nein, aber Line und Stay sind ein gutes Mittelfeld, finde ich, also da ist schon ich glaube an das Meister. Das ist mein Problem. Und ja, Bremen spielt natürlich auch so eine Mannschaft, die ein aufwendiges Positionsspiel spielt, hohe Ballgewinne, schnelles Umschalten, wollen ein bisschen geradliniger werden insgesamt, haben eine mutige Saison hinter sich und ja, jetzt die zweite Saison ist ja bekanntlich die schwerere, wer auch immer das gesagt hat. Ja, ich meine, immerhin könnte man eventuell gut in die Saison rein starten. Also es gibt natürlich immer so den Holperstein, dass man bei vermeintlich leichten Gegnern auch leichter sich unter Druck setzt, wenn man dann keine Siege einfährt, aber der Auftakt gegen Bayern ist hart, aber wenn du Bayern haben willst, dann glaube ich zu Hause und sehr früh in der Saison, wenn die sich noch nicht gefunden haben, also da halte ich eine Überraschung für nicht ausgeschlossen, dann geht es nach Freiburg zu Hause gegen Mainz, nach Heidenheim zu Hause gegen Köln, nach Darmstadt zu Hause gegen Hoffenheim. Das heißt, man hat sehr früh zwei Auswärtsspiele bei Heidenheim und Darmstadt. Wie gesagt, das kann natürlich auch Stolperpotenzial haben, dass da ein besonderer Druck ist, sollte man da verlieren, aber ich habe das Gefühl, also bei Werder Bremen deutet ja alles wieder darauf hin, dass es so sein wird wie schon so oft, erst am Ende der Transferperiode steht der Kader dann wirklich, also mindestens einen wichtigen Transfer haben sie bisher immer am Schluss der Transferperiode noch geholt und da läuft die Saison schon. In dem Fall würden dann schon zwei Spieltage gespielt sein, aber das hilft vielleicht Werder, dass man dann noch ein bisschen Zeit bekommt, diese Spieler zu integrieren und vorher aber Gegner gegen sich hat oder auch währenddessen noch, denen man auf Augenhöhe begegnet und dann ja vielleicht auch gewinnen kann. Das ist noch so ein Aspekt, der vielleicht eine Rolle spielt. Immerhin ist jetzt durch den Kane-Transfer die Gefahr geminderiert, dass Bayern am Freitagabend Bremen 7 zu 0 abwiegelt und am Samstagmorgen den Transfer von Füllkrug verkündet. Ja, guter Punkt und weil Saudi-Arabien gefallen ist, ich glaube Niklas Füllkrug möchte sich für die Europameisterschaft 24 empfehlen. Das war auch nur ein Gag, Entschuldigung, das war auch nur wirklich ein Gag, das glaube ich halt nicht, aber das ist halt der Gag, den man aktuell machen muss. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass er noch irgendwo hingeht. Gibt ja auch noch, hat mir auch noch ein paar Mannschaften gehabt mit vakanten Stellen vorne drin. Kann auch noch mal, wenn so ein Moani Puzzlestein fällt, dann fallen vielleicht noch mal ein, zwei andere Puzzlesteine. Auch hier ist es schwierig, die Saisonvorschau zu machen, bevor das Transferfenster zu ist. Einen Aspekt muss ich noch ergänzen bei Werder Bremen, denn die Finanzen spielen da immer eine besondere Rolle. Man hat nach zwei Jahren mit Verlusten wieder Gewinn machen können und damit mit 6 Millionen Euro Gewinn das gleich das viertbeste Ergebnis im Profifußball erzielt. Das Eigenkapital ist allerdings weiter negativ und insgesamt hat man auch durch den Abstieg und die Pandemie Mindereinnahmen von 80 Millionen Euro gehabt. Aber insgesamt durch einen Sparkurs, Transfererlöse und variabel gestaltete Spielerverträge, in denen eben mit dem Abstieg auch das Gehalt gesunken ist, konnte man um 40 bis 60 Prozent den Kostenapparat signifikant senken. Interessant ist noch bei Werder Bremen, da gibt es noch so ein Nebenthema, die DFL hat Werder eine zweieinhalb Millionen Euro Strafe aufgebrummt, weil zum Geschäftsjahresende der DFL es beim negativen Eigenkapital einen Lizenzverstoß gab. Allerdings nach dem Geschäftsjahr von Werder war der nicht vorhanden, deswegen hat Werder versucht, in der letzten DFL Vollversammlung da für eine Aufhebung dieser Strafe zu stimmen, da haben allerdings nicht genügend mitgestimmt von den anderen Bundesligisten und jetzt ist es die Frage, sollen alle Rechtmittel ausgeschöpft werden, damit die zweieinhalb Millionen Euro in Bremen bleiben und wenn wir wissen, die haben sechs Millionen Euro Gewinn gemacht, dann sehen wir, das ist ein wesentlicher Teil, also das wären über acht Millionen Euro Gewinn, die sie da gehabt hätten. Fand ich aber interessant, denn auch das ist ein Thema der Solidarität, also nicht nur, wenn wir über einen Liga-Investor sprechen und Aki Watzke total beleidigt ist, weil sein Plan da nicht durchgeht, sondern auch in dem Bereich haben sich die anderen Bundesligisten, vielleicht auch aus guten Gründen, ich meine die sind in einem Wettbewerb, aber die haben sich nicht solidarisch gegenüber Werder verhalten, die Details kenne ich aber leider dazu nicht, da werde ich mich aber mal ein bisschen hinterklemmen, ich finde das spannend, deswegen wollte ich das hier noch kurz erwähnt haben. Kommen wir zum letzten Team und das ist der zweite Aufsteiger der SV Darmstadt 98 und dementsprechend kann unsere Prognose nicht allzu positiv sein, man ist als Zweitplatzierter aufgestiegen, natürlich unter Thorsten Lieberknecht, man hat einen ähnlich umfangreichen in Anführungszeichen Trainerstab, wie auch der erste FC Heidenheim, also da sieht man einfach deutliche Unterschiede und man hat aber vor allem Tobi und ich denke, das wird bei uns allen dreien eine Rolle gespielt hat, man hat mit Tietz und Pfeiffer einfach zwei sehr gute, wichtige Spieler verloren, auch noch an den FC Augsburg, also man könnte auch spöttisch sagen, der FC Augsburg kauft die Konkurrenz schwach, damit schon mal einer hinter dem FCA landet, ich denke, das wird auch bei dir eine Rolle gespielt haben bei deiner Einschätzung. Das hat sogar die allergrößte Rolle gespielt bei meiner Einschätzung, weil ich glaube, das waren schon zwei Schlüsselspieler in dieser Aufstiegssaison. Pfeiffer einfach hinten mit seiner Geschwindigkeit, auch Robustheit, die er mitbringt, war der mit Abstand schnellste Spieler der Mannschaft, der wird jetzt auch dafür sorgen, dass der Abgabe wird dafür sorgen, dass Darmstadt noch tiefer verteidigen muss, als sie es vielleicht sonst gemusst hätten, also da ein wichtiger Spieler, der da hinten als Absicherung fehlt und Tietz vorne natürlich als Stürmer auch allein durch seine Tore ist natürlich etwas Massives verloren gegangen und gerade das Thema Tore ist ein Riesenproblem jetzt. In den letzten fünf Vorbereitungsspielen haben sie einen einzigen Treffer erzielt, das war beim 1 zu 3 gegen Liverpool, sie haben selbst gegen Karlsruhe und Sandhausen 0-0 gespielt und just, da wir hier diese Folge aufnehmen, sind sie auch aus dem DFB-Pokal ausgeschieden mit 3 zu 0 in Homburg und das halt auch wieder ohne eigenen Treffer und das ist natürlich bitter und brutal und das zeigt schon mal, dass da vorne offensive Qualität fehlt, weil vielleicht ein Hornby das nicht ganz ersetzen kann, weil aber auch natürlich aus dem Mittelfeld und gerade von den Außenverteidiger-Positionen sehr wenig Impulse nach vorne kommen, aber das ist nicht die kreativste Mannschaft, die haben auch in der zweiten Liga eher Mitspiel gegen den Ball gepunktet, mit ihrer Intensität, auch mit dem tollen Matchplan, die Lieberknechter teilweise auf den Platz gezaubert hat, aber das ist momentan offensiv sehr, sehr wenig, was sie anbieten. Ja, ich sehe das ganz genauso wie du, Tobi, 50 Tore waren es in der zweiten Liga, man wüsste jetzt nicht, warum sie in der Bundesliga mehr Tore schießen sollten und noch neben den Abgängen, sie wollten genauso wie Heidenheim Piringer von Schalke holen, aber der ist dann zu Heidenheim gegangen und wenn man dann neben dem anderen Aufsteiger die Spieler nicht zu sich holen kann, dann ist das schon bitter, Personalaufwand geschätzt bei 15 Millionen, bei Darmstadt und bei Heidenheim 18 Millionen, was heißt, da hat der andere Aufsteiger ein bisschen die Nase vorne, ansonsten hast du schon viel gesagt, ich würde vielleicht noch an Lieberknecht anschließen, ergänzen, weil das ist eine klare Stärke der Mannschaft, ich finde, man kann es ihm schon zutrauen, so flexibel zu agieren in der Bundesliga, dass Darmstadt nicht komplett untergeht, es kann funktionieren, aber die Wahrscheinlichkeit ist dann doch bei der individuellen Stärke relativ unwahrscheinlich, aber sie haben eine effektive Abwehr, sie agieren geschlossen und sind durch Lieberknecht auch bis zu einem bestimmten Grad flexibel, und sie haben sehr, sehr große Spieler verpflichtet, 1,95, 1,98, 1,91. Die Sandro-Wagner-Hoffnung quasi, dass sie den neuen Sandro-Wagner in Schottland finden, Hornby war ja glaube ich Schotte, oder? Ja, genau, Hornby ist Schotte. Ja, aber das heißt, ihr seht quasi den Thorsten Lieberknecht und den Böllen-Falltor-Bonus nicht groß genug, um da Optimismus zu haben, hinsichtlich eines Mitspielens um den Klassenerhalt. Caro schüttelt schon den Kopf und Tobi? Ja, vielleicht, ja, vielleicht, also man darf es nicht abschreiben, ich habe ja auch schon über die Liga an sich immer wieder gesprochen und dass da es durchaus Teams gibt, die mit diesem grundsätzlichen Stil von Darmstadt und Heidenheim, der jetzt nicht deckungsgleich ist, allein, weil Darmstadt eher mit Fünferkette spielt und Heidenheim mit Viererkette, aber dieser grundsätzliche Stil, der wird manchen nicht schmecken und auch die Reise ans Böllnfall-Tor, wie du schon gesagt hast, die wird manchen nicht schmecken und die werden, glaube ich, nicht so untergehen wie Fürth, weil solche Teams, die dann doch diesen Aufsteiger, die so einen defensiven Stil pflegen, die haben dann eher eine Chance, so wie zum Beispiel in Bielefeld, dann noch irgendwie die Klasse zu halten, Standards zum Beispiel oder was weiß ich nicht, da irgendeinen X-Faktor, den sie dann noch aufs Parkett zaubern können, aber ich sehe es einfach, ja, es wird bei Heidenheim sehe ich noch mehr Aspekte, die dafür sprechen, dass es klappen könnte, als bei Darmstadt. Heidenheim liegt hier auf einem Berg. Ich meine, das ist ja auch das, was Zweitliga-Aussteiger öfter auszeichnet. Was ich schon interessant finde, ist, dass wir jetzt lange keinen Klub mehr hatten, der so richtig deutlich unterlegen war, denn sogar Fürth hat ja noch irgendwann die Kurve bekommen und man hatte den Punkt, wo man sich das Problem war, dass man so, genau, man hat ja zu offensiv gespielt und ist dann ins offene Messer gelaufen, das war ja das Problem. Und als man das ein bisschen zurückgeschraubt hat, nach einem, glaube ich, 0 zu 7 gegen Leverkusen oder so, das war damals so, dass das Spiel, wo man das in der Kabine noch beschlossen hat, dass man es anders macht, dann war man näher dran. Deswegen, daran möchte ich schon auch glauben bei Darmstadt. Man hat einen ziemlich happigen Spielplan, was zumindest den Saisonauftakt angeht, da tut es jetzt auch gar nicht gut, dass man im DFB-Pokal schon ausgeschieden ist, aber es geht bei Eintracht Frankfurt zu Hause gegen Union, in Leverkusen zu Hause gegen Gladbach los, das sind schon mal vier Spiele, die knallen, vier Spiele allerdings auch, in denen gar nichts von dir erwartet wird. Und dann lass gegen Union irgendwie das 0 zu 0 sein, weil Union, wir haben es ja besprochen, kein Tor schießt, weil sie es nicht hinbekommen und dann kann sich da was entfalten. Also ich sehe auch Darmstadt als Absteiger, wir werden ja gleich auch die Tabellentipps machen, da war ich leider im Fall von Darmstadt nicht besonders kreativ, aber ich habe schon die Hoffnung, dass sie uns zumindest gute Geschichten und einen guten Kampf liefern werden, das glaube ich schon. Ja, und ja, irgendwen müssen wir schlecht bewerten und wir haben hier nur dieses Reißbrett, können hier nur vermuten, was wir als Ausgangspunkt haben und da sind nun mal die Fakten ganz eindeutig nicht gut für Darmstadt. Aber absolut und kurz um das zu illustrieren, abschließend dann noch die Finanzkennzahlen natürlich dann noch aus der Zweitliga-Saison, da hat man aber erstmals seit der Rückkehr in den Profifußball überhaupt einen Verlust gemacht von zwei Millionen Euro, das Corona und der Rückgang der TV-Einnahmen waren der Grund dafür. Die Verbindlichkeiten 17 Millionen, sehr, sehr wenig die Bilanzsumme, aber mit 37 Millionen. Also das ist wirklich der große Unterschied. Schaut euch die Bilanzsumme an, das ist natürlich erstmal nur ein bilanzieller Wert, aber er sagt ja schon grob etwas über die Größe von ein Rohergebnis, 27 Millionen Euro hat man eingenommen. Ich habe euch vorhin gesagt, über 100 möchte man sein in der ersten Bundesliga. Ja, da liegt man über mehr als zwei Drittel drunter, Personalaufwand dementsprechend auch nicht besonders hoch. Es ist einfach eine andere Dimension, aus der der SV Darmstadt 98 kommt und dementsprechend müssen wir das auch alles bewerten, was man von Ihnen in der ersten Liga jetzt sehen wird. Und das bringt uns am Ende einer für uns viel längeren Sendung als für euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir hatten hier, also wir nehmen jetzt schon seit über fünf Stunden auf, sehe ich gerade, kann das sein? Ja, das kann sein, das ist für euch noch nicht so lange, liebe Hörerinnen und Hörer. Jetzt sind wir bei den Tabellentipps angekommen und da machen wir dann jetzt vielleicht dann nicht das große Aufhebens darum, sondern tippen das einfach durch und wir werden ja dann sowieso dafür beschimpft werden beziehungsweise wenn irgendwas richtig ist, dann können wir uns natürlich auch dafür feiern lassen. Caro, du darfst vorlegen, wer wird denn bei dir deutscher Meister? Ah, da wollte ich mich gerade noch umentscheiden. Ach so, soll Tobi vorlegen, dann kannst du noch. Ja, ich überlege noch, ich überlege hier noch. Ich schaue mir das auch an, aber ich werde jetzt mich nicht mal umentscheiden. Ich sage, Bayern München wird deutscher Meister, tut mir leid. Die fehlende Kreativität. Das ist in Ordnung, Tobi. Ich kann ja schon mal vorwegnehmen, was die Hörerinnen und Hörer gesagt haben. Es haben fast 500 mitgemacht beim Tabellentipp, ganz herzlichen Dank dafür. Auch hier ist der FC Bayern auf Platz 1 gelandet, allerdings nur mit 81 Prozent der abgegebenen Stimmen. Das ist der schlechteste Wert der letzten Jahre für Bayern. Auf Platz 2 Dortmund mit fast 11 Prozent, Leverkusen 3 Prozent, Rasenballsport Leipzig 4 Prozent, Union 0,6, Eintracht Frankfurt 0,8 und Werder Bremen 0,41. Ich weiß immer nicht, ob man das dann als Spaß rausrechnen soll, aber dadurch, dass 500 von euch mitgemacht haben, herzlichen Dank dafür, nivelliert sich das dann raus, wenn es so einen Tabellentipp gibt. Aber Tobi war schon erstaunt, ob der 80 Prozent. Ja, gut, das ist ja, wir hatten ja auch schon nah an die 100 Prozent, aber ich finde, das ist immer noch ein klares Ergebnis. Es ist immer noch, da würde der Politiker vom klaren Wählerauftrag sprechen. Oh, sehr schön, sehr schön. Ich kann verraten, ich habe nicht Bayern auf 1 getippt, natürlich auch ein bisschen, weil es langweilig ist, immer auf Bayern auf 1 zu tippen, aber ich kann es auch begründen. Bei mir wird Rasenballsport Leipzig Meister, warum bin ich dazu gekommen? Weil, Tobi grinst schon und lacht sich schon. Den Fehler habe ich einmal gemacht, nie wieder, aber begründe es gerne. Ja, ich begründe es gerne. Ich glaube, dass Bayern leicht besser ist als in der Vorsaison, habe ich ja vorhin gesagt. Ich glaube allerdings, dass der Fokus mehr denn je bei Bayern wieder auf der Champions League liegen wird. und alles, was zum Beispiel Harry Kane sagt, spricht auch dafür. Also der hat ja keine einzigen, also klar, er hat gesagt, er möchte irgendwelche Trophäen gewinnen, aber ich glaube, der hat nicht so wirklich an die deutsche Meisterschaft gedacht. Champions League, Champions League, Champions League, darauf wird sich der FC Bayern fokussieren und ich glaube, dass man mit all den Problemen, die wir vorhin angesprochen haben, da in manchen Partien Punkte liegen lassen wird und ich habe das Gefühl, dass in den engen Partien, also gegen Leipzig, gegen Dortmund, gegen Leverkusen, Bayern der Nimbus verloren gegangen ist. Ich habe irgendwie das Gefühl, gerade in diesen engen Partien läuft es gerade noch viel weniger, als in so, ja, gegen Herder BSC gewinnt man halt dann doch 2 zu 0 irgendwie mit einem Kimmich-Chipball in der Vorsaison und deswegen habe ich Leipzig auf 1 getippt, auch weil ich, ich habe lange über Dortmund nachgedacht, sehe da aber, ich finde, Dortmund hat den, Leipzig hat den kompletteren Kader und ich glaube, dass Leipzig das ist, was diese Bundesliga am schlechtesten verträgt, nämlich Umschaltfußball und Intensität und erstmal keine Tore kassieren und dann kann das funktionieren. Dein Wort in Gottes Ohr, ich sehe es noch nicht, dass die gegen Union Berlin, Eintracht Frankfurt, VfL Wolfsburg so konstant punkten, dass sie Meister werden. Aber, du musst deinen Mut loben, aber den Mut habe ich einmal gehabt, den habe ich wie so in Jahren aufgegeben, den Mut, jemand anders als Bayern zu tippen. Jetzt, Caro, jetzt bin ich gespannt, was du sagst. Ja, jetzt bin ich auch gespannt. Ja, das klingt auf jeden Fall nicht besonders entertaining, was du da mit Leipzig tippst. Ich vertraue hier jetzt mal meinem Instinkt und mein Instinkt beruht einfach nur darauf, dass es eine geile Story wäre, die aber natürlich, das wird nicht so kommen, aber hey, komm, ich packe Borussia Dortmund und auf eins irgendwie, man muss es machen. Drei unterschiedliche Meistertipps, Caro, du bist mein MVP. Stark. Das hatten wir, glaube ich, noch nie. Warum werden sie Meister, Caro? Einfach nur, weil es eine gute Geschichte ist. Ja, das ist Grund Nummer eins. Wir haben ja lange genug über das Sportliche geredet und eigentlich, es muss einfach klappen. Ja, Terzic, komm, der macht's. Gut, sehr gut, hast recht, wir müssen das jetzt nicht noch lange begründen. So, bei mir wird Bayern dann Zweiter, bei den Hörerinnen und Hörern wird Dortmund Zweiter. Tobi, wer wird's bei dir? Dortmund, Dortmund wird Zweiter. Und Caro, bei dir? Bayern. Dann auch Bayern. Bei mir kommt Dortmund dann erst auf drei, habe ich mich tatsächlich schwer mitgetan. Bei den Hörerinnen und Hörern kommt hier Raber Leipzig. Tobi, bei dir? Raber Leipzig tatsächlich, ja. Caro? Auf der drei ist bei mir Bayer Leverkusen. Sehr schön, sehr schön, da haben wir einen drittplatzierten. Leverkusen kommt bei den Hörerinnen und bei mir auf vier. Bei Tobi dann? Leverkusen tatsächlich auf vier. Stimmt, ist ja logisch. Und Caro, bei dir jetzt dann Rasenbeisport? Richtig. Das ist richtig. Das ist insofern interessant, dass man auch in den Tipps der Hörerinnen und Hörer einen wirklich deutlichen Abfall sieht, nach den ersten vier. Die ersten vier scheinen zementiert zu sein. Da haben wir sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeiten, dass es eben, die vier werden in unterschiedlicher Konstellation, aber alle anderen Teams, also Union irgendwie eine 0,6-prozentige Chance, eine 4-prozentige Chance. Eintracht Frankfurt sechs-prozentige Chance auf Platz vier. Das ist noch der, der größte Contender quasi auf den vierten Platz, den ansonsten die anderen drei unter sich ausmachen. Also da sind wir uns, glaube ich, sehr einig mit den Hörerinnen und Hörern. Die haben Eintracht Frankfurt jetzt dann auf Rang fünf. Wen hast du denn da, Caro? Ich habe auf Rang fünf Union Berlin. Ich habe da gerade noch heimlich rumgeschoben wegen dem Gosens-Transfer. Sehr gut. Tobi, warst du auch so flexibel? Ich habe echt jetzt bis jetzt die 1-zu-1, es wird langsam gruselig, ich habe 1-zu-1-Tabelle wie die Leser, die Leser sagen schon, die Hörer. Das ist auch Eintracht Frankfurt. Eintracht Frankfurt auf fünf. Also es wird gruselig. Der Konsens, Tobi, er ist da. Er wurde vom Mainstream immer runtergeschliffen. Ich habe hier den ersten FC Union auf fünf tatsächlich dann doch noch. Auf sechs kommt dann bei mir VfL Wolfsburg. Ich glaube höher als bei euch, denn da war ich viel positiver als ihr. Tobi, jetzt hast du die Chance abzumachen. Nee, bei mir kommt auch der VfL Wolfsburg tatsächlich. Ich habe ja mir schon gesagt, ich kann ihn nicht einschätzen. Also da ist es mir jetzt schwer gefallen und die anderen Teams, denen traue ich Europa weniger zu als dem VfL Wolfsburg. Das war dann mein Gedankengang. Ist ja auch immer ein Ranking. Ja, ja, klar. Caro? Ja, ich muss jetzt zu dem stehen, was ich gerade eben verargumentiert habe und SC Freiburg auf die sechs setzen. Aha, guck mal. Caro hat nämlich genauso getippt wie die Hörerinnen und Hörer. Also Tobi, du bist den Fluch los. Die Hörerinnen und Hörer haben auch Freiburg auf sechs. Die haben dann Union auf sieben. Wer kommt bei dir auf sieben, Caro? Ja, da haben sie aber wieder mit mir zusammen. Union ist nämlich bei mir auf sieben. Ja, okay, ist super. Ja, bei mir kommt jetzt der erste absolut, nee, der erste vogelwilde Tipp war Borussia Dortmund, aber bei mir auf Platz sieben ist Mainz 05. Stark. Oh, Caro, ich mag das total, wie du es angehst. Super. Ich habe da Eintracht Frankfurt. Ich war langweilig. Aber vielleicht ist ein bisschen aufregender, dass ich dann schon die TSG aus Hoffenheim habe auf Rang acht. Jetzt kommt, glaube ich, die Abweichung. Jetzt wird es, glaube ich, so die Gleichförmigkeit endet. Tobi? Bei mir folgt der Borussia Mönchengladbach auf Rang acht. Ich habe ja die schon sehr positiv gesehen, habe das jetzt, Europa habe ich ihnen nicht ganz zugetraut, aber dann Platz acht, das ist ja schon eine Steigerung im Vergleich zu vorher. Caro? Auf acht habe ich Eintracht Frankfurt. Eintracht Frankfurt, stimmt, die hattest du ja noch gar nicht. Bei dir ist Eintracht Frankfurt. Richtig. Am schlechtesten, bei den Hörerinnen und Hörern kommt jetzt der VfL Wolfsburg und dann erst auf Rang neun. Borussia Mönchengladbach, wer kommt dann bei dir auf neun, Caro? Ja, auch Gladbach. Sehr gut. Tobi? Bei mir kommt auf Rang neun der VfB Stuttgart. Auch den habe ich ja positiv besprochen, den habe ich jetzt mal weiter nach vorne geschoben. Da kommen jetzt einige noch, die ich schlechter besprechen möchte. Stark, Tobi. Sehr gut. Ja, jetzt verstehe ich langsam, warum ihr in den letzten Jahren so schlecht getippt habt. Sorry, Tobi. Was soll das denn heißen? Ja, also den Tipp finde ich ehrlich gesagt auch vorgewählt, aber gut. Den finde ich vorgewählt, da bin ich sehr gespannt. Ja, ich war ja bei Stuttgart auch am... Was kommt denn da noch? Also ich habe... Ja, der kommt jetzt, ja. Auf zehn kommt dann Darmstadt. Ja, genau. Die ja gerade noch so schlecht geredet hat. Sorry, Entschuldigung. Nein, kann ja. Also ich habe Freiburg auf Rang neun und bei mir kommt dann Gladbach auf zehn. Bei den Hörerinnen und Hörern kommt Mainz 05 auf zehn. Caro, wer ist bei dir auf zehn gelandet? VfL Wolfsburg ist bei mir auf zehn gelandet. Ja, okay, na, das wäre natürlich ganz schön enttäuschend. Und Tobi, wer kommt jetzt bei dir? Heidenheim? Freiburg. Nein, jetzt hör doch mal auf. Ich bin doch genau wie die Leser. Ich habe jetzt Freiburg auf zehn. Das ist ja schon wieder ein kritischer Tipp. Ja, naja, aber da bist du mit den Hörerinnen und Hörern schon deutlich auseinander. Die haben Freiburg auf sechs und du hast zehn. Bei mir kommt Mainz auf elf. Das war tatsächlich für mich hart zu entscheiden. Was hattest du auf zehn? Ich habe es gerade gar nicht. Auf zehn habe ich Gladbach. Ich habe Gladbach noch vor Mainz geschoben und habe bei Mainz lange überlegt, wie ich sie einschätze. Aber es hängt ja eh an vielen Details. Man kann es nicht vorhersehen. Die Hörerinnen und Hörer haben die TSG aus Hoffenheim auf Platz elf. Tobi, wen hast du? Ich habe auch Mainz auf Platz elf. Und Caro? Ich habe Werder Bremen auf elf. Na. Okay, ich sehe schon. Ich habe doch gesagt, leicht besser. Leicht besser, da hast du recht. Leicht besser. Auf Rang zwölf kommen sowohl bei den Hörerinnen und Hörern als auch bei mir der erste FC Köln, was ich ehrlich gesagt nicht gedacht hätte, bevor ich diese Abschlusstabelle gemacht habe. Bei mir aber auch. Bei mir aber auch. Also das ist wirklich viele Zwölfer von den ersten FC Köln. Und Caro? Bei mir ist FC Augsburg auf der Zwölf. Ah, das erste Mal, dass wir von den Augsburgern hören. Auf Rang 13. Jetzt sehe ich, dass ich jetzt mit den Hörerinnen und Hörern gleich bin. Da haben wir beide nämlich Werder Bremen auf 13. Tobi, wo hast du die? Werder? Nein, die kommen erst noch. Jetzt kommt erst mal die TSG aus Hoffenheim bei mir. Ach ja, stimmt. Die fehlt bei mir ja noch. Die war bei euch ja schon. Die kommt bei mir auf Rang 13 erst. Caro muss sie jetzt auch langsamer haben. Bei mir kam Hoffenheim noch nicht und kommt auch jetzt nicht. Jetzt kommt bei mir der FC Köln. Aha, sehr gut. Gut. Und wer kommt bei dir auf der 14, Caro? TSG Hoffenheim. Jawohl. Die HörerInnen haben den VfB Stuttgart auf 14. Tobi, wen hast du? Bei mir kommt es zu der große Überraschung. Deswegen will ich dich erst mal machen lassen. Also ich habe da den FC Heidenheim. Ich auch. Hurra. Ach schön, jetzt nehmen wir uns schon die Überraschung gegenseitig weg. Ja. Und Caro lacht einfach nur und denkt sich so. Ja, okay. Ja, gut. Ich lache. Ich habe Heidenheim auf 15. Das ist jetzt nicht groß anders. Dass wir alle Heidenheim in der Liga bleiben sehen, das finde ich schön. Ja, weil aber auch niemand diese Tabellentipps sehen will, wo irgendwie, sorry, Bayern Meister wird und Heidenheim und Darmstadt runtergehen. Das möchte einfach niemand haben. Das ist wahr. Braucht man nicht. Das ist wahr. Dementsprechend, wen hast du denn, Tobi, der ja den FC Bayern als einzigen Meister hat? Wen hast du auf 15? Werder Bremen habe ich auf 15. Die fehlen bei mir noch. Den habe ich noch den Klassenerl zugetraut. Aber echt, ey. Der VfL Bochum ist bei mir auf Rang 15 gelandet und der FC Augsburg bei den HörerInnen. Das bedeutet, dass bei den HörerInnen der VfL Bochum in die Relegation muss. Bei mir muss. Und ich glaube, da bin ich der Schlechteste von uns allen. Nee, Caro könnte noch ähnlich sein. Also bei mir muss der VfB Stuttgart in die Relegation. Caro, bei dir zufällig auch? Bei mir genauso. Das finde ich echt spannend. Also da bin ich echt sehr, sehr gespannt, weil das glaube ich null und überhaupt nicht, dass die überhaupt da unten was mit zu tun haben werden. Dass die so schlecht wie die Vergangenheit sagen. Aber du hast ja selber den Labbadia-Effekt benannt, Max. Und der wird ja jetzt nicht wiederkommen. Ja, aber ich glaube nicht an Sebastian Hoeneß. Das war bei Hoffenheim einfach schlecht. Es tut mir leid. Irgendwann hat da alles nicht mehr gestimmt. Und er selber wusste auch nicht mehr, was er tun kann. Und so sympathisch er wirkt und so weiter. Und es tut mir auch leid. Glaubt da einfach nicht dran. Und dann ist es ein sehr junger Kader. Und dann passiert halt das, was immer bei Stuttgart passiert. Die verletzen sich alle und so. Ich bin gespannt. Ja, bei mir sind bei Stuttgart auch zu viele Fragezeichen. Auch was den Transfermarkt angeht. Ich habe das Gefühl, da wird noch viel passieren, weil einfach viele Spieler noch weg wollen. Und das ist irgendwie keine gute Ausgangslage für eine Saison, wenn Leistungsträger sagen, ich bin zu gut für diese Mannschaft. Ich will weg. Ich decke das mal kurz gegen hier mit den Hörerinnen und Hörern, weil das interessiert mich beim VfB. Also wir haben vermutlich eine Nennung, denn das sind 0,41 Prozent für Platz 4. Platz 6, dann geht es los. Platz 7, 8 haben 2 genannt. 9, dann 3. Und dann, jetzt kommen wir in den Bereich. 6 Prozent Rang 10, 9 Prozent Rang 11, 16 Prozent Rang 12, 19 Prozent Rang 13, 23 Prozent Rang 14, 10 Prozent Rang 15. Das heißt, auf die Abstiegsrenne, auf die letzten drei Renne, wo wir sind, Caro, da sind es insgesamt nur 9, 13, 15 Prozent. Wir haben eine Außenseitermeinung. Ja, ich aber auch. Wir haben alle eine Außenseitermeinung. Die Fläser sind da irgendwo zwischen uns. Wen hast du denn in die Relegation getippt, Tobi? Ich habe den FC Augsburg in die Relegation getippt. Genau. Und der FC Augsburg ist aber nicht am schlechtesten von dir getippt, sondern ich bin tatsächlich der, der Augsburg dieses Jahr am schlechtesten tippt. Ich habe sie zum allerersten Mal, glaube ich, überhaupt auf den Abstiegsplatz getippt. Nee, ganz früh in der Rasenfunkgeschichte habe ich das auch mal schon gemacht. Ich habe sie auf Rang 17. Da haben die Hörerinnen und Hörer den ersten FC Heidenheim. Caro, wer muss bei dir direkt runter? Bei mir muss VfL Bochum direkt runter. Und bei Tobi dann ja auch. Das geht mir genauso. Genau. Und dann haben wir tatsächlich alle, sowohl Tobi, Caro, ich, als auch die HörerInnen, haben alle den SV Darmstadt 98 auf Rang 18. Oh nein. Gut. Irgendjemanden muss es erwischen. Das muss man auch kurz an der Stelle nochmal mit dazu sagen. Es geht nicht gegen euren Verein persönlich. Wir wissen nicht, was passiert, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir tippen das einfach nur so vor uns hin, nach bestem Wissen und Gewissen. Ärgert euch nicht, sondern freut euch, wenn eure Mannschaft besser ist, als sie von uns getippt wurde. Und wir gehen auf keine Rotweinkisten-Wetten ein. Zumindest ich nicht. Ich weiß nicht, was Tobi und Caro machen. Und ich tippe so schlecht. Das ist ja, Darmstadt ist ja längst nicht abgestiegen, nur weil wir hier uns was zurechtbasteln. Thorsten Lieberknecht wird es als Motivation an die Innenwand der Kabine hängen. Einmal habe ich eine Kiste Wein gewonnen, tatsächlich. Ah, hast du dich eingelassen auf die Mainz 05-Wette? War das das? Nee, das war, wir machen doch auch immer den Deutsche Fußball Akademie-Tipp. Ach ja. Da habe ich, einmal war ich nämlich in einem Jahr sehr gut dabei. Da habe ich dann eine Kiste Wein tatsächlich gewonnen. Ja, ehrlicherweise bin ich mir noch nicht sicher, ob ich da meinen Rabertipp durchziehe. Ob ich da jetzt zu stehe oder nicht. Ja, warum, Tobi, wegen dir? Weil du mir in dem einen Jahr erzählt hast, wenn ich nicht Dortmund auf eins getippt hätte, was ich ja nur für die Spannung hier im Tabellentipp gemacht habe, dann hätte ich da nämlich zweiter wäre ich da, glaube ich, geworden. Da hättest du die Kiste Wein bekommen, die ich bekommen habe. Na, siehst du. Na gut, aber dann war sie wenigstens gut angelegt. Dann habe ich ja damit wieder versöhnt, dass ich da ... Okay, das sind unsere Tabellentipps. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir danken euch sehr für eure Aufmerksamkeit. Das war eine lange Sendung. Ich muss mich nicht nur bei den Hörerinnen und Hörern bedanken, sondern vor allem natürlich auch bei euch, bei Karoline Kipper, die Ed Kalurineki auf Twitter, das habe ich vorhin noch gar nicht gesagt, aber es ist natürlich auch verlinkt. Danke, liebe Caro, dass du dir die Zeit genommen hast. Ach, war schön. Erste Saison vor Schau. Hat Spaß gemacht. Wie ist es denn bei dir? Bist du jetzt gehypt auf die Saison oder denkst du dir, boah, pfeift das Ding ab, hab keinen Bock mehr? Ich freue mich. Also, aber ich freue mich auch jede Saison auf die Bundesliga. Also, das wird spannend. Das wird viel Gelaufe, das wird viel Gekämpfe, das wird wenig schöner Fußball, aber hey, komm. Okay, also man muss sagen, du weißt genau, was für dich einlässt. Tobi, herzlichen Dank dir, dass du mit dabei warst, at Tobias Escher natürlich. Wie hoch ist dein Hybrometer von 0 bis 10? Es gab Saisons, auf die habe ich mich mehr gefreut, bin ich ganz ehrlich. Aber es gab auch schon Saisons, da habe ich mich weniger gefreut. Also, es liegt irgendwo in der Mitte des Hybrometer. Escher, Schweiz Escher ist wieder mit zurück. Aber ich kann mich da anschließen. Ich muss sagen, dass mir diese Vorbereitung und auch diese Sendung sehr dabei geholfen hat, ein Halbgefühl zu entwickeln. Ich hieb gedanklich noch sehr in der Frauen-WM drin und tue es ja auch noch. Da wird es ja auch noch Begleitensendungen geben. Am nächsten Wochenende, liebe Hörerinnen, und Hörer, wenn alles gut geht, werden in drei Tagen fünf Folgen veröffentlicht im Rasenfunk. Drei zur WM und zwei zum Spieltag der Männer. Drückt mir die Daumen, dass das alles klappt. Und dann bin ich sehr gespannt, wie euch dann sowohl diese Sendung als auch die neue Art, wie wir den Spieltag besprechen, gefällt. Nochmal der Hinweis darauf, mitmachen.rasenfunk.de. Da könnt ihr Input geben und Feedback geben. Das Forum, es wird immer lebendiger. Es macht sehr viel Spaß, sich dort aufzuhalten. Und dann habe ich noch drei Podcast-Empfehlungen für euch, weil andere Podcasts habt ihr ja offensichtlich nicht zu hören. Zum einen hat Gästeliste Geisterbahn die Folge 200 aufgenommen. Wer Gästeliste Geisterbahn kennt, der weiß, warum er das jetzt hören muss. Und wer es nicht kennt, der sollte es hören. Hotel Matze hat mit Jürgen Klopp gesprochen. Das war ein relativ Fußball-Fans-Gespräch, denn Matze Hiescher interessiert sich nicht für Fußball. Ich glaube, deswegen hat er Jürgen Klopp auch als Gast bekommen. Fand ich aber sehr interessant, Jürgen Klopp einfach guter Typ, über den mal einen längeren Podcast zu machen. Das wäre was. Und dann möchte ich euch noch sehr empfehlen, Lustprinzip mit der Folge 28 zum weiblichen Orgasmus. Da wird drüber gesprochen, wie der Orgasmus-Gap, also dass Frauen in heterosexuellen Beziehungen seltener zum Orgasmus kommen als Männer, wie das mit Gender-Pay-Gap und solchen Dingen zusammenhängt. Fand ich sehr interessant. Ist doch auch gut, sich in dem Bereich mal weiterzubilden. Lustprinzip kann ich euch sehr empfehlen. Und dann danke für eure Aufmerksamkeit. Bitte unterstützt den Rasenfunk finanziell rasenfunk.de slash supportersclub. Bis bald, macht's gut. Ciao. Das war der Rasenfunk. Von Ihnen unterstützt. Herzlichen Dank. Bei anderen sprießen die Gehälter, bei uns nur der Rasen. Das war für heute. Das war bereit. Und das war für heute. Vielen Dank.